Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir André Werk, ich bin Ingo Quendler. Heute mixt Themen Corona, Zwift-Update, weil die ganze Firma lag flach mit Corona, unter anderem du. Du hattest das vorher schon? Ich hatte es vorher schon. Zwift-Update, gibt es ein schönes Update, was die Level angeht. Wir sprechen über Strava. Nochmal ein Feedback zum FDP-Test aus dem letzten Podcast mit Roger Mielink. Da gab es viel, viel Diskussion unter dem Video, wo ich sage, okay, das muss jetzt hier mal gefixt werden, hoffentlich in diesem Podcast, da nochmal wirklich Klarheit schaffen. Wir sprechen heute auch ein Thema an, was wir vergessen hatten in einer der letzten Sendungen oder was irgendwie untergegangen ist, weil wir so viel anderes hatten mit Shimano-Rückruf, was die Kurbeln angeht. Das ist sicherlich ganz interessant. Ich spreche so ein bisschen, auch ein kleines Feedback zum Stefan-Barth-Podcast und so ein bisschen meine Techniken, wie ich regeneriere, welche Mittel ich benutze. Hyper-Rise ist da ein Thema, das Video kommt am Sonntag. Wenn ihr das jetzt hört, tatsächlich kommt das in der Zukunft. Wir haben hier einen TTG-Rahmen stehen, da sprechen wir kurz drüber. Und ein großes Thema war in den letzten Wochen Jan Ullrich. Das wollen wir auch mal aufnehmen, weil da haben wir auch viele Sachen dazu. Vielleicht auch mal das Thema Doping insgesamt nochmal ansprechen. Und das ist der Plan. Und ich hoffe, dass wir damit innerhalb von einer halben Stunde durch sind. 20 Minuten dachte ich auch. Also ihr könnt quasi einen FDP-Test machen, während ihr den Podcast hört. Genau, genau. Ja, der dauert länger. Da gibt es ja einen Mythos auch. Wir haben ja so ein bisschen Mythen aufgeklärt, was Ernährung angeht mit Rogamielenk. Und tatsächlich glaube ich, dass wir einen Mythos auch aufklären können jetzt im Nachgang dieses Podcastes. Aber bevor wir anfangen, das Thema Corona. Da gibt es ja auch einen legendären Podcast von mir und meiner Frau damals. Ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt mitbekommen hast, weil wir ja, meine Frau und ich waren ja im März, bevor überhaupt der Lockdown war, waren wir schon mit die Ersten, die Corona hatten. Stimmt, ja. Und dann, und wirklich unterschiedlich. Ich ohne Fieber, sie wirklich mit Fieber. Zehn Tage hat das damals noch gedauert, dieser Mist. Und damals war ja wirklich so viel Unwissenheit im Dings, wo ich dann selber gegoogelt habe nach Leuten, die es schon hatten, weil ich immer wissen wollte, ja, wie war es denn? Und ab wann kann ich mich halbwegs sicher fühlen, dass es keinen schweren Verlauf nimmt und so weiter? Ja, voll. Jetzt erinnere ich mich, dass ich den tatsächlich auch, habe ich da schon hier gearbeitet? Nee, 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 das muss vor der Zeit gehen. Aber ich habe mir den angeguckt, weil ich auch dachte, wow, das gibt mal Aufklärung. War echt ein cooler Podcast. Ja, ja, der war auch geklickt, der wurde von irgendwelchen, irgendwelchen echten Medien, wurde dann irgendwo, ja, Frau Dr. Quentler hat das und das erzählt. Und wir konnten ja auch nicht viel sagen, aber es war einfach so diese eigene Erfahrung und der wurde damals auch echt viel geklickt. Heute ist der natürlich obsolet, weil man ja weiß, was alle aufgeklärt sind. Damals war es wirklich so, wenn du dann selber den Kram hattest, war es immer schön zu wissen, wie ging es den anderen? Und deswegen haben wir jetzt heute auch gesagt, komm, die ganze Firma ist krank. Sprechen wir das Thema an, weil es ja für uns Sportler ja auch wirklich, ja, gerade in dem Bereich, wie fühlt man sich nach Corona? Wir haben, ich habe von vielen gehört, die, die auch Post-Covid hatten nach Omnicom, die wirklich lange gebraucht haben, um wieder fit zu werden oder bis heute noch nicht wieder richtig fit sind. Und ja, weiß ich nicht. Es ist, es ist ja alles nicht mehr so wild. Es ist am Ende ja wie eine Influenza einfach eine schwere, finde ich schon eine relativ schwere Grippe, die man jetzt momentan kriegt. Und alle im Team waren so, die gesagt haben, drei, vier Tage lagen wir flach, oder? Du warst, wie ging es dir denn? Ich, also bei mir war es auch so, drei, vier Tage war es richtig, richtig blöd einfach. Also wirklich, da ging gar nichts. Und ja, dann ging es langsam besser. Aber ich meine, das ist jetzt bei mir anderthalb Wochen her und ich fühle mich auch immer noch nicht auf dem Damm sozusagen. Also ich merke schon, dass da was war letzte Woche. Ja, ja, also ich war ja vor eurer Zeit schon wieder mal nach meiner USA-Reise. Und ich meine, ich bin negativ seit, wann sind wir denn angesagt, 10. November oder sowas. Ja. Und auch so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt dreimal Corona, einmal das erste da im März, dann zwischendrin mal Omnicom und jetzt das Aktuelle, was ich nicht weiß, wie es heißt. Und das war jetzt, das dritte Mal war schlimmer als das zweite Mal. Obwohl man ja eigentlich denken müsste, der Körper hat sich langsam daran gewöhnt, aber der war wirklich auch so. Drei Tage, keinen Bock gehabt aufzustehen. Also wirklich im Bett gelegen und danach habe ich aktuell, ja, was ist, heute ist der sechste Nikolaus, zumindest Tag der Aufnahme, dass ich jetzt so das Gefühl habe, jetzt bin ich durch, so seit einer Woche vielleicht. Okay, ja, also schon einen Monat ungefähr, dass man da was merkt, ja. Ich meine, du bist vorher auch schon Fahrrad gefahren und so auf der Rolle gewesen, ne? Also ich habe Sport wieder angefangen, Tennis gespielt, also eigentlich mein normales Sportprogramm. Ja. Aber ich habe schon immer so dieses Gefühl gehabt, also habe es sehr genau, also das ist meine Strategie, ist ja immer den Puls zu beobachten. Ich habe ja irgendwie Tag und Nacht jetzt aktuell eine Garmin-Uhr rum, die seit 500 Monaten, 500 Tagen gefühlt jeden Tag meinen Puls misst. Das heißt, ich weiß, wie mein Ruhepuls ungefähr ist. Ich weiß, dass der so über Nacht bei 47 bis 49 ist, wenn ich trainiert habe. Der kann aber auch mal bis 44 runtergehen, wenn ich abends nicht trainiert habe oder einen Ruhetag hatte. Und das ging so nach, auch erst vielleicht so nach einer Woche Infekt oder man hat ja auch immer noch so ein bisschen Nachwehen. Also das ist ja nicht so, wenn man negativ ist, dass man sofort irgendwie gesund ist, sondern man hört sich vielleicht immer noch ein bisschen nasal an oder hustet oder was auch immer, je nachdem, was man wie hatte. Und dann ging es so, dass ich dann es schon wichtig finde, dass man wieder in Bewegung kommt. Nach Körpergefühl, also du hast ja glaube ich im Moment noch nicht das Gefühl, dass du in Bewegung kommen willst und sagst, der Arbeitsweg reicht dir. Ja, total, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich auch, heute war der Arbeitsweg schon ganz anders als gestern zum Beispiel. Ja, also meinst du, dass du jetzt irgendwie wahrscheinlich am Wochenende locker auf die Rolle gehen kannst wieder? Ja, schauen wir mal. Ja, also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vor allem sind wir ja auch, das ist natürlich auch eine Sache, wir sind ja keine Ärzte. Wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und wir raten natürlich auch keinem irgendwie, ja nach einer Woche könnt ihr dann mal langsam wieder auf die Rolle gehen oder so und macht es, wie ihr euch fühlt. Ja, und deswegen nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe dann gesehen, nach ein, zwei Wochen Puls ist wieder normal und alles. Wenn ich aber auf die Rolle gegangen bin und mein übliches Tretgefühl, jetzt kam es dazu, dass ich sowieso Saisonpause hatte und nichts gemacht habe, während ich auf dieser Amerika-Reise war, aber ich bin jetzt auch nicht komplett gar nichts gemacht, aber war trotzdem zweimal joggen und habe immer ein bisschen Kniebeugen und Quatsch gemacht und du bist ja den ganzen Tag rumgelaufen. Also ich bin ja nicht auf Null runtergegangen und da war es schon so, war schon erstaunlich, dass du auf einmal gesehen hast, wie der Puls höher ging. Und mein Verdacht, auch da bin ich kein Arzt, dass es zumindest in meinem Fall so war, dass wahrscheinlich herzmäßig alles okay ist und war, aber ich glaube, das Ding geht wieder auf die Lunge ohne das. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie die Lunge noch ein bisschen braucht, um sich zu regenerieren, dass da noch nicht diese Sauerstoffaufnahme so ist wie vorher und deswegen das Herz schneller schlagen muss, um den Puls hochzukriegen. Und ich habe auch tatsächlich, bin ja auch unsere Zwift-Events mitgefahren und das eine, da sind dann auch die Pferde mit mir durchgegangen und ich bin hier diesen Radio-Tower mit euch allen da hochgefahren, wo mein Puls bis 170, 180 hochging. Das war zwei Wochen nach Infekt und im Nachhinein hatte ich echt Schiss. Scheiß, hoffentlich hast du dir nicht einen verpult da. Also im Nachhinein war das ein großer Fehler und deswegen erzähle ich das hier im Podcast, mach das nicht. Also ich glaube, dass man, sobald man sich körperlich gut fühlt, wieder anfangen kann, aber dann vielleicht wirklich mal eine halbe Stunde fahren draußen oder den Arbeitsweg nehmen, den Puls vielleicht unter oder vielleicht gerade mal am Anfang GR1 maximal reinfahren. Das wäre in meinem Fall Puls 120 und dann im Nachhinein habe ich mir überlegt, ich glaube, die erste Rollengeschichte war eine halbe, dreiviertel Stunde Puls 120, hätte ich gar nicht machen sollen. Ich hätte vielleicht mal wirklich so locker pedalieren, 90, 100er Puls, wo nichts passiert, also ohne Kraft auf die Pedale. Und ich glaube, das ist so der Weg, wo man risikofrei das nehmen kann. Ich habe hier auch so einen Screenshot vom NTV geklickt, den hat mir Benita tatsächlich heute Morgen geschickt. Da habe ich gedacht, okay, den poste ich jetzt hier mal rein als Link unten auch in die Beschreibung, weil ja immer dieses Damoklesschwert, das Größte, was man hat, ist ja diese Myokarditis. Also Herzmuskelentzündung, wo man eigentlich auch beim normalen Schnupfen ja schon ein bisschen Schiss vorhaben muss. Und deswegen bin ich eigentlich auch immer ganz froh, dass ich meinen Puls tracke über Nacht, weil ich da, wenn ich jetzt einen leichten Schnupfen habe, trainiere ich oft weiter, wenn mein Puls nachts trotzdem die 44 oder 45 hat. Nicht, dass ich dann irgendwie sage VO2max-Training, aber dann weiß ich, okay, ich kann, wenn das jetzt ein Sommerschnupfen ist oder irgendwas, ja, ich kann trotzdem mal eine Stunde oder zwei, draußen ein bisschen Rad fahren und fahre halt dann wirklich maximal Puls 120 oder sowas. Und dann mache ich dann nichts mit kaputt. Habe ich einen erhöhten Ruhepuls, mache ich nichts. Das ist so meine Grenze. Ob das jetzt, ob das nicht trotzdem eine Gefahr der Myokarditis geben kann, weiß ich nicht. Aber so wie ich das gelesen habe, ist es ganz oft so, dass die Profisportler, die nicht aufhören können oder die diesen Druck haben, sie müssen weiter trainieren und die machen dann diese, ich glaube, die größte Gefahr ist dann, seinen Puls auf 180 hochzupumpen. Ja, das ist klar. Oder also wirklich ans Limit ranzupumpen, wenn man gerade so ein Schnupfen hinter sich hat oder noch hat. Ich würde auch immer sagen, lieber vorsichtiger sein, auch wenn man sich fühlt und auch wenn der Puls irgendwie wieder besser aussieht. Ich würde dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Man hört das ja immer wieder, also auch nicht nur im Radsport, sondern irgendwelche Fußballer, die eigentlich gefühlt so topfit sind und sich auch gut fühlen und dann auf einmal umkippen einfach. Also das ist ja, ja, wirklich steckt man nicht drin. Lieber langsam machen am Anfang. Ja, das ist so das, was man wirklich beachten muss und bei uns geht es ja um nichts. Ich glaube, man muss genau diesen Sweetspot finden. Zu sagen, ich mache jetzt vier Wochen nichts, ist vielleicht auch der falsche Weg, weil so eine Lunge muss ja wieder aktiviert werden, wenn da vielleicht irgendwie, wie auch immer, Bronchien noch nicht richtig arbeiten, wie sie eigentlich sollen. Das heißt, man muss sehen, dass man wieder rauskommt, weil sonst, ja, wird es vielleicht schlimmer. Das kann ja auch nur ein Spaziergang sein. Also auch wenn ich tatsächlich erhöhten Ruhepuls oder irgendwas habe und mich fit fühle am dritten, vierten Tag Corona. Es war bei mir wirklich auch so, ich lag im Bett, hatte keinen Bock aufzustehen und habe auch gemerkt, dass Luft fehlte, ohne Fieber zu haben, interessanterweise. Du hattest, glaube ich, Fieber auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte keinen Fieber, aber trotzdem schlapp, war beim ersten Mal Corona übrigens auch so. Ich war schlapp, ohne dass ich jemals Fieber hatte. Und dann kriegt man irgendwann mit, okay, jetzt am dritten, vierten Tag war, ich glaube, dritte oder vierte Tag war bei mir dann so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich kann wieder in einer Wohnung rumlaufen, mir geht es ganz gut. Und dann bin ich aber auch so, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal eine kleine Runde um den Häuserblock. Also wirklich 20 Minuten spazieren gehen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, sich wieder zu aktivieren. Ja, klar. Also ich meine, es ist ja auch, das macht ja schon was mit dir, auch wenn du kein Corona hast, sondern irgendwas und du liegst einfach drei, vier Tage im Bett, ne? Also dann aufzustehen und irgendwie Schwindel, Kreislauf und all sowas, das ist ja enorm, was der Körper da also wieder herunterfährt auch alleine, ne? Ja, ich kriege da auch sofort, habe ja immer Schiss gleich Rücken zu kriegen, wenn du dann rumlegst nur, ne? Du musst, also deswegen. Also man muss genau diesen Sweetspot finden. Wie gesagt, meine Erfahrung war, das, was ich da gemacht habe, ist jetzt zum Glück limpflich abgegangen mit meinem Zwift-Event, wo ich wirklich leider zu schnell gefahren bin schon, nach zwei Wochen nach Covid. Ich würde, und jetzt die Erfahrung, dass ich jetzt nach vier Wochen merke, okay, jetzt ist alles beim Alten. Davor war ich auch schon fit. Ich rede ja von, der Witz ist, ich kann es ja an den Watt und so weiter abzählen, bei mir rede ich, ich rede ja von 10, 20 Prozent Leistungsverlust, was ja von einem relativ hohen Niveau kommt, und immer noch, da kann ich ja immer noch Sport machen und fühle mich ja immer noch halbwegs fit, aber es ist, du musst halt trotzdem, fehlte dieses Quäntchen und muss sich ja auch zugeben, man hat dann trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt im Hals irgendwie, das ist noch nicht so, wie es mal war. Ja. Dass man da wirklich aufpasst, dass ihr da vorsichtig seid, weil ich glaube, und das kriegen wir ja hier mit, und das kriege ich jetzt überall mit, aktuell kriegt das fast jeder wieder. Ja, erstaunlich, manche wieder irgendwie ohne, dass sie es merken, also meine Familie jetzt sich auch nicht, manche stecken sich auch nicht an, aber wenn wir jetzt hier überlegen, letzte Woche, glaube ich, vier von fünf, die wirklich hier in der Bike-Abteilung, Werkstatt und so waren, alle weg. Ja. Also es war echt krass. Ja, hätte man zugeschlossen lassen können eigentlich. Also die paar Leute, die da waren. Nee, also sei vorsichtig, aber hast du irgendeinen Plan, also du machst das, wie hast du es in der Vergangenheit gemacht? Ja, also ich fühle mich dann eher nach Rolle fahren, aber gerade das, was du auch sagst, ne, jetzt zum Beispiel am Wochenende ist Swift-Veranstaltung, Albteswift hast du vorhin auch gesagt, ne, das ist ja schon ein Brett und da bin ich mir sicher, da bin ich raus, weil bin ich genau bei dir, das ist eine Sache, die stichelt mich dann an und dann willst du irgendwie doch hochtreten und also das ist mir zu gefährlich. Also ich glaube, dann würde ich es eher so machen, dass ich da gar nicht mit Swift fahre oder vielleicht auch, wenn ihr irgendwie, wenn euch das stresst, also manchmal hat man ja auch dieses, oh, ich will bei Strava jetzt auch nicht hochfahren, hochladen, wie ich ein 18er Schnitt gefahren bin oder sowas auf gerader Strecke, dann macht doch einfach ohne Computer oder so. Macht erst mal easy, kommt wieder rein. Naja, oder einfach nicht freischalten. Also ich bin ja auch so, ich habe dann, ich bin dann zwei oder drei Kilometer gelaufen, was soll ich das hochladen? Schatz drauf. Also wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ganz, ganz vorsichtig anfangen, laufen und so. Ja. Gut. Ja, ich hoffe, dass das zumindest, vielleicht helfen wir dem einen oder anderen, der dann auch weiß, okay, kann vier Wochen dauern, bis ich wieder fit bin und vielleicht sich auch keine Sorgen macht, weil Zeit halt halt ja auch meistens alle Wunden. Ja, und macht euch keine Sorgen, weil irgendwie kriegen es ja die meisten. Ja, ja. Ihr seid nicht die Einzigen, die jetzt irgendwie vier Wochen raus sind und die anderen haben Trainingsvorteil. Ja, aber das ist ja, das ist ja das Schöne, dass es jetzt auch wirklich egal ist. Im Sommer nervt das natürlich dann schon, wenn du weißt, oh, ich habe vielleicht noch irgendeinen Wettkampf, den ich machen will. Ja, bei mir war es schon so, ich bin dieses Jahr, also für meine Verhältnisse sehr wenig gefahren und dann habe ich jetzt die letzten Monate, war ich irgendwie jeden Tag zumindest eine halbe Stunde auf der Rolle oder mehr. Und das ist natürlich, das ist demotivierend einfach, jetzt nochmal so Corona zu kriegen. Aber naja, so ist es eben. Ja, ja, im Nachhinein habe ich gesagt, so eine Saisonpause mache ich nie wieder. Ich warte einfach, bis ich Corona kriege und das ist meine Saisonpause. Ja, das ist eine gute Idee. Ganz spannend, wo wir beim Thema Indoor-Training sind. Es gibt ein neues Zwift-Update. Gibt es ja alle Nase lang, gab es jetzt diese Climb Portals. Bin ich heute übrigens heute Morgen das erste Mal gefahren. Portals? Climb Portals heißen die. Ach so, das habe ich schon mal gesehen, aber weiß noch nicht, was es ist. Ja, es ist eigentlich, du fährst dann raus aus der schönen animierten Welt rein in so einen Tunnel. Okay. Und das sind dann, da sind dann halt, das ist dann sozusagen ein steiler Berg. Ich bin heute eingefahren, aber gar nicht mal, also gar nicht mal um den Berg hochzufahren, sondern weil das hat sich irgendwie so ergeben, wo ich gesagt habe, komm, da fährst du jetzt mal durch. Das Update ist auch schon lange, lange, lange raus. Ist eigentlich ganz spannend für die, die Berg trainieren wollen. Ich bin da momentan gar nicht so motiviert, weil ich viel Intervall-Training mache. Aber dann fährst du wirklich durch so einen Tunnel und hast wirklich Steigungen. Also heute 22 Prozent oder was. Okay, das ist jeden Tag anders dann? Nee, es gibt verschiedene Portale. Die kannst du dir anklicken und dann da durchfahren. Ich bin die 22 Prozent aber einfach, also ich habe einfach den Bolt 190 Watt eingestellt. Also ich bin gar nicht die Steigung gefahren, sondern einfach nur mal da durchgefahren. Zum Glück, weil die 22 wüsste ich gar nicht. Das ist ja wirklich hammerhart. Also der Radio Tower mit 17 Prozent ist ja schon so, dass ich den mit meiner Einstellung am Kickerbike schon richtig am Lenker ziehen muss. Dann fährst du da durch, aber du hast halt die Möglichkeit, eine 22 Prozent Steigung zu fahren. Und Zwift ermöglicht dir das durch so ein Portal. Und der Trick ist einfach, sie müssen nicht eine neue Welt programmieren, um dir diese Steigung zu ermöglichen, sondern du fährst halt durch so einen Tunnel durch. Und was halt witzig ist, dass dann alle 10 Prozent, zumindest war es heute so, in dem, das waren nur so 250 Höhenmeter, neun Kilometer und 500, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann alle 10 Prozent sagt er dir, wie viel Watt und wie viel Puls du getreten bist. Ähnlich wie bei Albtil Zwift, wo du immer die Kehren hast, ne. Das ist, glaube ich, so ganz spannend. Aber das ist schon lange her, darum geht es heute auch gar nicht. Aber fand ich witzig, dass ich es gerade heute Morgen mal ausprobiert habe. Und wir hatten, glaube ich, sogar wir beide mal darüber gesprochen, dass diese Level uns genervt haben. Dass bei Zwift so dieses Gamification-Ding, den nächsten Level zu erreichen, irgendwie doof war. Ja, wobei ich, glaube ich, nicht ganz bei dir bin, aber du kannst ja mal sagen, wie das bei dir ist. Naja, ich bin bei Level 39, 38, 39 und sagen wir mal so, die Level 1 bis 20 gehen schnell, 20 bis 30 ein bisschen langsamer, 30 bis 40 noch langsamer und 40 bis 50 fast, also du musst irgendwie zehnmal so viele XPs fahren wie vorher. Ich habe hier hinten auch, ab und zu läuft hier im Hintergrund bei uns bei YouTube auch mal diese Tabelle durch, wie es vorher war, 10.000 XPs, um den nächsten Level zu erreichen, macht halt irgendwie nicht so richtig Bock. Und zwischendrin sind es sogar mal 20.000. Ja, das stimmt schon. Wobei ich sagen muss, das macht es dann ja auch irgendwie aus, ne. Also, dass nicht alle Leute dann auf einmal Level 50 sind, sondern du wirklich dann auch noch, das macht dir auch irgendwie den Videospielcharakter dann aus. Dann siehst du jemanden, boah, der ist Level 50, alter Schwede, wie viel muss der schon gefahren sein, ne. Aber du siehst es ja gar nicht beim anderen. Du müsstest aufs Profil gehen, dann siehst du es, ja. Oder das Trikot anziehen, manchmal werden so Trikots. Ah, ja, ja, stimmt. Das finde ich übrigens auch lame, ne. Dann fahre ich von Level 38 auf 39 und dann kommen so ein paar Stinkesocken, die freigeschaltet werden, die sowieso keiner erkennt. Ja, ist ja auch viel für sich selber dann, ne. Ja, und jetzt ist es so, dass sie, ich finde es cool, ich kann mal gucken, ob ich hier kurz zu dieser Tabelle hinkomme. Ich bin jetzt zwischen 39 und 40 und ich muss 20.000 oder 10.000 XP fahren, ich weiß es gar nicht genau, um dann da hinzukommen. Und mit dem neuen Rechnungssystem brauche ich nur noch 4.500 XP. Das heißt, man kommt viel schneller, viel weiter nach vorne. Ja. Was natürlich bedeutet, das ist das Doofe, wir haben das, das Update ist draußen. Es scheint irgendwie draußen zu sein, aber noch nicht auf iOS. Ich gucke hier die ganze Zeit schon. Also, was jetzt wohl der Fall ist, dass sie, und das kann ich jetzt leider noch nicht sagen, inwiefern, also wenn ich jetzt bei 39 bin, rechnen die irgendwie über einen Algorithmus raus, wo wäre ich denn ungefähr verglichen mit anderen im neuen System. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht wieder bei Level 39 einsteigen, sondern irgendwo bei 60 oder 70. Ja, das finde ich cool. Okay, weil meine Vorstellung war jetzt nämlich, die ganzen Leute, die jetzt sich bis Level 50, 60 gekämpft haben, ja, die müssen sich jetzt weiter nach oben kämpfen und die ganzen anderen Leute machen das, zack, in kurzer Zeit. Und was ich halt schön finde, dass du halt schneller dieses 10 nach oben hast. Sie machen zweimal noch diese Progression, nach hinten raus werden es mehr XP als vorher. Ja, muss ja so sein. Aber es geht halt von 4.500 auf 5.500 und wenn du dann in den 50ern bist auf 6.000, das geht halt bis 100 so weiter und ich glaube, die letzten sind dann auch immer 10.000 XP, die man fahren muss. Und wenn du dann 100 erreicht hast, was glaube ich trotzdem noch schwierig genug ist, danach ist es auch nicht so, dass es komplett aufhört, sondern du kriegst dann irgendwelche Drops geschenkt, alle so und so viel, alle 4.000 XPs oder was auch immer kriegst du irgendwie. Diese Schweißtropfen geschenkt, um dann in diesem Shop was einkaufen zu können. Ja, okay. Also wenn ich nach dem Update Swift anwerfe, dann müsste ich leveln eigentlich und Sachen auch kriegen, hoffe ich. Ja, das ist die große Frage. Ey, dann bin ich echt sauer. Wenn das nicht kommt, ne? Ich gucke mal, ob das Update jetzt hier reinkommt, während wir hier sprechen, aber es muss ja eigentlich, das geht seit gestern, vorgestern schon durch die ganze Social-Media-Welt. So, ich hake jetzt hier nochmal kurz ein. Ja, die Aufnahme ist fertig und dann abends kommt das Update von Zwift und jetzt habe ich mich tatsächlich nochmal damit befasst. Und es wäre irgendwie schade, wenn ich das im Podcast jetzt in dieser Sendung nicht doch noch irgendwie darstellen würde. Was passiert denn mit den Leuten, die schon hohe Level erreicht haben? Und ich dachte erst, dass das, wenn ich jetzt zum Beispiel Level 39 habe, dass das aufs neue System umgerechnet wird. Und dass ich dann vielleicht Level 60, 70, was auch immer habe. Aber das war nicht so. Habe ich so ein bisschen drauf gewartet, als die App gestartet ist. Und dann muss man tatsächlich, wenn man es nicht weiß, Zwift hat das jetzt auch nicht irgendwie groß an die große Glocke gehängt. Man muss jetzt losgehen und in dem Link, den ich unten in den Shownotes verlenke, bei Zwift Insider ist das sehr gut erklärt. Aber ich finde es auch ultra kompliziert zu verstehen, was jetzt passiert. Mit dem Vorteil, wenn ich mich um nichts kümmere und das vielleicht gar nicht mitkriege, dass ich jetzt 100 Level kriege, dass ich eigentlich auch nichts mitkriege, außer dass ich schneller hochleveln muss. Also ich muss halt zumindest als Nutzer nichts machen. Das ist ganz cool. Was ist aber jetzt der Vorteil für jemanden, der in einem höheren Level ist, gegenüber dem, der vielleicht im niedrigen Level anfängt? Und das ist ja so ein bisschen, was André auch meinte. Er ist ja ein bisschen ungerecht, wenn die einen ein bisschen schneller, wenn ich jetzt sozusagen mir so viele XPs erarbeitet habe und mühsam mir die Level erarbeitet habe. Welchen Vorteil habe ich denn davon? Und das kann man sich am besten so vorstellen, wenn ihr fahrt und dann auf den Menü-Button drückt und auch nur dann kommt ihr in so eine Übersicht, wo drin steht, wo ihr gerade steht, was die Level angeht. Und da gibt es so einen kleinen Radfahrer und wenn der einen Wheelie macht, dann könnt ihr schneller hochleveln als jemand, als es jetzt normal wäre. Das heißt, diese Tabelle, die ich hier im Hintergrund immer hatte, das ist dieses normale Hochleveln. Kostet dann 4.500 XP und so weiter. Wenn ihr da beschleunigt seid und in meinem Fall habe ich so zwei kleine Pfeilchen da stehen, ich blende das hier auch auf jeden Fall mal ein. Das heißt, bei mir steht dann Level 39 bis Level 99 mit zwei kleinen Pfeilchen. Dann ist das so, dass ich wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, 20 Prozent weniger XP brauche, um hochzuleveln. Das heißt, ich level jetzt einfach bis 99 immer schneller hoch als Leute, die diese Beschleunigung vielleicht noch nicht haben, weil sie einfach von diesem Level noch nicht so hoch sind. Also ziemlich komplizierter Kram, den vielleicht auch die Hälfte der Leute von euch nicht interessiert, weil die sagen, ja, ich fahre einfach nur. Aber ich finde es dann doch interessant und Zwift Insider hat hier auch, ich habe mir das mal auch hier vor der Nase jetzt ausgedruckt. Wenn du jetzt ein Level 20 Zwifter bist, dann hast du irgendwie in deinem Leben 70.000 XP gesammelt. Du brauchst aber nach dem neuen System eigentlich nur die Hälfte davon. Also roundabout, was steht hier, 33.500 XP und hast dann ja 36.500 XP theoretisch übrig, um weiter hochzuleveln. Und die Umrechnung ist ja tatsächlich, ist dann wirklich so, dass sie diese 36.500, das entspricht dann ungefähr diesen 20 Prozent, die ich einspare, indem ich einfach 20 Prozent, also dass ich sozusagen für jeden Level in der Zukunft 20 Prozent weniger brauche. Und so ungefähr. Ich verlinke das unten, lese euch das durch, vielleicht interessiert es euch auch gar nicht. Wenn ich tatsächlich schon bei Level 50 war oder vielleicht sogar Level 60, dann ist da dieses kleine Pfeilchen kann dann, sind dann statt zwei Pfeile, wie es bei mir ist, also wenn ihr dieses Level 39 bis 99 seht, sind da zwei Pfeile dazwischen, dann wären da drei Pfeile dazwischen. Dann wird das Gleiche gemacht, die 20 Prozent und dann kriegt ihr noch doppelte XP, während ihr fahrt. Und da bin ich leider nicht. Also levelt man auch schneller hoch. Und ja, wie finde ich das jetzt? Tatsächlich glaube ich, finde ich es insgesamt eigentlich geil gelöst, weil das, was ja am meisten Spaß macht, ist hochleveln. Und wenn ich jetzt automatisch meine Vergangenheit gutgeschrieben bekommen hätte und wäre jetzt bei Level 70, wäre das ja, wäre ja dieses Gefühl, oh, ich komme Level höher, kriege wieder stinkende Socken, das wäre ja weg. Und so ist es so, ich habe zumindest immer noch dieses, also ich finde es geil, habe ich ja eben auch in der Sendung jetzt schon gesagt, ich schneide das jetzt natürlich jetzt im Nachhinein hier rein, ich finde es ja geil zu wissen, okay, ich fahre jetzt noch irgendwie 20 Minuten länger, komme den nächsten Level hoch, kriege vielleicht irgendeine Belohnung, irgendwelche Drops und so weiter. Dann macht das Ganze ja viel mehr Spaß. Ich bin jetzt heute das erste Mal mit diesem Level-System auch gefahren, habe schon gesehen, dass der Balken jetzt fast um ein Drittel nach oben gegangen ist. Dann war auf dem Endbildschirm, da habe ich auch nochmal 300 XP gekriegt, wenn ich dann, weil ich jetzt diese Streak da einmal die Woche mache oder irgendwie jede Woche soll man einmal fahren. Und das ist so, wo ich sage, okay, macht irgendwie Bock. Also mir macht Spaß, ist halt dieser Gamification-Faktor. Anderen Leuten ist das vielleicht völlig egal, aber ich glaube, es ist eine gute Sache, dass man jetzt einfach für jemanden, auch gerade weil man schon fleißig war und viel eingesammelt hat, dass man jetzt vielleicht auch ein bisschen schneller immer von Level zu Level nach oben kommt. Und ja, bin gespannt. Ich glaube, es ist ein gutes Update. Tatsächlich ja eine Kritik, die wir, habe ich glaube ich in der Sendung jetzt gesagt, bin ich mir gar nicht sicher, tatsächlich eine Kritik, die wir ja schon vor, ich glaube vor einem halben Jahr oder so habe ich da schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie macht es ja keinen Spaß mehr mit dem Level, wenn man so weit oben ist. Und das ist jetzt zurückgekommen. Und das finde ich cool. Jetzt fehlen nur noch neue Routen, dass man noch da ein paar mehr Abzeichen für die Routen sammeln kann. Und dann ist Zwift. Ja, momentan sind sie, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also momentan macht es mir richtig Spaß da. Irgendwie läuft alles ganz gut. Okay, dann geht es jetzt weiter in der echten Sendung. Ich finde es geil, weil man einfach, sagen wir mal so, dieser orange Strich, der dir zeigt, von einem Level zum nächsten. Und das weiß ich noch, ich bin ja, ich laufe ja auch auf dem Laufband manchmal. Das ist für mich ein Anreiz, noch mal zehn Minuten länger zu laufen, wenn ich weiß, da fehlt nur noch so ein Millimeter, ich komme ja auf den nächsten Level rein. Und das ist so das, was mich dann anspornt, vielleicht auch noch mal zehn Minuten länger auf dem Rad sitzen zu bleiben. Jetzt kann man auch sagen, naja, ist ja doof, zehn Minuten länger zu bleiben, als man soll, weil das macht ja Übertraining und sonst wie nicht. Ich finde es halt motivierend. Für mich ist das halt irgendwie so ein Punkt, ja, weiß ich nicht, sowieso schwachsinnig, wie es ja eigentlich ist. Weil das ist ja einfach nur Zwift. Ich fahre ja einfach nur dumm auf der Rolle rum. Aber mich spornt das dann an, zu sagen, okay, geil, jetzt bin ich vielleicht kurz vor, wenn ich jetzt hier diese Umrechnung habe, vielleicht bin ich kurz vor Level 60. Geil, den mache ich jetzt noch. Ja, die Realität sieht ja auch meistens nicht so aus, dass die Leute übertrainieren, sondern dass du irgendwie nach 20 Minuten gelangweilt bist. Keinen Bock mehr hast. Genau, und dann sind ja die zehn Minuten auf 30 Minuten schon cool. Oder auf eine Stunde oder was weiß ich. Aber das sind so diese Challenges. Es ist halt wieder so ein bisschen more challenging, more, ein bisschen mehr fun. wie es halt ist auch, dass Leute irgendwelche Streaks machen und sagen, sie fahren jeden Tag und so weiter. Oder sie wollen ihre 10.000 Kilometer im Jahr voll machen und so. Das sind halt irgendwo diese motivierenden Faktoren, um Sport zu machen. Total, ja. Also ich finde es auch geil. Ich sehe eine Mail bei mir im Postfach von Zwift mit Neuerungen und so. Ich habe Bock auf einmal. Ja, ja. Ja, tatsächlich, witzigerweise kickt mich nicht alles. Also die neuen Strecken haben mich gekickt, weil ich fast alle Routen voll habe. Muss da auch sein. Und da finde ich es fast zu wenig. Sie müssten noch mehr machen, weil auch das ist ein motivierender Faktor, diese Route-Badges zu erreichen. Das heißt, jede Strecke, die es auf Zwift offiziell gibt, wenn du die einmal durchgefahren bist, dann kriegst du so ein kleines Abzeichen. Ja. Und doppelte XP's. Genau, ja. Die waren dann immer wichtig, als das mit dem Leveln halt. Das kann sein, dass das in der Zukunft dann nicht mehr so wichtig ist. Vielleicht gibt es die doppelten XP's dann vielleicht auch gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht. Aber das ist auch immer ein Anreiz, die zu fahren. Wie gesagt, Climb Portal war für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich halt eher Trainingsplan orientiert trainiere. Während ich, als ich noch so Höhenmeter geil war, wahrscheinlich das immer gefahren wäre, als ich noch keinen Trainingsplan habe, weil es halt immer bergauf geht und so weiter. Also das ist ja auch eine, bergauf ist halt immer eine Herausforderung. Und das war aber nicht so, dass es jetzt für mich so wichtig war. Und diese Level-Geschichte hat mich wirklich genervt, wo ich gesagt habe, das habe ich hier im Podcast auch schon mal angesprochen, warum? Warum muss jeder Level schwieriger werden? Wie gesagt, es macht schon Sinn, finde ich, weil so eine gewisse, das kann natürlich auch eine Challenge mit dir selbst sein, aber irgendwie ist dann sich vergleichen und so bei Swift natürlich auch, das muss man ja nicht machen. Aber das kann man und das kann auch motivieren, Leute. Also ich zum Beispiel auf Strecken, wo dann so ein Sprint drin ist, dann drücke ich auch drauf und will gucken. Und wenn du dann irgendwie das Trikot gekriegt hast oder bist zumindest in den Top 10 oder irgendwie sowas, dann ist das ja voll die Motivation. Und genauso ist es dann irgendwie auch mit den Leveln. Und dann, keine Ahnung, folge ich Ingo Quendler bei Swift und gehe auf sein Profil und sehe, Alter, der ist Level so und so. Das ist ja krass. Und dann siehst du ja auch, wie viel Kilometer ist der insgesamt schon gefahren, wie viel Höhenmeter und all sowas. Das ist ja schon irgendwie cool. Das motiviert, das ist irgendwie eine Community. Und ja, davon lebt das, ich sage jetzt mal, Spiel in Anführungszeichen dann auch. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, sie werden ja wahrscheinlich kalkulatorisch das so berechnet haben, dass alle, die 50 haben, jetzt 100 haben oder zumindest kurz davor sind. Und dass wahrscheinlich das Niveau, wie es jetzt ist, wo du sagst, oh geil, der hat ja schon Level 50, so ist wie jetzt wahrscheinlich, oh geil, der hat ja schon Level 90. Ich glaube, sie werden es hoffentlich ganz gut austariert haben, dass dieses Gefühl bleibt. Und trotzdem du schnelleren Progress machst, weil eins ist klar, ich fahre echt viel Zwift über den Winter. Und was habe ich denn geschafft? Von 35 auf 38 im letzten Winter oder sowas? Okay. Und das mit, also weiß ich nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Oder von 30 auf 37, 38 bin ich vielleicht hoch. Das ist ja nicht die Welt dafür, dass ich den ganzen Winter gefahren bin und dass das vielleicht am Ende 2.000, 3.000 Kilometer waren auf der Rolle. Ja, wenn man überlegt, dass du da ein paar Socken gekriegt hast. Und die noch nicht mal in echt. Also ich glaube, dass die Leute, die wirklich grinden, grinden ist ja dieser Fachbegriff im normalen E-Sport, die wirklich grinden, bis sie Level 50 haben, da bist du ja mit, da muss ja 30.000 gefahren sein oder irgendwas, kann ich mir vorstellen. Ah, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch gesehen, noch eine Sache, wie man mehr XP verdient ist, wenn du jeden Tag jetzt fährst. Dann verdoppelt sich das dann, glaube ich, auch nach dem Update. Stimmt, da ist so ein Streak-Ding dabei. Genau, das habe ich nicht verstanden. Ja, ich glaube, wenn du halt eine Woche, also jeden Tag hintereinander fährst, dann kannst du, also wenn jemand in der Woche eine halbe Stunde jeden Tag fährt, dann verdient er vielleicht sogar mehr als einer, der dreimal drei Stunden fährt oder so. Irgendwas habe ich, das habe ich auch gesehen und der Dropshop, den haben sie jetzt auch verändert. Ich weiß zum Beispiel, das ist ein Freund von mir, schöne Grüße an Stefan, der wartet da drauf, sein Pinarello freischalten zu können und muss auch einen bestimmten Level erreichen. Was er in echt hat dann, Ja, ja, und das glaube ich, ist auch, ja, da bin ich immer gespannt. Muss man jetzt mal gucken, ob er es nach der Umstellung kriegt oder ob er noch ein paar Level weiterfahren muss. Weil das, sie machen wohl auch diesen ganzen, diesen Schweißpunkte-Shop, den machen sie wohl auch komplett neu. Der mich auch gar nicht mehr so richtig interessiert. Ja, bei mir auch nicht. Bei mir sind jetzt fast fünf Millionen Schweißtropfen. Wenn da welche haben wollt, ruft mich an. Warum das denn eklig? Also ich bin da letztens tatsächlich mal durch diesen Shop durchgestöbert, diese Schweißtropfen-Dings. Da hätte ich mir gerne, wenn man da mal so ein Trikot sich kaufen könnte, fände ich es auch cool. Du kannst ja nur entweder ein Fahrradrahmen oder Laufräder kaufen. Fahrradrahmen interessiert irgendwie nicht so richtig, wenn du dein eigenes, also ich habe jetzt das Glück, dass ich zum Beispiel mein S5 da drin klicken konnte und fahre meistens sowieso mit dem Tron-Bike. Das finde ich übrigens auch, das finde ich auch eine geile Challenge mit den 50.000 Höhenmetern. Die finde ich auch gut, dass sie so hart ist. Aber sonst, also da müssten dann die Stinkesocken eigentlich auch klickbar sein. Und das ist auch wirklich, finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, dass du manche Bikes erst bei manchen Leveln freischalten kannst. Also zumindest, wobei es jetzt wohl so sein soll, nach dem Update, dass sie das schnellere Equipment dann in den höheren Leveln erst freischalten. Dass sozusagen dieser Anreiz, den nächsten Level zu erreichen, auch nochmal größer wird, weil du sagst, okay, ich kriege die schnelleren Laufräder. Das, wobei ich auch da nicht so drin bin, ich verlinke das mal unten mal, dieses Update von Zwift Insider, die haben das sehr gut aufgearbeitet, auch mit dieser Tabelle, die ich hier im Hintergrund durchlaufen lasse. Also die machen ja auch so Tests, welcher Rahmen ist wie schnell und auf Gravel, was fährt man da und so weiter. Und das ist tatsächlich ja was, was mir auch schon wieder too much ist. Ja. Was mich sogar auch ein bisschen in der Vergangenheit genervt hat, wenn wir so ein Zwift Event hatten oder du fährst, was weiß ich, irgend wirklich mal ein Rennen mit, was durch den Dschungel geht und du musst vorm Dschungel vom Rennrad aufs Mountainbike wechseln, weil du sonst keine Chance mehr hast. Also das war so, definitiv so, du bist vorher auf Asphalt mit dem Rennrad oder du fährst mit dem Rennrad auf dem Gravel rum und fährst auf einmal nur noch 25, nimmst das Mountainbike, fährst 30. Also es ist nicht so, dass dir irgendwie ein halbes kmh fehlt, sondern 5. Das fand ich auch irgendwie immer doof, dass man dann irgendwie einen Radwechsel machen muss, um dann mithalten zu können mit der Gruppe und solche Sachen. Naja, so funktionieren Videospiele einfach, ne? Das ist ein bisschen schade, aber irgendwie ja auch, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal, ich glaube auch nicht, bis Level 60 ging das ja jetzt, Zwift, dass die Leute, die Level 60 sind, direkt auf Level 100 sind, weil für die, die haben ja nichts gewonnen dann dadurch. Ja, ja. Es muss ja irgendeinen Anreiz geben, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Also da, was da bei mir rauskommt, wird spannend. Also ich weiß gar nicht. Ich habe heute, hat mich bei Zwift einer angechattet, ja, nach dem Update funktioniert sein Wahoo nicht mehr richtig irgendwie, keine Ahnung. Also während der Fahrt habe ich nur so einen, wenn dich jemand, der dir folgt, dir schreibt, hast du ja so ein oranges Fenster auf einmal, das dir einer geschrieben hat und ich konnte gar nicht so schnell antworten. Das heißt, es scheint ja Leute schon zu geben, die das Update haben. zumindest auf Windows vielleicht oder so. Ja, schauen wir mal. Na gut, wo wir bei Zwift sind, noch ein bisschen Werbung für unsere Zwift Events. Du hast das ja eben auch schon am Ende so ein bisschen angesprochen. Ja, tatsächlich auch das erste Mal, dass ich jetzt hier im Podcast sagen kann, die Zwift Events finden alle statt. Ich habe zwölf Events geplant. Ihr könnt euch zu jedem Event, also ich verlinke das unten beziehungsweise ich sage euch das jetzt zwift.enjoyyourbike.com dann kommt ihr auf unsere Seite und dann gibt es eine Seite bei Zwift selber, wo ihr alle Events untereinander seht. Tatsächlich im Moment, um euch da anzumelden, müsst ihr irgendwie das über den Browser machen. Also früher war das ja so, du klickst auf so einen Event-Link und kannst, dann wirst du automatisch in die App geleitet, wenn du das übers Telefon machst. Jetzt musst du dich irgendwie bei Zwift anmelden im Browser und da dann auf das Pluszeichen drücken, damit du mitmachen kannst. Jeder, der mitfährt, kriegt das Enjoy-Your-Bike-Trikot, wenn er dann das Event bis zum Ende durchfährt. Und auch hier läuft ein Screenshot zwischendrin hinten mal durch. Richtig cool. Wir haben jetzt den einen Tag 450 Leute. Hammer. Hammer. Und witzigerweise, im Gegensatz zu den letzten Jahren, werden unsere Events auch in der, also offiziell angezeigt in der Companion-App. Also auch für die, die nicht den Link haben. Hatten wir schon drüber gesprochen, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden. Ja. Ich bin bei gut. Ähm. Ich habe erst das Gefühl gehabt, Mensch, lieber privat unter uns bleiben und finde es jetzt aber auch cool. Ja. Also es ist natürlich ein bisschen witzig, dass auf einmal amerikanische, japanische und sonst wie Flaggen mitfahren, die sonst nie mitgefahren sind. Ähm. Aber im Discord hat sich nichts geändert und was halt cool ist, der ein oder andere stößt noch dazu, den man vorher nicht gekannt hatte. Ja. Es sind ja trotzdem überwiegend Europäer, Deutsche, die zu der Zeit fahren, wo wir fahren, wegen der Timezone und so weiter. Und jetzt im Nachhinein finde ich es auch richtig cool. Ja. Und, ähm, Discord auch immer voll, mit Leuten, also das, äh, die Events machen echt richtig Bock. Jetzt das nächste am Sonntag wird, wird ein Brett. Das ist auch eine, ich habe jetzt viele von den neuen Strecken reingenommen, damit die Leute ihre Badges verdienen können und ich selber habe auch Bock drauf, die zu verdienen. Und, äh, da ist jetzt diese 41 Kilometer Strecke, ach, wie hießen die noch? Ähm, da geht es jetzt ein, sonst gab es ja immer Road to Sky, um Albtil Zwift hochzufahren und jetzt gibt es Watopia Accelerate to Elevate. Äh, 41 Kilometer und was an der Strecke ganz cool ist, du fährst erst flach und bist warm, also noch wärmer als vorher mit den 20 Kilometern, dass du dich schön warm fahren kannst, schön flach dahinballern kannst und fährst dann den Albtil Zwift hoch als letztes. Ich glaube, das ist dann eine Bergankunft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich habe jetzt, äh, für die nächsten Events halt wirklich einen schönen Mix an, an Brett und immer mal wieder was, was für jeden machbar ist. Und auch da nochmal alle, der Tipp an alle, fahrt einfach mit. Und wenn jetzt ihr Albtil Zwift euch far too much ist und ihr da keinen Bock drauf habt, also, das Lachestück erst fahren und dann tschüss. Steigt dann nach 30 Kilometern ab. Ja. Also, oder ihr stellt euren Ergometer auf, so wie ich das manchmal mache mit dem Bolt, einfach über den Fahrradcomputer steuern, stellt eure 150, 200, was auch immer Watt ein und fahrt die ganz steady da hoch und lasst euch da nicht mitreißen. Und was halt wirklich, was mir am meisten Spaß macht an den Events sind die, sind, weil ich ja im Discord auch immer noch ein bisschen länger drin bleibe, sind dann wirklich immer die Kommentare, ja ohne euch wäre ich da jetzt gar nicht so lange gefahren. Ist ja geil und die Zeit geht schneller rum und so weiter. Ja. Und du warst ja beim ersten auch dabei. Genau, das war der erste, der ganz erste geplante, der ist ausgefallen. Der ist ausgefallen, genau. Beim ersten war ich dann dabei, beim zweiten hatte ich schon Corona. Das ist jetzt der dritte? Genau, jetzt kommt der dritte, ja. Und ich habe auch, wie gesagt, einen habe ich im Februar mit 28 Kilometern und 100 Höhenmetern, wo man sich das Trikot verdienen kann, wenn man auch nur unter einer Stunde fahren will. Ja, super. Ah, ich habe übrigens auch kurz vor Corona den ersten in der freien Welt mit dem Enjoy-Your-Bike-Trikot gesehen. Richtig cool. Also auf Zwift? Ja, ja, genau. Und in der freien Welt, sag ich schon. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, Raul, das Trikot gibt es ja auch in echt. Nee, ich meine, nicht im Real-Life, schon im Fake-Life, aber in der freien, also in der freien Fahrt. So. Richtig, richtig witzig. Ich habe es auch ganz, ganz spät erst gesehen und dann kann man ja immer noch so auf die Namen klicken und dann so ein Write-On. Und ja, die Person hat es auch, ich habe den Namen vergessen, würde ich jetzt auch nicht sagen, wahrscheinlich, aber genau, habe auch Write-On zurückgekriegt. Das ist ein cooles Gefühl irgendwie. Das ist schon schön. Aber wie witzig, dass das so verschwimmt, ne? Ja, die freie Welt. Also, das Echte und das Virtuelle, okay, wir sind keine, ja, das ist für uns das Gleiche. Ja, fast. Aber ich merke auch wirklich, das Indoor-Fahren, wo das vor, also die letzten Jahre auch bei vielen Freunden von mir noch so richtig verpönt war. Kennst du auch diesen Begriff? Siv statt Zwift. Nee. Hast du schon mal gehört? Ja, also Leute, so habe ich auf jeden Fall auch ein paar bei Strava, die fahren dann regelmäßig bei echt blödem Wetter, kalt und dreckig und alles und anstatt dann zu Zwiften, finde ich auch lobenswert. Also gebe ich auf jeden Fall Kudos für. Aber ich merke auch, dass das Rollentraining an sich und Zwiften bei vielen Leuten mittlerweile angekommen ist. Also kein Thema mehr sozusagen. Es ist halt more convenient. Ja. Du bist halt mal eben schnell morgens um sieben auf der Rolle, wo es draußen noch dunkel ist und du sonst, haben wir ja letztens mal schon drüber gesprochen, wir beide, eine halbe Stunde bist du ja am Machen, nur um an- und auszuziehen und sauber zu machen und so weiter. Es macht mittlerweile, finde ich, Bock. Also egal, also sagen wir mal so, ich habe jetzt einen, das mache ich ja auch manchmal, so ein spontanes Event, das ich in den Discord reinschreibe hier über unseren Enjoy Your Bike Club. Das ist der Link, wer hat Bock mitzufahren? Weil ich am Samstag auf meinem Trainingsplan stand halt, draußen war alles glatt und Schnee und da stand halt zwei Stunden Grundlagenausdauer. Und ich habe gesagt, okay, das war schon mit, ich glaube, wir waren hinterher 20 Leute, 22 oder sowas. Das war mit den 22 Leuten schon zäh und ab und zu im Discord mal ein bisschen quatschen, da haben wir auch über Jan-Ulrich Podcast, über Jan-Ulrich Doku gesprochen und sowas. Dadurch wurde es ja ein bisschen kurzweilig. Aber es war trotzdem zäh und definitiv, die zwei Stunden alleine werden trotz Netflix-Serie vielleicht, werden richtig kacke geworden, glaube ich. Also das ist schon und das möchte ich, dazu möchte ich auch nochmal aufrufen, macht das einfach. Wenn ihr bei uns die Zwift-Rides mitmacht und sowieso in dem Discord seid, ich habe da jetzt extra einen so einen Kanal erstellt, persönliche Zwift-Events. Jeder von euch kann, glaube ich, einen Zwift-Club anmelden. Dann klickst du dich da so ein bisschen durch. Event, kannst du dir eine Strecke aussuchen, wie lange du fahren willst, kannst du es auf Dauer stellen. Ich habe es da jetzt auf zwei Stunden gestellt, statt einfach eine Strecke zu finishen, einfach gesagt, 120 Minuten. Und dann fragt ihr, ob jemand mitmachen will und das habe ich jetzt einmal gemacht. Das hat ein anderer auch nochmal gemacht. Steht jedem frei, das zu machen. Cool. Das wäre ja eigentlich cool, wenn da jeden Tag, wenn man weiß, dann und dann Zwiftig, mache ich mal eben so einen Link fertig, zack, reinposten, die anderen melden sich an, fahren mit. Und selbst wenn du nur zu dritt oder zu viert bist, ist es besser als alleine. Ja, was man auch bei anderen motiviert, dann ist ja auch cool. Wenn ich das sehe und ich habe Zeit, dann überlege ich auch, ja, kann ich auch mitfahren. Ja, ganz spannend. Also das, und jetzt noch mal so ein bisschen Nähkästchen, Wahoo ist jetzt auch schon wieder ausverkauft. Es ist jetzt, glaube ich, das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, so wie wir als Geschäftsleute hier sitzen und uns überlegen, ja, wie viele Rollentrainer bestellen wir denn mal für den Winter? Letztes Jahr lief das gar nicht, weil im November weiß ich noch, dass ich eigentlich bis in den Anfang Dezember rein easy draußen fahren konnte. Das war immer trocken, musste mich ein bisschen Wärme anziehen, aber das war's und dieses Jahr ist mal gar nichts. Der ganze November verregnet und jetzt haben wir hier die ganze Zeit Schnee und Matsch und ich für meinen Teil hätte so von der Temperatur schon Bock draußen zu fahren, aber unter Null mache ich nicht mehr, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin jetzt so in dem Alltag, wo ich echt Schiss habe, einfach vor diesen Stürzen. Also ich weiß nicht, also da, hab da auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, war alles trocken und dann Minus und dann eine Eisscholle, von der du nichts wusstest, ist hinter so einer Kurve. Also deswegen, da bin ich jetzt momentan einfach so, das kriege ich nicht hin. Also unter Null würde ich fahren, wenn ich weiß, okay, es hat jetzt mal drei Tage nicht geregnet oder es war vorher wirklich trocken und es wird kälter, dann kann man es vielleicht machen, aber... Aber sowohl Gravel als auch Rennrad? Na, Gravel würde ich schon eher machen, wenn ich weiß, es ist trocken und jetzt im Schneematsch auch nicht, macht mir keinen Spaß, weil du ja trotzdem, du musst ja trotzdem aufpassen und ich bin jetzt auch nicht der, ich habe auch nicht die Ultraskills, das muss man noch dazu sagen und die letzten Wochen, das Wetter war wirklich so, wo ich dachte, okay, Asphalt, der ist dann morgens angefroren, tagsüber matscht es ein bisschen, könnte man wahrscheinlich fahren, aber dann macht es auch nicht so einen Spaß, weil du ja langsam fahren musst. Du kannst ja nicht einfach so blind vor dich hinfahren und sagen, okay, ich mache jetzt mal ein richtig schönes Training und im Gelände war es ja so, plattgetretener Schnee ist auch immer die Hölle. So ein frischer, schöner Schnee, da hätte ich schon Bock drauf. Oh, mega. Also wirklich, ich lag im Bett und habe auf Instagram gesehen, wie so viele Freunde von mir irgendwie im Schnee fahren und ich war so neidisch. Also das ist echt eine Sache, aber dann auch nicht so aus Trainingssicht, sondern einfach sozusagen Spaß haben im Schnee und da macht mir das dann auch nicht so viel aus, wenn ich dann mal hinfalle so. Genau, also das geht und aber das geht auch nur den einen Tag, wo nicht die Horde Menschen alles plattgetreten hat. Ja, stimmt schon, ja. Also ein Deister zum Beispiel, es ist so, da hat man auch schon die erste Spur zu ziehen im Deister morgens, ganz früh, bevor alle anderen da waren und danach, wenn es plattgetreten ist, es ist ja wirklich fast wie eine Eisfläche. Naja. Dann macht das mit dem Schlittenbock wieder. Ja, stimmt. Ja, ganz spannend auch zum Thema Zwift noch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder ob du das auch mitbekommen hast. Die haben, Wahoo hat das RGT abgeschaltet. Ja, nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe den Link von dir gesehen. Krass, ich wusste auch nicht, dass Wahoo das gehört, RGT, ehrlich gesagt. Ja, Wahoo hat ja zwei Trainingsplattformen gekauft. Einmal diese normale war, glaube ich, SafaFest. Wenn ich das richtig verstanden habe, SafaFest. Und die wurde dann umbenannt in Wahoo X. Und die Plattform haben sie auch behalten, weil das ist ja eine reine, wenn ich es richtig verstanden habe, eine reine Trainingsplattform. Also da kannst du dich anmelden, kriegst Trainingspläne und fährst halt nicht in der virtuellen Welt, sondern fährst da in Intervalle ab. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt mittlerweile auch, ob man da Videos im Hintergrund, ich glaube, man kann Videos im Hintergrund laufen lassen, wo man lang fährt. Ich weiß es gar nicht genau. Und dann gab es ja eigentlich, fand ich, über Maiwush haben wir hier mal gesprochen. Die sind ja jetzt, die haben die UCI-Weltmeisterschaften gemacht. Die hattest du ja mal ausprobiert. Bei mir ist es noch nicht der Funke übergesprungen, dass ich Bock habe, die auszuprobieren. Also irgendwie, und nachdem du erzählt hast, das ist ein bisschen buggy, schon mal gar nicht. Also das, und dann gab es eigentlich nur noch so als Competitors, die so ein bisschen Real-World-Avatare durch die Gegend fahren lassen. Da war es ja eigentlich nur noch RGT und, und Ruvi. Und ich meine, dass, 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 Tux, glaube ich, so eine eigene Software noch hat, die aber nur auf Windows läuft, die vielleicht, die, glaube ich, auch noch ganz geil ist, aber. Aber hast du RGT mal ausprobiert selber? Nee, aber das wäre eigentlich das, was ich am ehesten hätte mal ausprobieren wollen, aber auch nie gemacht habe. Ja, ich habe es am Anfang gemacht, weil das war ja komplett kostenlos auch, was cool ist, aber ja, da fehlen dann halt auch irgendwie, ich sage mal, wenn man dann sowas wie Swift mal gemacht hat, fehlen dann irgendwie dann auch wieder die Features und so. Es gibt halt, jede Plattform hat dann so eine Sache, wo ich sagen würde, oh ja, das ist aber cool. So wie bei MyWooch zum Beispiel, dass du dann ständig siehst, in welcher Zone fahre ich und musst dir nicht so ein, also wenn du mal einen FTP-Test gemacht hast und weißt, was ist jetzt irgendwie VO2 Max oder was ist sonst was, wo möchte ich fahren, du siehst das dann live sozusagen, wie so ein Balken, der dann da so rumwandert. Voll die coole Option, aber nur deswegen benutze ich ja die App nicht. Und mittlerweile gibt es so viele Apps und als wir dieses Video gemacht haben zum Indoor-Rad fahren, war auf meinem Zettel eigentlich auch so eine Übersicht geben über die verschiedenen Apps. Nee, habe ich dann doch gelassen, weil ich mir gedacht, ey, das ist so viel Arbeit, das alles da zu durchforsten, was gibt es für Vorteile da und da, das ist vielleicht nochmal ein extra Video irgendwann wert, aber ja, das sieht sich glaube ich aus mittlerweile. Das ist einfach so. Ja, es ist, und ich glaube, was man ja so zwischen den Zeilen jetzt auch schon bei Zwift immer gelesen haben, dass die alle, dass die Monetarisierung, also das ganze Gewinn bringt, so eine Plattform am Laufen zu halten, wohl nicht so einfach ist. Und selbst Zwift mit den ultra, ultra, ultra vielen Usern, die die haben, das heißt, sie haben ja die größte Plattform, selbst die haben ja, ja, ich meine Personal abgebaut ohne Ende. Alleine, wenn ich überlege, dass ich, dass ich, vor zwei Jahren hatte ich hier, hatte ich hier in Deutschland einen Ansprechpartner, die gibt es nicht mehr. Dann gab es einen zweiten, dann gab es noch einen anderen Ansprechpartner, gibt es auch nicht mehr. Also es gibt jetzt nur noch das Headquarter in Amerika, da wurden Stellen gekürzt ohne Ende. Also es ist scheinbar nicht so, dass das ein Selbstläufer ist. Und die anderen Plattformen, die eben nicht diese, Mengen an Subscribern haben, für die ist es ja, ist es ja noch schwieriger. Und Maiwush ist ja tatsächlich auch nur da, weil United Arab Emirates, da steckt halt richtig viel Ölgeld drin am Ende des Tages, wie in dem Team auch. Also will ich jetzt gar nicht wertend sagen, aber das ist ja, da wird ja viel Geld reingepumpt. Und ich kann mir vorstellen, dass die alle nach und nach wahrscheinlich, dass es da Zwift erfolgreich geschafft hat, sich zu etablieren. Und dass die, dass ich sehe Maiwush da nicht, weil wie gesagt, der Funke springt bei mir persönlich nicht über und ich bin eigentlich immer für Neues zu haben und brauche immer das Neueste und teste das natürlich auch gerne hier in Videos und so. Und ich habe nicht das Gefühl, dass, weiß ich nicht, dass da irgendwann eine Chance besteht, OCI-Weltmeisterschaft hin oder her. Das kannst du ja auf alles übertragen. Also ich meine, letztendlich Maiwush wird irgendwann Geld kosten. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Also die werden ja nicht für immer sponsoren. Das ist ja wie, ich baue jetzt irgendwelche Autos, baue aber nur ein Auto und dann mache ich die Firma wieder platt. Wer macht das denn? Also ist ja cool. Ja, dann gibt es Zwift auf einmal. Das ist das Gleiche wie mit Adobe oder sonst was, wo du aber musst abschließen musst. Ja, Photoshop ist cool, aber das reicht denen halt auch nicht, wenn du einmal 100 Euro für das Programm ausgibst. Warum sollten die denn noch Updates fahren und so weiter? Ja, ja. Das ist schwierig. Also ich bin auch kein Fan von Abos, aber irgendwie müssen die Leute halt auch leben. Ja, ich bin, wie gesagt, das ist, ich glaube, dass das Zwift, ich war einer, ich war ja Beta-User damals. Ich glaube, meine Zwift-ID, wenn ich die jetzt verkaufen würde, die würde schon richtig Geld bringen. Ich glaube, die ist noch vierstellig? Vierstellig oder fünfstellig? Das wäre auch mal ein geiles Geschäftsmodell. Sowas gibt es ja auch im Videospiel-Kram, dass Leute dann irgendwie so leveln und die Accounts dann verkaufen. Ja, ja. Ja, ich glaube, das geht mit Zwift noch nicht, aber vielleicht sind wir irgendwann da. Zwift-Account verkaufen in dem Sinne ist ja easy. E-Mail-Adresse ändern, Namen ändern. Ja. Angebote an ingo.at.at. Scheuer-Bike.com Richtigkeit. So, wo wir schon bei Software sind. Strava, die machen ja auch hier und da mal Updates. Was halten wir denn davon? Ich habe hier im Hintergrund auch schon auch ein Screenshot drin, wie ich dir eine Nachricht geschickt habe, die du nicht bekommen hast. Ja, ich glaube, mein Handy gibt langsam den Geist auf. Vielleicht muss ich da mal investieren. Hallo André, WhatsApp hast du geschrieben? Ja. Man sieht auch traurig, wie ich offline bin einfach. Chattelplane leg los. Also jetzt hat Strava tatsächlich in der App ein Messenger hinterlegt. Ähnlich wie man es vielleicht von Instagram kennt oder anderen Social-Plattformen. Interessanterweise ist ja so, dass für mich Strava, was meine Fotos, die ich beim Sporthoch lade, wichtiger ist als zum Beispiel eine Plattform wie Instagram, die ja eigentlich für Fotos gedacht ist. Also Strava habe ich schon immer so genutzt. A, ich poste mal schöne Bilder mit rein für mich selber, um nach ein paar Jahren da mit reinzugucken. Das finde ich ganz spannend. Und für Leute, die zugucken, ist es, glaube ich, auch nicht doof, wo man langfährt. Also ich gucke auch selber gerne mir Fotos an. Also ich mag immer, wenn Leute irgendwo langgefahren sind, Fotos, die Schneefotos, von denen du erzählt hast vielleicht auch. Die siehst du ja auch bei Strava vielleicht eher als auf Insta. Also ich habe das sowieso schon so ein bisschen Social-Media-Ding war das ja immer. Und jetzt kommt der Messenger dazu. Was halten wir denn davon? Was hältst du denn davon, Ingo? Ne, du! Ich weiß es gar nicht. Ich habe auch eine Meinung. Ich weiß es nicht, ob das so wichtig ist. Also ich finde, grundsätzlich finde ich es eigentlich nett, wenn ich meinen Freunden da für mich persönlich, wenn ich denen schreiben kann. Auf der anderen Seite finde ich es auch unnötig. Ich benutze Strava gar nicht so mehr mit Fotos. Ich hatte das irgendwann mal angefangen. Und für manche Sachen finde ich es auch cool, wenn man sich zum Beispiel, wenn man eine Strecke plant und die dann wiederfinden will nach einem Jahr. Dann kannst du dich vielleicht eher erinnern, ich war an dem Café, da habe ich ein Foto gemacht. Und dann scrollst du so deine Fotos durch und siehst, ah, das war die Tour, die kann ich jetzt nochmal reinladen. Ja, also wenn ich, ich folge da meinen Freunden so und die kann ich auch anders anschreiben. Ich kann ein Foto irgendwie öffentlich kommentieren und alles. Und was jetzt ein ganz, ganz großes Thema ist, muss man sagen, dass Leute, das ist natürlich keine Dating-Plattform, so ne, Strava. Und das ist ein Ding, wenn du, ja, wenn du, wenn du irgendwie, wenn Fahrrad dein Ding ist und du fährst Fahrrad und möchtest dann irgendwie einen Partner haben, der auch Fahrrad fährt, weil das dein größtes Hobby ist, dann wird da schnell irgendwie, und sowas gibt es natürlich bei Instagram oder sowas auch, ne, dass da irgendwie ständig, ich sage es jetzt einfach mal so, dass Frauen angeschrieben werden, weil das ist ein Thema, wo wir eigentlich natürlich gar keine Erfahrung haben, ne, also so Männer werden in der Regel dann irgendwie seltener mal angebaggert, irgendwie über Instagram oder sonst was. Bei Frauen ist das ein größeres Thema, also das sieht man ja, viele Influencerinnen, die machen das auch öffentlich und schreiben, was sie den ganzen Tag für Dating-Anfragen kriegen und so weiter. Also dir ist es auch richtig, also es ist ja negativ behaftet. Sehr, ja, sehr. Also, ja, genau, die fühlen sich dann halt, ja, bedrängt oder wie auch immer, das gehört sich ja vielleicht, na ja, ist halt schwierig zu sagen, ne, ob es, wenn, ist ja die Frage, wie plump die Anmache ist, in Anführungsstrichen, oder gehört es sich generell nicht? Ja, das ist jetzt voll das komplexe Thema, glaube ich. Wie gehört sich das überhaupt und wie gehört sich und sonst was? und fremden Personen, keine Ahnung, wenn, du würdest ja nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendeiner Influencerin bei Instagram mit 100.000 Followern irgendwie eine Nachricht zu schreiben, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder so, ne? Das ist ja schon mal die erste Sache. Ja, klar, du denkst irgendwie, das ist dann deine Traumfrau, aber die, erst mal die Frau kennt dich gar nicht so, ne? Du bist einer unter 100.000 und da gibt es ganz, ganz viele, die das machen und das wird auch einfach sehr übergriffig schnell, ne? Und, ja, weiß ich nicht, ob Strava das jetzt nötig hat und es gibt, also, dass das Ding ein Thema ist, das sieht man, weil es gibt mittlerweile schon echt richtig viele Memes darüber sogar, und, also, das ist ein aktuelles. Bei Strava jetzt? Ja, also, so bei Instagram und so, es gibt ja so einen Haufen Fahrrad-Meme-Seiten, sage ich dann mal, ne, die irgendwelche, äh, aktuellen Themen irgendwie aufgreifen und da irgendwie so Witze drüber machen, das ist auch, also, das ist auch lustig. Also, die posten dann Screenshots, wie man, wie sie angebaggert werden? Nein, nein, aber irgendwie so ein, so ein, habe ich jetzt gar nicht, gar nichts irgendwie Konkretes. Vielleicht, vielleicht suche ich nochmal was raus und reiche nach. Ähm, aber, ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass Strava das jetzt unbedingt, dass es unbedingt nötig ist, da so private Nachrichten, wo Leute sich ja dann auch eher trauen, irgendwas zu machen. Ähm, na gut, aber das haben sie relativ gut abgeriegelt. Also, so wie ich das verstanden habe, da war ich eher, jetzt im Nachhinein, finde ich es gut, wie sie es machen, aber ich war eher ein bisschen enttäuscht, so nach dem Motto, entweder kann mir einer eine Nachricht schreiben, dem ich folge, das heißt, ich folge jemanden und dem, dem ich folge, der kann mir schreiben, ohne dass er mir folgt. Ja. Oder es ist so, wir müssen uns gegenseitig folgen, das ist die nächste Option, das ist die zweite Option, das heißt, wenn wir uns gegenseitig folgen, dürfen wir uns Nachrichten schreiben, sonst nicht. Und dann gibt es noch die dritte Option, gar keine Nachrichten. Ja. Und mir fehlte eigentlich die Option, mir folgt jemand, lass ihn doch mir eine Nachricht schreiben und ich kann dann akzeptieren, ob ich sie annehme oder nicht. Also, so wie man es bei Instagram, kenne ich es zum Beispiel so, ja, jemand möchte dir eine Nachricht schreiben und dann kann ich auch immer sagen, ablehnen. Theoretisch. Jetzt ist das aber ja meine, meine Influencer-Sicht, weil ich ja bei Strava relativ viele Follower habe, die habe, die ich auch hier über YouTube kenne und die diesen Kanal auch nutzen und ich das auch propagiert habe, ja, guckt, was ich so in Doku-Training, da schreibe ich manchmal was rein, dann folgen mir halt Leute, finden das vielleicht ganz interessant und dann kriege ich in die Kommentare manchmal irgendwelche Fragen gestellt, ja, wann kommt dann und das Video oder ich habe mal eine Frage zum Wahoo oder sonst wie, wo ich gedacht hätte, ja gut, das wäre jetzt auch schön, wenn es als direkte Nachricht käme, dann landet es nicht in irgendwelchen Kommentaren bei mir. Und deswegen war ich erst ein bisschen enttäuscht, ach, schade, dass die dann hätten, Leute mich ja über den Weg erreichen können. Andererseits ist es auch einfach nochmal ein Messenger mehr neben WhatsApp und Insta und was man nicht sonst noch alles hat, SMS. Und jetzt, wo du sagst, ist es ja genau umgekehrt, wäre ich jetzt die Frau, die andauernd angebaggert würde, ja, geht ja gar nicht, das einfach mir eine, drückt einer auf Folgen und schreibt mir dann auch noch. Ja, super schwierig, also das Einzige, was man dann natürlich sagen kann, so checkt einfach die Privatsphäre-Einstellung, wie du schon sagst, so dann, also gibt es halt keine Nachrichten für dich, also kann es halt nicht angeschrieben werden. Ja, die Frage ist, ja. Und wenn ihr wen kennenlernen wollt, dann macht ihr halt Option 2, dann ist es ja im Prinzip wie bei Tinder und anderen Dating-Apps. Wenn ihr euch beiden folgt, dann könnt ihr euch auch eine Nachricht schreiben, dann ist es ein Match, ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich, das ist ja tatsächlich etwas, seit, was bin ich jetzt, fast 15 Jahre verheiratet, keine Ahnung. Und, hast du nichts zu tun mit Dating-Apps? Ich habe das nie erlebt, ja. Also, du wahrscheinlich schon eher mal, aber ich kriege das auch so mit, dass Leute das benutzen. Das ist ja krass, dass ich, dass es etwas gibt in meinem Leben, was ich nie erlebt habe und auch hoffentlich nie erleben muss, weil glückliche Ehe will man ja schon versuchen, irgendwie durchzukriegen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so mein Anreiz zu sagen, komm, ich könnte ja so ein Fake-Account machen, nur um mal drin rumzuspielen, damit ich mal weiß, wie es geht. Aber theoretisch müsste ich mal jemandem über die Schulter gucken, wenigstens. Weil sonst ist es ja auch nichts Echtes. Es ist ja wirklich ein, es ist ja ein kompletter Lebensanteil, der ja gesellschaftlich so, ich meine Tinder ist so fest verankert, dass alle, die Single sind, da würde ich sagen, 90 Prozent der Singles haben es schon benutzt wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie da die Verbreitung ist oder hier Elite-Partner, was auch immer man so benutzt. Und dass das so eine Parallelwelt ist, die ich nie erfahren werde vielleicht. Oder wahrscheinlich. Ah, sei froh. Ja, das ist im Prinzip, das ist ja auch das Gleiche. Da kannst du natürlich auch, die Vorstellung ist, du lernst irgendwie deinen Partner, deine Partnerin fürs Leben kennen da und alles ist ganz toll und die Realität sieht dann auch so aus, da gibt es dann Leute, die machen dich einfach super plump an. Und wenn du gerade als Frau dann einfach eine Absicht hast, irgendwie echt jemanden zu finden, dann ist das einfach sau übergriffig teilweise da. Und letztendlich ist es dann, das ist auf jeder Plattform so. Ist ja auch auf Instagram oder sonst was. Ja, großes Thema auf jeden Fall. Aber finde ich auch wichtig, darüber zu sprechen und einfach ganz klar zu sagen, so ja, wenn ihr das nicht haben wollt, dann checkt die Privatsphäre-Einstellungen. Ja gut, das ist so. Bei mir ist es ja aufgepoppt, bei dir noch nicht. Ich weiß auch nicht, es kann auch sein, dass sie das trotz Software-Update nach und nach erst ausrollen, dass du es nicht sofort bei dir siehst. Es kann sein, dass ich es relativ schnell gesehen habe, weil ich irgendwo bei Strava auch mal mit denen Kontakt hatte direkt, dass ich vielleicht auf so einer Liste stehe, dass ich so ein Feature schneller kriege als andere. Keine Ahnung. Da fällt mir gerade ein, dass ich mein iOS auch seit drei Jahren nicht aktualisiert habe oder so. Vielleicht mal die Tastrophe. Oh, okay. Und deswegen, wenn du diese Funktion kriegst, dann kriegst du sofort ein Fenster, dass du dir das einstellst, wie du es gerne hättest. Und witzigerweise hat das hier, Grüße nach Amerika an Holger, der war der Erste, der mir eine echte Nachricht geschickt hat heute Morgen. Ich glaube, er hat es auch nur getestet und hat mich ausgesucht und hat gesagt, ich schreibe den mal. Und selbst das war noch so, dann stand da Holger, ich weiß noch nicht mal, Holger K., will dir eine Nachricht senden? Akzeptieren? Ja, nein. Also auch selbst, obwohl wir uns gegenseitig gefolgt haben, musste ich erst noch bestätigen. Also das haben sie schon sehr gut abgeschlossen. Und ich meine die Idee dahinter und um das jetzt auch um Strava da nochmal vielleicht ein bisschen abzugrenzen von Insta und Co. Ich glaube nicht, dass deren Ansinnen ist zu sagen, hier, ich mache jetzt mal eine fette, fette Kommunikationsplattform daraus, sondern das, womit sie auch werben und was ich jetzt auch gesehen habe, und das habe ich auch hier im Screenshot drin, und ich glaube, dass, was am ehesten Sinn macht, ist streckend sich, dass sie ihre eigene, dass du deine Strava-Routen teilen kannst. Okay, ja. Und das war jetzt das, was ich hier als Screenshot für ihn auch an dich geschickt habe, was du bis jetzt noch nicht gekriegt hast. Mal gucken, ob du das nachträglich noch kriegst. War tatsächlich, ich konnte auf Route klicken und dann waren da bei mir tatsächlich nur zwei Routen drin, da ist da Extrem und noch irgendwas, weil ich ja Strava gar nicht für Routenplanung nutze. Ja. Und dann konnte ich halt diese Route an dich rüberschicken und ich glaube, das ist am ehesten, ich glaube, das ist momentan die Idee dahinter. Ich glaube, so weit, dass sich Leute gegenseitig anlagern, haben dich gar nicht gedacht. Ja. Und das ist ja tatsächlich der einfachere Weg, wenn du dein, wenn du privatsphäremäßig deinen Channel offen hältst und die Leute folgen dir einfach und schreiben dir Kommentare drunter. Ich glaube, dann ist das ja wahrscheinlich der einfachere Weg. Ich meine aber auch, dass Strava da auch privatsphäremäßig auch sehr gut ist, wenn du nicht willst, dass irgendwas, irgendwer was sieht, du kannst alles abschließen. Kannst sagen, ja, folgt mir nicht oder fragt an, ob er mir folgen dürft und so weiter. Also das, ich glaube, das machen sie ganz gut und das mit dem, ich glaube, die sind eher so, vielleicht ist das auch wieder ein Schuss gegen Komoot. Ja, Komoot, sowas hast du noch nicht. Wenn man deine Strecke teilen will, muss man eine E-Mail oder eine SMS oder irgendwas schicken. Hier, wir können das innerhalb der App. Ja, du kannst bei Komoot einfach einladen, ne? Ja, aber du musst, ich finde, also ich finde das Einladen, ach stimmt, du kannst einladen, ja. Das ist eigentlich relativ easy. Stimmt, wenn du deinen Follower, ja, ja, stimmt. Das ist ja auch ein direkter Weg. Ist ja noch easier, als eine Nachricht zu schreiben. Stimmt. Stimmt, den Weg gibt es ja, ich muss ja gar nicht einen Komoot-Link verschicken. Hast recht. Naja. Und bei Strava, war es vorher, glaube ich, echt so, da musstest du auf das Profil, also du musst mir in echt sagen, hier, die Strecke ist bei Strava und ich gehe dann auf dein Profil, wenn das freigeschaltet ist, dann gehe ich auf deine Strecken und suche mir die raus und speichere die, ne? Ich glaube auch, dass am ehesten ist das wahrscheinlich das, was sie machen wollen. Da ist ja, dass sie, ich glaube, sie sehen auch nicht viel Land in Sachen Routing. Weiß nicht, siehst du im Freundeskreis Leute, die Strava fürs Routing benutzen? Ich habe schon öfter jetzt gehört, dass Leute das manchmal zum Rennradfahren benutzen. Letztendlich, ja, die haben diese Heatmaps da ja, das war auch mal ein dickes Update, ne? Dass man da sehen konnte, wirklich, wo fährt, fahren Leute oft lang und so werden die Strecken dann gemacht, aber ja, letztendlich ist das ja bei Kopenhut auch gegeben, ne? Also ich kriege ja auch eine Strecke, die dann oft gefahren wird, glaube ich zumindest. Will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber, ja, okay. Gut, jetzt kommen wir zum Feedback zu, zu einer der letzten, ich glaube, die vorletzte Sendung war es mit Rogar Mielenk, wo wir das Thema Wattmessung einfach erklären wollten. Ja, ich habe es noch nicht gehört oder gesehen, deswegen, ja, ich weiß von noch nicht so viel, was da passiert ist. Ja, die Idee hinter dem Podcast war, wo könnte der Wattmesser für den Otto-Normalverbraucher in Anführungsstrichen Sinn machen oder warum macht er Sinn, auch wenn ich jetzt nicht ambitionierter Athlet bin und ich meine, ich würde da irgendwo die Grenze ziehen zwischen Leuten und da meine ich nicht die Leute, die ab und zu mal irgendwie ein Jedermann-Rennen fahren und da vielleicht sogar die erste Gruppe halten können und sonst wie, das sind für mich alles noch Hobbysportler und dann gibt es ja irgendwo diese Abgrenzung, wo du in Richtung Athlet gehst, da zähle ich vielleicht den Hobbysportler dazu, der sich so viel Mühe macht, zum Beispiel, um sich für Hawaii zu qualifizieren. Im übertragenen Sinne gibt es das auch bei anderen Sportarten, was weiß ich, vielleicht mal qualifizieren für den Boston-Marathon, was auch immer, wo ich sage, okay, da geht es vielleicht schon ohne Trainer nicht mehr und da hast du vielleicht auch leistungsmäßig, musst du professionell vielleicht betreut werden, um FDP-mäßig vernünftig trainieren zu können und das war so die Abgrenzung. Haben wir einen schönen Podcast gemacht, wo Roger und ich da viel drüber geredet haben, ja, kann dir helfen, deine Wattmess, dass du irgendwann weißt, dass du ein Gefühl dafür kriegst, 170 Watt kann ich vielleicht über ein paar Stunden treten, aber 200 vielleicht nicht, da bonke ich dann vielleicht nach zwei Stunden, keine Ahnung und ich meine, viele von uns und ich selber habe den Wattmesser auch so benutzt, ohne FDP-Test, ohne alles und irgendwann mal, was weiß ich, einen Berg hochgefahren, was ich nehme mal den Brocken hier in der Nähe, wo du sagst, okay, ich fahre mal den Brocken so schnell hoch, wie ich kann und dann guckst du hinterher bei Strava das Segment an und siehst, ah, ich habe 240 Watt im Durchschnitt getreten und dann weißt du irgendwann auch, das ist vielleicht so ein ganz gutes Tempo, wenn ich den nächsten Berg hochfahre, fahre ich 240 Watt ungefähr plus minus und dann komme ich da gut hoch und bin auch schnell. Das ist vielleicht auch ungefähr meine Leistungsgrenze und wenn ich mich da drunter bewege und so weiter, kriegt man halt irgendwo ein Gefühl für, haben wir sehr, sehr viel drüber gesprochen und in dem Thema ist halt auch das Thema FDP-Test aufgekommen, eigentlich mit dem Fazit, wo ich dann am Ende auch gesagt habe, jetzt haben wir da ganz viel drüber gesprochen, aber eigentlich wollen wir ja den Leuten an die Hand geben, nein, ein Wattmesser macht auch Sinn ohne FDP-Test und dann gab es ganz, ganz viel Feedback, weil, ja, weil halt Leute kritisiert haben, wie Roger das Thema FDP-Test angegangen ist, hauptsächlich, ne, da ging es halt darum, ja, was ist ein FDP? Roger hat halt gesagt, es ist die Leistung, die man eine Stunde fahren kann ohne zu Ermüdung oder ermüdungsfrei, also wir haben dieses Wort Ermüdung benutzt, wo ich dann gesagt habe, ich dachte immer all out, das heißt, wir hatten zwei Begriffe im Raum, all out und ermüdungsfrei in Anführungsstrichen und beides wäre nicht richtig, also in Anführungsstrichen, also je nachdem, wie man Ermüdung definiert und dann gab es viele, viele Kommentare, auch konstruktiv, teilweise konstruktive Kommentare, aber mit abschätzender, ja, mit abschätzendem Tonfall, was ich nicht so schön finde und einer der Kommentatoren, der da auch ein Hauptinitiator war, der wird sich sicherlich jetzt auch angesprochen fühlen, tut mir leid, der hat halt auch immer wieder drauf rumgehackt, ne, also dann hat der Nächste geschrieben, ah, ich fand das aber nicht richtig mit dem FDP-Test und ja, ja, ja und haben wir auch schon und aber der lässt sich ja nicht belehren und Worte wie, weiß ich nicht, überheblich oder was auch immer oder oder selbstverliebt und sonst wie, das kann man sich einfach mal sparen. Ah, das ist schon, ne, das nervt, also das ist ja typisches Trolling beziehungsweise typisches Social Media anonym, ja, ich schreibe mal, der Typ ist ein Arsch, ohne dass mir einer, was ich im echten Leben nie machen würde. Ja, solchen Leuten will ich eigentlich gar keinen Platz geben, gar nicht drüber reden, und wir reden ja jetzt eher allgemein darüber, über so Trollen, ne, das ist einfach doof. Ja, aber, also auch der, der sich jetzt vielleicht angesprochen fühlt, der dann immer wieder und immer wieder und immer wieder, ne, das ist nicht der richtige Weg, der richtige Weg ist, einmal konstruktiv seine Kritik zu äußern und zu sagen, ja, lieber Roger, vielleicht hast du das falsch verstanden, ich verstehe das so und das dann auch und nicht erst noch fünf Nachfragen, sondern dann wirklich sagen, okay, das sind die Punkte, die könnten falsch sein, die hast du falsch dargestellt, was ja sein kann. Das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass Roger und ich bestimmt eine Stunde schon telefoniert haben, weil wir uns das zu Herzen genommen haben, dann war auch irgendein Kommentar, der geschrieben hat, ich hätte ihn nicht zu Wort kommen lassen, also, ich ihn nicht, dann gab es einen zweiten Kommentar, der hat geschrieben, er hätte mich nicht zu Wort kommen lassen und solche Sachen, dann höre ich mir den ganzen Podcast an und wir waren so und das trainiere ich auch, ich trainiere auch, dass ich den Leuten nicht ins Wort falle und dann höre ich mir den Podcast im Nachhinein und bin dem nicht einmal ins Wort gefallen und umgekehrt auch nicht. Sehr respektvoll, immer zu Ende reden lassen, den Gedanken zu Ende bringen lassen, wo ich auch denke, warum schreiben die das und dann, wie gesagt, der andere hat, der hat auch nett geschrieben, hat dann, er meinte das gar nicht so, er meinte irgendwas anderes, egal, fand ich aber, tatsächlich nimmt man sich das dann doch zu Herzen, weil man ja eine schöne Sendung produzieren will, gerade eine, wo man einen Gast dabei hat, wo man vielleicht auch ein abgeschlossenes Thema in sich, wo man sagt, okay, das ist auch mal was, was man sich in zwei Jahren nochmal anhören kann, also was ja auch passen muss. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, gab ja auch immer Kritik, dass du viel weniger Redezeit hast als ich. Ja, mein Gott, das wird sich einfach einspielen, so, ne, ich bin jetzt auch noch nicht so Medien erfahren, wie, du machst ja schon ein bisschen länger Podcasts auch, ne, ich versuch's, ich glaube, heute ist es ausgeglichener schon als beim letzten Mal. Ja, kommt doch immer auf die Themen an, es gibt manche Themen, da kannst du einfach viel drüber erzählen, bei manchen kann ich dann vielleicht mehr sagen, ne. Ich hoffe auf den Shimano-Rückruf, ist der nächste Punkt, jetzt muss ich natürlich hier viel erzählen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, trotzdem, danke an die Konstruktivität in den Kommentaren und selbst in den Kommentaren von den Leuten, die vielleicht die Wortwahl nicht richtig gewählt haben, es war ja trotzdem oft eine konstruktive Kritik. Roger hat auch reagiert, hat das nochmal dargestellt und wir haben tatsächlich jetzt den, oder Roger hat den Alan Hunt, von dem dieser ursprüngliche FDP-Test mal stammte, auch nochmal angeschrieben und meiner auch. Wer hat den erfunden, oder was? Ich glaube, zumindest aus seinem Buch, das ist eins der Bücher, ob er den jetzt wirklich erfunden hat, weiß ich nicht. Nicht, dass ich jetzt wieder hier einen Shitstorm kriege. Der hat das gar nicht erfunden und bla bla. Also, ich gehe das jetzt mal, ich habe hier ein paar Sachen auch gelb markiert aus seiner E-Mail. Ich glaube, dass Roger nicht so verkehrt lag, dass man es aber falsch verstehen konnte und ich glaube, dass auch gleichzeitig da draußen eine andere Vorstellung vom FDP-Test momentan kursiert, als er eigentlich wert ist. Und dass der FDP-Test, so wie wir ihn zu Hause machen, auch von der Aussagekraft, nicht auch sehr beschränkt einsatzfähig ist. Klar. Ich weiß nicht, du hast auch einen FDP-Test ab und zu immer gemacht. Welchen hast du gemacht, den Stufentest oder den 20-Minuten-Test? Sowohl als auch. Wie hast du den durchgeführt? Damit du ein bisschen Redezeit kriegst jetzt. Ja, ja, also für mich, also, ja, es gibt ja zum Beispiel, wenn du Swift benutzt oder sowas, da gibt es ja Trainingspläne, die sind vorbereitet. Ich weiß, dass du dich einfährst locker, da musst du fünf Minuten irgendwie alles raustreten, um so deine Anne Röbe, also, ja, den Speicher leer zu kriegen, glaube ich, ist es so. Dann machst du wieder kurz easy und dann gibst du 20 Minuten sozusagen, sozusagen alles, was du hast, wobei man natürlich auch immer sagen muss, du solltest 20 Minuten auch, also nicht die ersten fünf Minuten versuchen, 400 Watt zu treten, sondern so, dass du es gleichmäßig, schnell schaffst, ohne hinten irgendwie abzubrechen, so, ne? Und dann fährst du wieder aus. Und dann hast du diese 20 Minuten, die du sozusagen selber auch ausrechnen könntest, irgendwie mal 0,95. Ja. Ist das, ne? Fünf Prozent abziehen, genau. Und ich würde sagen jetzt, dann geht der Shitstorm wieder los, also, dass das quasi der Wattwert ist, den du eine Stunde treten kannst, ohne, ich finde zu Herrn Müden jetzt eigentlich nicht so falsch, ich würde sagen, die Leistung, die du abrufen kannst, konstant, und danach würde es sozusagen weniger werden. Also das ist eigentlich das, wie ich es verstehe. Genau, du darfst danach, du darfst nach der Stunde nicht vom Rad fallen. Ja. Du musst eine Grundlagenausdauer weiter treten können, aber nicht mehr die 250 Watt, die du vielleicht vorher getreten bist oder 300. Ja, 230 oder noch weniger. Ja, und auf einmal, dann merkst du, okay, jetzt muss es weniger, wird es weniger. Und das ist genau das, was Roger auch richtig gesagt hat. nur draußen kam an, ermüdungsfrei, ja, danach bin ich fit. Ach so. Ja, und so habe ich es gar nicht verstanden. Und ich habe es aber auch ein bisschen so verstanden im Podcast, muss ich ja ehrlich auch zugeben, dass ich das auch das Gefühl hatte, Mensch, ich bin noch kaputt danach. Und ich habe halt auch immer das, und tatsächlich hatte ich im Kopf, diese 20 Minuten gebe ich alles, was ich kann. Und fahre lieber zu schnell los, als zu langsam, und am Ende mache ich noch einen Endspurt. Und das ist genau, und da hat Roger auch recht, das ist so nicht gedacht. Ja. Weil, und ich auch mich immer gefragt habe, diese fünf Minuten habe ich auch nie so all out vorher gemacht, weil ja, dann wird ja, geht ja mein Wattwert hinten bei den 20-Minuten-Tests runter. Also kann man sich auch selber verarschen. Ja, ja, genau. Aber das ist ja tatsächlich all out, also wenn wir diesen Begriff all out nehmen, ja, über die Schwelle zu gehen, fünf Minuten lang, also wirklich, ne, in meinem Fall ist das, und da nehme ich jetzt mal den Puls zu her, in meinem Fall ist 165, 165, 166, 167, das ist das, wo ich sehr, sehr hart reintreten muss, was ich aber gut hinkriege und was wahrscheinlich auch der Puls, Durchschnittspuls eines FTP-Tests bei mir wäre oder eines Time-Trials, ne, wenn ich ein Zeitfahren mache. und diese fünf Minuten musst du eigentlich ein paar Schläge da drüber sein. Da musst du eigentlich Puls 170, 102, muss wirklich alles leer gefahren werden. Ja, das glaube ich sehr individuell, oder? Und der Trick dabei ist, dass du dann nach dann zehn Minuten locker weiterfährst, dann dieses Time-Trial machst, was nicht so hart sein darf wie die ersten fünf Minuten. Ne, klar. Ältest ja auch nicht aus eigentlich dann. Und dann haben wir jetzt mal so eine E-Mail, ich habe auch so ein paar Sachen hier aus seinem Buch auch aus seinem Buch hier. It's quasi steady state without fatiguing for approximately an hour. One hour. Das heißt, und when your power exceeds the FTP, Fatigue will occur much sooner. Das heißt, er redet hier auch tatsächlich von Fatigue, also Müdigkeit, ne, in Büden. Davon redet man ja immer wieder, von diesem Fatigue. Ja, und was er halt auch schreibt, das Best Average Power, also da geht es wirklich um die Durchschnittspower für eine Stunde und dass man das aber auch approximate nehmen darf. Also man kann auch sagen, es sind 50 oder 58 Minuten, aber ein bisschen weniger als 60 Minuten. Also auch das nimmt er nicht so genau. Und dann schreibt er aber auch in einem der nächsten Absätze als Antwort, Wort, also das sind alles Antworten, die er an Roger direkt geschickt hatte, dass die Übermüdung eigentlich, oder dass das Wort übermüde eigentlich auch fast überflüssig ist. Es geht wirklich nur darum, die beste Durchschnitts-, oder den Durchschnittswart für eine Stunde bestmöglich treten zu können und durchhalten zu können. Und er schreibt dann auch noch mal weiter, du fährst am Limit, deine Beine brennen, also nah, auch deine Atmung ist nah am, wie nennt das hier, ventilatory threshold, also an der Atmungsgrenze in Anführungsstrichen. Und Herzfrequenz nimmt er auch noch mal mit rein, so wie ich es eben gesagt habe, ist auch am threshold. Also in meinem Fall diese 106, 165, 165, je nach Tagesform, Puls. Das heißt, du bewegst alles am Limit und auch nur dann kannst du es eine Stunde durchhalten. Gehe ich mit dem Puls auf 170, geht das nicht mehr. Und ganz spannend ist halt auch, ja genau und dann ganz spannend, schreibt er auch, du kannst sicherlich auch in diesem, in dieser eine Stunde, er nennt es Time Trial, in dieser eine Stunde Zeit fahren, kannst du auch ermüden. Sagen wir mal so, du trittst 290 Watt für 33 Minuten, weil du denkst, du ziehst das durch und dann musst du aber runtergehen auf 270 für die letzten 27 Minuten. und dann sagt er, ja für die Stunde hast du dann 280 im Schnitt und dann ist dein FTP 280 Watt. Also das kann passieren, dass du irgendwann runtergehen musst und er meinte, ja die Quintessenz ist halt auch, du weißt, wenn du 290 Watt trittst, kannst du das maximal 33 Minuten aushalten. Also das ist dann ja dieser umgekehrte Weg. und dieser 20 Minuten Test ist halt dieser Short, ist ein Short Cut zu diesem 1 Stunde Test. Genau. Und das ist tatsächlich das, was ich auch nicht so wusste, es ist critical that you do the 5 Minute Test as hard as you can und zwar fängst du da im Gegensatz zum FTP-Selbsttest, sagen wir mal so, du erwartest ja irgendeinen FTP vielleicht von 300, da fährst du wirklich 330 Watt und gehst dann langsam runter, weil du irgendwann nicht mehr kannst, weil du die ganze Zeit über deinem Limit eigentlich fährst. Das heißt, das ist der Punkt, den Test kannst du so machen, wo du sagst, na gut, ich gehe mal schneller an. Also das ist dieses typische, beim Laufen gibt es das ja auch, dass du mit einer, entweder du fängst mit einer langsamen Pace an, wirst du immer schneller oder umgekehrt. Je nachdem, was so dein Ziel ist. Da gibt es einen Fachbegriff für, der mir gerade nicht einfällt. Du kennst den auch nicht. Aber finde ich spannend, also weil ich mache es anders. Also ja, ich mache es genauso, dass ich eher langsamer anfange bei einem FTP-Test und mich dann eher steigere, weil ich auch schon die Option, also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich viel zu schnell angefangen habe und dann ist es halt voll abgerissen bei mir. Also habe ich gar nichts mehr aufs Pedale gekriegt. Ja, also der Witz ist, du musst die fünf Minuten genau umgekehrt so machen. Ja, ich gucke mal, was geht. In meinem Fall wäre das, dadurch, dass ich jetzt diesen Trainingsplan habe, weiß ich halt, ich habe diese drei Minuten Intervalle mit 340 Watt im Sommer, als ich fit war, konnte ich wirklich drei Minuten Intervalle mit 340, 350 Watt, dann war ich auch richtig im Arsch. Aber das war halt alles VO2 Max Training, da bin ich über der Schwelle irgendwie gewesen. FDP war weiter drunter. Und dann würde ich halt hier auch sagen, ich fahre schön mit 340 Watt los und dann wird das natürlich, die ich vielleicht drei Minuten gerade so aushalten kann. Konnte ich auch nicht immer, musste ich auch manchmal auf Minus gehen. Und dann sind es halt am Ende vielleicht noch 330, 320 nach den fünf Minuten und habe einfach all out gefahren. Und dann, das, genau, da geht es halt darum, wie du schon gesagt hast, einmal Prefit, also das vorermüdet dich und dann machst du diesen 20-Minuten-Test und den glaube ich, dass den da draußen viele falsch machen, weil da geht es wirklich darum, Time Trial 20 Minuten und so wie du sagst, lieber, ja eigentlich nicht so langsam, aber lieber so anfangen, dass du sagst, okay, das habe ich jetzt das Gefühl, das kann nicht lange treten. Der erste ist der schlimmste, weil du gar nicht weißt, wo die Reise hingeht. Danach hast du ja ein Gefühl dafür. Und dann kannst du sagen, ich aime mal für 10 Watt mehr oder so dieses Mal. Aber ist ja auch tagesformabhängig. Kann den einen Tag so sein, hättest du es einen Tag später gemacht, wäre es irgendwie höher gewesen. Am Anfang ist es schwierig, finde ich. Muss man schon ein paar Mal gemacht haben. Du musst grob wissen und das mit Erfahrung weißt du das vielleicht so auch. Das ist dieses typische Ding, Brocken bin ich mit 240 Watt hochgefahren und dann weißt du und so schnell wie es ging und dann weißt du ungefähr, ja da wird wahrscheinlich auch der FDP ungefähr, da wird meine Schwelle irgendwo sein. Und Schwelle tut halt auch immer weh. Der Witz ist, dass du diese 20 Minuten gar nicht, und das war immer meine Fehlinterpretation, weil man ja diese 5% abzieht, war meine Interpretation immer so, die muss ich schneller fahren als jetzt die Strecke für eine Stunde. Muss man vielleicht auch einen Tick, aber halt gerade mal diese 5%. Das sind vielleicht, wenn du eine Stunde 300 Watt treten kannst, dann sind das halt 2, 2, 2, 85 oder irgendwas. Also es ist gar nicht, du musst, dann müsstest du halt vielleicht einen Tick über 300 fahren für die 20 Minuten nur. Also das ist ganz spannend, dahingehend, dass eigentlich, ja sich, man sich da irgendwo in dieser Mitte treffen muss von den beiden Aussagen, die es so gegeben hat. Also du fährst die 20 Minuten nicht all out, sondern du fährst sie als Time Trial und der große Fehler, glaube ich, ist auch dieser Endspurt, den man macht. Also mache ich dann auch, oh die letzte Minute, komm jetzt nochmal alles, was geht und dann bleibst du danach stehen. Ja. Fällst fast, wirklich fast vom Rad. Und ich glaube, genau das darfst du nicht machen. Du nimmst deine 200, so wie hier jetzt, nimmst deine 290 Watt, versuchst die durchzutreten, treten, 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 treten und dann merkst du, oh, klappt nicht. Und wenn du dann 10 Watt runter gehst, kannst du vielleicht noch ein bisschen weiter treten und dann hast du einen 20-Minuten-Test, der, glaube ich, auch wenn du nicht komplett die 290 durchgetreten bist, relativ aussagekräftig ist. Wenn du dann aber die letzten Minute sagst, oh, ich trete nochmal 600 Watt für 30 Sekunden und mache einen Sprint, verfälschst du eigentlich schon das Ergebnis, weil du dann auf einmal über die Schwelle gehst, was du gar nicht sollst. Du sollst Time-Trial machen, da geht, also wenn jetzt ein Wettkampf wäre, wäre es was anderes, ne, aber. Ich finde es super schwierig, da bin ich auch nicht tief genug im Thema, aber wenn du, wenn du in den letzten Minuten dann nochmal Kraft hast für 600, ist es dann nicht so, ja, wenn du dafür Kraft hast, dann hast du es ja eigentlich auch verschenkt, dann hättest du irgendwie über den ganzen Test lieber 2 Watt mehr treten sollen, das, also, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich. Super schwierig. Ich glaube, das ist so dieses, so ein Sprint ist ja eine andere Art von Bewegung und eine andere Art von Laktat und sonst wie, also du schüttest dann Laktat aus, was du ja während des Testes nicht machen darfst, weil du dann komplett stehen bleibst. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Aber da kommen wir auch gleich noch zu, weil man muss sich auch im Klaren sein, dass das ja alles trotzdem mehr oder weniger Tappen im Dunkeln ist, was man da macht. Und warum mache ich das denn jetzt auch überhaupt? Also da will ich auch mal so eine These aufstellen, wo ich mich vielleicht auch selber dann erwische. Ist schon spannend, weil ich glaube, ich habe meine FDP-Tests immer falsch gemacht, weil ich würde jetzt da anders rangehen. und ich mache das vielleicht jetzt auch in ein, zwei Monaten mal wieder einfach, um zu gucken. Erstmal wirklich diese fünf Minuten sich komplett an die Grenze bringen, habe ich nie gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, also ich bin schon dann über 300 Watt getreten, aber halt nicht so, da ist man dann schneller gewillt zu sagen, ich drücke mal auf Minus, um dann nicht so komplett kaputt in den FDP-Test zu gehen. Und was mir jetzt bei meinem nächsten Test wichtig wäre, dass ich nach den 20 Minuten, weil der Test ist dann nicht vorbei, nach den 20 Minuten soll ich ja noch 10 oder 15 Minuten im GA1-Bereich fahren. Genau, Cooldown. Ja, nicht Cooldown, sondern da steht ja dann wieder Steady State GA1, bedeutet ja nicht stehen bleiben, zwei Minuten Pause machen und dann so locker die Beine zu pedalieren, sondern ich muss so fit sein noch, dass ich danach mein normales GA1-Tempo weiterfahren können muss. Das muss einem ja auch klar sein, das ist ja alles Bestandteil des Tests auch, wenn ich das hier, nicht, dass da jetzt auch wieder einer draußen schreibt, ist ja Quatsch, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Jetzt kommt ja von ihm in der E-Mail auch nochmal ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Er hat, er hat einen seiner Athleten, der hat im Sommer ein FDP von 300 wirklich auf die Stunde gemessen, sie sind wirklich eine Stunde gefahren und dann hat er seine, hat er ganz lustig, after taking two months off from riding, also zwei Monate Saisonpause, only drinking fine German Hefeweizens, he did a test and averaged 300 Watts for the first 20 minutes und die, but then und dann nach, nach den 20 Minuten hat er nur noch 250 Watt getreten. Also er hat die ersten 200 mit 300 losgefahren, das war ja so sein FDP, also hat, hat das wahrscheinlich so eingetreten und dann muss da runtergehen auf 250, um die Stunde vollzufahren. Bedeutet, sein FDP ist 265 Watt. Die Rechnung steht hier auch irgendwie, ne? Also wenn du das dann ausrechnest, bleiben dann 265 Watt übrig. Hätte er nur den 20-Minuten-Test gemacht, wären da rausgefolgt, wären da, wäre da ein FDP von 285 rausgekommen statt 265. Sein Körper durch diese lange Pause und die vielen Hefeweizen hat aber gar nicht mehr die, wie nennt das hier, Aerobic Capacity und Stamina. Also dieses, ja, also diese Sauerstoffaufnahme, die er im Sommer hatte, hat er ja nicht mehr, ne? Weil er statt, weil er gar keine, nicht die, die entsprechende Grundlage da drunter hat und auch der Körper nicht drauf eingestellt ist, eine Stunde All-Out zu fahren, was er im Sommer jeden Tag in den Wettkämpfen gemacht hat. Das heißt, so clearly FDP is not telling all of the story here. Und das bedeutet für mich, ja, der FDP, entweder ich bin der, da, wo ich vorhin die Grenze gezogen habe, entweder ich bin derjenige, der sagt, ich trainiere jetzt voll nach Trainingsplan, ich will tatsächlich vielleicht eine Hawaii-Quali schaffen, ich will mich für irgendwas qualifizieren, ich will vielleicht in die Top Ten reinfahren, ich will so einen Christian Haupt, der vielleicht sogar eine Weltmeisterschaft anstrebt, als Edge-Groober und sonst wie. Und da bin ich der Meinung, geht es an der Leistungsdiagnostik nicht vorbei. Da muss man wirklich professionell sagen, ich mache so einen FDP-Test und nicht zu Hause auf Zwift und ich fahre mal meine fünf Minuten All-Out und 20 Minuten für alle anderen. Glaube ich, nochmal, erstmal geht es auch ohne, ein Wattmesser macht auch ohne FDP-Test Sinn, um sich selber zu kontrollieren und nicht zu überpacen und zu wissen, ich lasse lieber abreißen, 300 Watt kann ich sowieso nicht lange treten, was soll ich jetzt mit den schnellen Jungs da mithalten und danach kriege ich einen Hungerast. Also ich glaube, dass das als Werkzeug trotzdem und das war die Quintessenz des Podcasts, es ist ein super Werkzeug, sich einzuschätzen und nicht zu überpacen, scheiß auf den FDP-Test und warum macht man jetzt diesen FDP-Test zu Hause überhaupt? Das kann ja, macht ja auch nur dann Sinn, wenn ich auch danach trainiere. Oder, meine These ist, ja, das ist so ein Poser-Ding. Geil, mein FDP ist übergegangen. Ja, ich glaube, letztendlich, die Sache, die ich mich immer frage, also bei Leuten, die auch dann wirklich Rennen fahren und so weiter, dann, okay, jetzt haben wir festgestellt, die 20 Minuten sind eigentlich nicht ganz aussagekräftig, weil es geht ja, FDP geht um eine Stunde. Aber dann musst du ja auch ein Rennen haben, das eine Stunde ist, wo du das genau danach fahren kannst. Wenn du ein Rennen hast, das zwei Stunden ist, was ist denn dann? Dann musst du ja wieder irgendwie, da gibt es bestimmt auch Formeln, wie man das rechnen kann und so weiter. Aber das verstehe ich alleine schon nicht. Also für mich ist es auch ein Werkzeug, um zu sehen, ich habe mich verbessert oder eben auch nicht. Aber wie gesagt, dann ist es auch immer so tagesformabhängig und so weiter. Und auf jeden Fall ist das locker bei den meisten Leuten ein Poser-Ding, bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist nämlich auch mein Fazit und ich kann mich da auch selber nicht von ausnehmen. Ja. Und es ist schon geil da zu sehen, oh geil, was war denn jetzt 280, 290 letzten Sommer, habe ich gesagt, geil, so hoch war ich noch nie. Habe ich mich auch gefreut und geht ja gar nicht ums Posen vor anderen damit anzugeben, sondern es geht ja darum, weil das kannst du gar nicht. Weil es gibt Leute da draußen, die fahren 400er FDP-Test, 350er FDP-Test, die lachen sich kaputt über 285. Andererseits mag es einen geben, der vielleicht nur 220 treten kann, der sagt, oh toll ist der Ingo schnell, aber was kaufe ich mir dafür gar nichts, das ist ja totaler Quatsch. Man postet ja im Grunde, zumindest bei mir so, ist er für sich selber. Das ist dann wieder ganz gut mal zu gucken, ja wie ist denn, hat sich die Leistung verbessert, gerade jetzt im letzten Jahr war für mich ultra interessant, deswegen sage ich die, habe ich die Werte hier vielleicht auch mal genannt, ist ultra interessant gewesen, Endugo-Training, hat das angeschlagen oder nicht. Und das war für mich eigentlich so der wichtigste Punkt und da macht das durchaus Sinn und ich habe aber auch schon gemerkt, FDP-Test mit müden Beinen und vorher am Abend noch Kniebeugen gemacht und sonst wie, ist ja alles, ist ja alles nicht aussagekräftig und ich glaube auch, dass der FDP-Test dahingehend dann überflüssig wird, wenn man irgendwann weiß, also man hat es ja auch im Gefühl, dass man jetzt den Berg auf einmal ein bisschen schneller hochkommt als vorher oder dass man im Grundlagen, das ist ja eigentlich mein bester Messwert, ist eigentlich im Grundlagenausdauerbereich zu gucken, ich kann jetzt 10 Watt mehr treten mit Puls 120. Da sehe ich ja dann auch, okay, da hat sich was getan und dann ist es glaube ich wirklich so, dass man ganz, ganz vorsichtig sein muss oder wirklich ganz gezielt ausgeruht sein muss, diese Tests machen muss, dann wirklich das exakt mit diesen fünf Minuten machen muss und dann gucken muss und dann kriegt man wahrscheinlich einen Anhaltspunkt, wo ich aber sagen würde, plus minus 10 Watt ist das Maximum. Das heißt, man einen FDP-Test, der dir 285 Watt ausspuckt, würde ich eher sagen, dass das ein Mythos, dass man mit diesem Mythos, dass das jetzt wirklich mein echter Wert ist, ein bisschen vorsichtig sein muss, sondern dass man vielleicht sagt, es ist vielleicht ein Bereich zwischen 275 und 295, dass man ähnlich wie beim Puls sagt, das ist irgendwo in dem Bereich wird sich das bewegen. Und dann kann man, genauso wie man dann im Trainingsplan irgendwo sagt, oh, mein VO2 Max Training ist zwischen 310 und 350 Watt, basierend auf diesem FDP, dass man da vielleicht wirklich ein bisschen vorsichtiger angeht und sich genau überlegt, brauche ich das jetzt überhaupt oder nicht. Ja, in welcher Situation hast du denn, musst du denn eine Stunde mal, genau eine Stunde die beste Wattzahl abgeben? Wann ist denn das? Gar nicht. Ja, kommen wir später zu. Jan Ullrich hat früher genau eine Stunde Zeit fahren, war das immer bei den 50 Kilometern, oder 55. Stundenweltrekord. Genau, ja gut, das ist auch wirklich das Einzige, was wir haben. Ansonsten ist es für uns völlig egal. Ja, voll. Deswegen, aber trotzdem glaube ich jetzt, dass wir nochmal hoffentlich, dass jetzt so klar wir nochmal nachgereicht haben, FDP-Test geht so und nicht anders und seid vorsichtig mit den Ergebnissen. Wenn ihr gerade nicht, wenn ihr gerade eine Saisonpause mit viel Hefeweizen hinter euch habt, dann... Ich finde es ja dann auch am interessantesten, wo sind meine einzelnen Zonen. Das kannst du ja mit dem FDP errechnen, ne? Ja. Und wo ist meine Grundlage? Und ich will wissen, wenn ich eine Radreise mache, was kann ich dann den ganzen Tag lang abrufen, so ohne vom Fahrrad zu fallen? Das ist ja ganz klar, da fahre ich nicht in der Nähe von meinem FDP, wenn ich den ganzen Tag Fahrrad fahren will, ne? Ja, und da gibt es tatsächlich Tabellen, das hatten wir aber auch in dem Podcast angesprochen. Wenn du dann deinen FDP hast und da steht dann diese 285, sagen wir mal, dann kannst du über eine Tabelle runterrechnen, aha, 170 oder was auch immer, das ist jetzt, ich habe es nicht eingegeben bei mir in meinem Fall. 170 ist das, das kann ich drei Tage lang fahren, scheißegal. 190, 200 ist vielleicht, da muss ich dann gucken, bin ich nach so einem Tag vielleicht auch kaputt und dann wird es auch, glaube ich, komplizierter, wenn du jetzt, sagen wir mal, hier wie so ein Jonas Deichmann, der dann Weltrekord fahren will. Von Cape to Cape, glaube ich, ist er, glaube ich, gefahren, wenn ich das richtig erinnere. War das das oder irgendwas? Ich weiß gar nicht, ich bringe immer diese ganzen Rennen durcheinander, aber er ist ja irgendwie Weltrekordhalter auf so einer Langdistanz. Dann ist es ja nicht, geht es ja wirklich darum, ja, was ist denn jetzt mein Grundlagenausdauerbereich und wenn ich jetzt den ganzen Tag GA1 oder zwischen GA1 und GA2 gefahren bin, reich, ist das okay, damit ich mit einer Nacht schlafe, dann das am nächsten Tag wieder machen kann, da geht es ja dann in die Science und da sage ich aber auch wieder. Oder ich habe es tatsächlich im Körpergefühl, aber da sage ich auch wieder, das ist dann fast Profisport, wo man dann wirklich sagt, okay, ich rechne mir mal das mal ganz genau aus. Wichtig für die Amateure und für euch Hobbysportler da draußen, die ein Wattmesser vielleicht durch Zufall am Rad haben oder sich jetzt einen angeschafft haben, hört euch den Podcast trotzdem an, wir geben da viele, viele Tipps und es ist auch, wie gesagt, ganz, ganz einfach möglich, einfach mal sich die Werte anzugucken, na, wie ist denn mein Puls und der Puls ist natürlich träge, aber nach 10, 20 Minuten pendelt der sich auch ein, ja, bei Puls 120, was trete ich denn da und dann weißt du auch, okay, cool, das ist jetzt mein Wohlfühltempo und weißt das beim nächsten Mal oder, ne, und tatsächlich diese ganz, ganz oft ist es ja so, du hast irgendeine Gruppenausfahrt mit Freunden und sonst wie und hängst da hinten und hechelst und hechelst und hechelst und du hast halt nochmal ein Werkzeug mehr zu sagen, okay, entweder ihr fahrt jetzt da vorne langsamer oder ich fahre alleine weiter, dass du eben nicht komplett rauskommst aus, oder komplett dich gegen die Wand fährst, voll. Shimano-Rückruf. Ja, hängen wir voll hinterher. Wollten wir eigentlich schon einen vorletzten Podcast oder so, glaube ich? Im letzten, ich glaube, der vorletzte, den gab es nicht, weil du, weil ich lange weg war, du lange weg warst und dann im letzten haben wir es irgendwie dieses in der Liste einfach am Copy-Paste machen, habe ich es vergessen, in die Liste wieder reinzupacken. Ja, und bei mir war es schon fast wieder aus dem Kopf raus, weil die erste heiße Phase, die ist ja schon echt jetzt mittlerweile ein bisschen her. Der Shitstorm ist schon vorbei. Genau. Ja, würde ich sagen. Ja, beziehungsweise der Shitstorm, also es geht darum, Shimano-Kurbeln sind ab und zu mal kaputt gegangen und mit ab und zu kann man sagen, schon, schon auch ein paar Mal mehr vielleicht, also zumindest hat man immer mal wieder Bilder im Internet gesehen. Ich persönlich kenne gar keine Person, bei der das Also auch nicht im Werkstattbetrieb hatten wir das hier nicht? Ich hatte es bislang nicht. Okay. Ja, Überecken habe ich schon mal gehört, aber wie das immer so ist, Überecken, ne? Und dann, wie gesagt, im Internet kann man immer mal sehen, so wie so eine Kurbel mal so kaputt gegangen ist, die ist aus Aluminium und die ist natürlich an der an der Fügelstelle dann kaputt gegangen. Ja, und das ist seit vielen, vielen Jahren schon ein Thema und Shimano hatte eigentlich nie was zu gesagt und jetzt Jan Ullrich eigentlich, ne? Haben die auch mal was gesagt dazu und haben einen großen Rückruf gestartet. Das betrifft Baujahre von von bis. Das sind schon echt viele Jahre. Aber ab 11-fach, ne? 12-fach nicht mehr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, 12-fach nicht. Also wenn ihr jetzt eine 12-fach Gruppe habt, dann ist das Problem schon beseitigt. Aber 11-fach, so gut wie alles, könnte betroffen sein. Genau. Da gibt es, haben wir auch in den Shownotes jetzt sozusagen, also in der Beschreibung und so weiter, da ist ein Link drin. Also wenn ihr davon noch nichts gehört habt und eine Shimano-Kurbel habt, dann könnt ihr da erstmal draufklicken. Es sind auch nicht alle Shimano-Kurbeln betroffen. Da gibt es so so kleine ja, so Ziffern drauf, also zweistelliger Code, der euer Baujahr dann sozusagen auch beschreibt. Da ist dann RB oder sonst sowas, zwei Buchstaben. Und dann könnt ihr nach dieser Liste gehen, okay, ist meine Kurbel überhaupt betroffen davon oder nicht. So, das ist erstmal das Erste. und wenn sie betroffen ist, dann heißt das auch nicht, dass eure Kurbel auseinanderfällt jetzt in den nächsten Wochen, Jahren oder wie auch immer. Das kann, das muss nicht, wie es bei so Rückrufen immer ist. Was jetzt angeboten wird, also es gibt im Prinzip auch ein Video von Shimano selbst, das erreicht man über diesen Link auch und da kann man im Prinzip so eine kleine Prüfung, wie kann man jetzt überprüfen, ob meine Kurbel schon beschädigt ist oder nicht und da kann man sich im Prinzip die Kurbel an verschiedenen Plätzen angucken sozusagen, also von hinten und so weiter, da wo die Kanten sind. Man kann die Kurbel auch mal abbauen und auch an der Kettenblattaufnahme sozusagen schauen, ob sich da irgendwas löst. Genau und im Prinzip gilt jetzt aber diese Kurbel sollte öfter dann mal geprüft werden, weil das kann natürlich nächstes Jahr passieren, das muss aber auch nicht nächstes Jahr passieren und das muss auch gar nicht passieren und Shimano lässt natürlich nicht alle 12 Millionen Kurbeln oder wie viel das auch immer sind jetzt austauschen. Warum sollte man das auch machen, wenn das nicht bei allen passiert? ist schon ja ist eben so, muss man einfach mal drauf gucken und auch ein bisschen hören. Also sobald da irgendwelche Knackgeräusche jetzt vorhanden sind, wir haben jetzt zum Beispiel, also wir hatten erst einen Kunden, der mit seiner Kurbel wirklich hier war und selbst da hatten wir haben wir nichts äußerlich feststellen können, aber es gibt im Prinzip ein Knackgeräusch im Fahrrad, ja, das kann natürlich viel sein, da gab es auch mal einen Knackpodcast und so weiter, können immer viele Sachen sein, die an einem Fahrrad knacken und da wurde jetzt schon relativ viel sozusagen getauscht, es kann immer nochmal sein, dass ein Rahmen auch knackt, Innenlager oder sonst was, was man nicht so richtig prüfen kann, du kannst natürlich ein neues Innenlager einbauen, aber du tauschst ja auch nicht alles am Fahrrad aus, jetzt ist es sozusagen so, die Kurbel könnte es natürlich sein, die wurde jetzt eingeschickt, wir haben sie aber noch nicht zurück, also Shimano produziert jetzt sozusagen neue Kurbeln, die ja, im Prinzip in dem Design müsste es dann wahrscheinlich so sein wie die Zwölffachgruppen, wie gesagt, ich hatte noch keine Austauschkurbel jetzt in der Hand, aber genau, dafür werden halt jetzt alte Kettenblätter, also alte Kettenblätter für L-fach und so weiter produziert, ne? Ja, ja, ist am Ende ja, ne, gab es einen Riesenaufruhr, ne? Das erste, was natürlich passiert ist, bei mir kam irgendwie per Instagram und per E-Mail tausend, hast du schon gesehen und Shimano Rückruf und so weiter. Ich glaube, sie haben es gut hinbekommen, dass es trotzdem nicht negativ auf die Firma zurückzuführen ist, sondern doch so, dass sie so offen und transparent damit umgehen, dass ich es eigentlich positiv finde, wie Shimano damit umgeht oder zumindest mich jetzt, ne? Also man kann immer sagen, ja, hätten sie vielleicht eher machen können, warum haben sie es nicht eher? Da steckt man nicht drin, haben sie es vielleicht unterschätzt, vielleicht wie viele Kurbeln sind es, weil, wie gesagt, wir haben noch keinen getroffen, ich habe aber schon Fotos gesehen, also es gibt tatsächlich Leute, die mir auch ihr eigenes Foto geschickt haben, also da habe ich dann schon Betroffene auch gesehen, also es kann schon wirklich passieren, ist auch wirklich was in der Industrie, wo man auch wirklich sagen muss, okay, es wird so viel getestet und sie testen und testen ja auch und die haben ja auch Test, bei SRAM haben wir ja auch Testaufbauten gesehen, wo getestet wird, getestet, getestet, aber du steckst halt auch nie zu 100% drin, also auch ein Conti-Reifen, die einen super Quality-Control haben, kann sein, dass du so ein Montags-Ding kriegst und das irgendwo eine Schwachstelle hat, ist ja in jedem Produkt so, ist natürlich bei Fahrrädern sollte das möglichst verschwindend gering sein, dass sowas passieren kann, weil es kann ja Stürze geben und so weiter, gerade beim Kurbelbruch ist es auch wirklich gefährlich, wenn dir die auf einmal wegbricht, deswegen die Message nach draußen, guckt euch selber die Kurbel an, guckt, ob ihr irgendwo Risse seht und nach dem Sturz sowieso, auch bei jedem anderen Hersteller und tatsächlich ist für mich tatsächlich auch ein bisschen die Lernkurve, guckt euch euer Fahrrad generell immer mal an, ob ihr vielleicht einen Riss im Carbon seht, ob ihr einen Riss in der Gabel, was auch immer, also ich glaube, man muss generell ein bisschen auf seine Sachen auf, jedes Flugzeug, wo du einsteigst, wird zehnmal draufgeguckt, bevor das in die Luft geht und wir setzen uns auf unser Fahrrad und gucken das zwei Jahre nicht an, im schlimmsten Fall. Ja, also sage ich auch immer wieder, also einmal im Jahr eine Inspektion, wirklich eine große und gute Inspektion, wo wirklich überall draufgeguckt wird, ist immer ratsam, ist einfach so, also wenn ihr das selber könnt und wirklich das ganze Fahrrad selber anguckt und so weiter und da technisch Firmen seid, alles gut, aber wenn eben nicht, dann würde ich immer eine Inspektion durchführen lassen. Ja, also und vor allem selber mal, immer mal gucken, was ist so an meinem Rad, einfach mal drum rum gehen, alle paar Wochen einfach mal drum rum gehen ums Rad gucken, wie sieht es aus, wie sehen die Bremsbelege aus und so weiter, bin ich auch ein Schlumpf, mach das auch nicht immer, aber eigentlich ist das so die Aufgabe, die man aus sowas auch lernen muss. Klar. Weil wenn ich mir meine Kurbel jetzt angucke und sehe da, oh, das sieht ein bisschen komisch aus, dann vermeide ich vielleicht den Sturz durch den endgültigen, die Materialermüdung. Am Ende ist es ja irgendwo eine Materialermüdung. Ich weiß gar nicht, ob das eine Stelle ist, wo zusammengeschweißt, gelötet, was auch immer wurde oder was, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt auch Sachen, die geklebt sind tatsächlich und aber, ja. Also es ist am Ende so, man hat wirklich, ja, ich finde, sie gehen da jetzt so ganz gut mit um. Für euch da draußen ist ganz wichtig, ihr fahrt eine 11-fach Shimano-Gruppe, erst mal selber drauf gucken, ob ihr irgendwas seht, auf Geräusche achten und ich meine, die Ansage ist auch, geht zu eurem Händler, der muss drauf gucken. Und witzigerweise, wenn eure Kurbel betroffen ist und nichts, das ist tatsächlich, nichts an der Kurbel zu sehen ist, wird sie wohl auch, glaube ich, nicht getauscht, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Erst ab dem Moment, wo was zu sehen ist. Das bedeutet aber auch, eigentlich muss man jedes Jahr in die Werkstatt oder jedes, oder wirklich selber immer mit. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Das ist kein kompletter Rückruf hier, wir tauschen mal alle Kurbeln. Genau. Und das ist eben auch das Ding, wo ich dann sage, ja, guckt euch das Video mal an zum Prüfen. Also wie gesagt, das ist öffentlich und guckt da selber immer mal wieder, weil, ja, es ist, erst mal, ihr geht zur Inspektion einmal im Jahr und da fällt dann nichts auf und eine Woche später ist dann irgendwas, das wäre natürlich richtig blöd. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn jetzt 12 Millionen Menschen in jedem Fahrrad dann um die Ecke gehen und das prüfen lassen. Also wie gesagt, wir machen das, es ist alles gut und Shimano möchte das auch so. Wir haben natürlich auch keine Kapazität jetzt, jeden Tag 100 Leute die Kurbeln zu prüfen, sozusagen. Weil mehr machen wir auch nicht, es ist ja eine Sichtkontrolle. Genau. Wir haben ja kein Werkzeug, wo wir sagen, wir spannen die mal ein oder sonst wie. Es ist eine Sichtkontrolle, es dürfen keine, also mal ein bisschen abwischen, es dürfen keine Risse sichtbar sein. Ja. Das regelmäßig kontrollieren ist zwar vielleicht auch ein bisschen lästig, aber eins ist ja klar, von den Betroffenen, sonst wäre es nicht so, von den Betroffenen Kurbeln ist halt auch nur minimal wahrscheinlich was betroffen, was natürlich trotzdem in der echten Masse immer noch viele Leute sind, weil Shimano halt einfach unzählig viele Gruppen draußen im Markt hat. Nehmen wir mal Ultega oder sonst wie es ja in jedem zweiten Rad, in jedem zweiten Komplettrad, was pro Jahr verkauft wird. Da sind ja tausende, zig, wahrscheinlich Millionen, wie du sagst, von Rädern im Umlauf. Da kannst du ja auch nicht sagen, ich nehme mal prophylaktisch alle Kurbeln wieder zurück und baue die ein. Das geht ja alles gar nicht. Das heißt, und wenn erste Risse erkennbar sind, dann geht die auch nicht sofort morgen, kaputt. Also es ist auch nicht ein Akutproblem, wo du sagst, weil dann müssten sie, und das ist, glaube ich, dann vielleicht auch dieser Unterschied, wenn jetzt wirklich das ein Problem wäre, man sieht nichts und klack, auf einmal ist alles kaputt, dann müssten sie wahrscheinlich die zwölf Millionen Kurbeln zurückrufen. So ist es ja ein langsamer Prozess. Das heißt, vom ersten Riss und dass die Kurbeln dann kaputt geht, musste wahrscheinlich zwei, dreitausend Kilometer gefahren sein. Sonst müssten sie es direkt rufen, weil das ist ja die Kritik, die wir vielleicht jetzt auch in den Kommentaren lesen werden. Ja, warum rufen sie nicht einfach alle Kurbeln zurück? Kann ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere, weiß ich nicht, Leute sind ja auch immer schnell sauer, wenn irgendwo ein Fehler passiert, aber ich glaube, ja, wahrscheinlich ist das jetzt ein Weg, der gar nicht schlecht ist und die Probleme hatten alle Hersteller schon. Ich erinnere mich an SRAM in den ersten hydraulischen Brems, hydraulisches Crossrad mit Bremsscheibe. Ich weiß, das ist bestimmt zehn Jahre her, da mussten die mal, mussten alle Räder stillgelegt werden, weil die unter null Grad in der Kälte auf einmal die Bremse versagt hat. Und der Witz war, sie haben dann wirklich, und die mussten wirklich rausschreiben, fahrt eure Fahrräder nicht, konnten aber ja noch gar keine neue Bremse liefern. Und Ingo Quendler ist sein Rad natürlich trotzdem gefahren, bis tatsächlich die Vorderradbremse komplett bei Minusgraden im Deister mal ein Geist aufgegeben hat. Das ist passiert bei dir so. Das ist tatsächlich auch passiert. Also die haben, wenn dann ein Hersteller sagt, fahr dein Rad nicht, seitdem sage ich auch, okay, ich fahre mein Rad nicht mehr. Und wenn Shimano sagt, ihr dürft euer Rad weiterfahren, solange ihr keine Risse seht, dann vertraue ich da auch drauf, okay, dass ich keinen Totalausfall habe. Weil da sind Hersteller wie SRAM, die dann, das ist auch, haben sie wahrscheinlich auch einen Shitstorm gekriegt, damals Social Media noch nicht so groß. Heute wäre es wahrscheinlich ein Riesending gewesen. Aber es ist am Ende, sie sind richtig damit umgegangen und Autoherstellern passiert das auch. Und alles, was mit Präzisionstechnik zu tun hat und Materialermüdung, kann das immer mal passieren. Klar. Das Gute ist, das passiert einmal und nie wieder. Eins ist mal klar, dass Shimano die neuen Kurbeln jetzt testet auf ohne Ende und weil Quality Control noch, noch die Normen wahrscheinlich noch weiter überschritten werden, weil normmäßig ist das ja alles mal getestet worden. Und SRAM, wir waren bei DT Swiss, das geht alles weit über das hinaus, was, was, was jetzt getestet werden muss, was die Hersteller machen. Ja. Genau um das zu vermeiden. Und ich glaube, da sind wir in einer Welt, wo alles dann am Ende durch solche Fehler immer besser, immer besser wird. Ja, noch eine kleine Ankündigung zum HyperRise Video, was am Wochenende kommt. Da habe ich tatsächlich im Video 1 vergessen, weil wir reden über HyperRise Kompressionsstiefel. Das war der deutsche Begriff. Okay, ja. Stiefel nennt man die, diese langen Dinger. Ja, ja, ist so ein Stiefel, der geht bis oben zum Oberschenkel. Es geht um diese Boots, die ihr sicherlich auch irgendwo schon mal gesehen habt. Da habe ich jetzt mit Matze das Video zugedreht, was am aller Voraussicht am Sonntag veröffentlicht wird zu 99 Prozent. Ich wüsste jetzt nicht, was noch dagegen spricht. Nicht, dass ich euch jetzt was Falsches erzähle hier. Nee, steht auf veröffentlichen, glaube ich, oder? Nee, ich muss, darf ich nicht vergessen, den Plan wieder reinzunehmen. Geht um diese Boots, die ich hier auch schon mal erwähnt habe, wo ich gesagt habe, ja, wer braucht diese komischen Recovery Boots, braucht ja kein Mensch. Und dann durfte ich die hier als Muster ausprobieren, weil einer unserer Lieferanten hatte die im Sortiment und hat gefragt, hier, wollt ihr das nicht auch machen? Probier doch mal. Und die sind echt geil. Die sind wirklich so, wo ich sage, okay, ihr habt mich überzeugt, natürlich immer aus der Sicht des Händlers zu sagen, na gut, ich nehme das ins Sortiment mit auf, aber 1.000 Euro sind halt 1.000 Euro. So ein Set von Hyperrise kostet 1.000 Euro. Dann hast du aber auch alles dabei, Akkubetrieben und so weiter. Was ich noch nicht so dazu gesagt habe im Video, ja, wie kommt dieser Preis zustande? Das ist natürlich eine komplizierte Technologie. Das heißt, du hast fünf Kammern pro Bein, die angesteuert werden müssen mit Luft. Das heißt, alleine die Konstruktion des Kabels mit fünf kleinen Röhrchen, um die Luft anzusteuern, das Ganze natürlich elektronisch so zu steuern, dass dein Bein nicht abgeklemmt wird und so weiter. Das ist ja einmal nicht so einfach. Das heißt, wirklich fünf einzelne Kanäle intelligent anzusteuern und was mir vorkommt bei dem Produkt, auch im Gegensatz zu anderen, die ich schon gesehen habe, das ist halt bei Hyperrise immer so, wo ich das Gefühl habe, okay, da habe ich auch 10, 15 Jahre was davon. Das geht nicht sofort kaputt und darf es natürlich auch nicht bei dem Preis. Das habe ich so ein bisschen als Argument noch ein bisschen vergessen in dem Video zu sagen. Ansonsten empfehle ich euch, das Video dahingehend nochmal anzuschauen, weil ich ja mit Stefan Barth auch diesen Podcast gemacht habe, der letzte Woche kam, wo wir viel über Ultracycling, aber auch über Regeneration und Ernährung auch ein bisschen und auch diese Triggerpunkt-Geschichten geredet haben, weil ich in diesem Hyperrise-Video auch mal mein ganzes andere, mein ganzes anderes Spielzeug mitgebracht habe. Also auch eine Faszienrolle, da nutze ich jetzt auch die von Hyperrise, mit Vibrationen und die Massagepistole und ich habe auch dann mal gezeigt, wie man tatsächlich an der Wade diese Triggerpunkte finden kann und wie ich die bearbeite. Und das habe ich tatsächlich selber nach diesem Podcast jetzt nochmal wirklich, es ist ja doch Disziplin, auch wenn du vor dem Fernseher sitzt und sagst, naja, ich könnte jetzt mal ein bisschen Triggerpunkte machen oder Blackroll machen oder sonst wie, oft ist es doch schöner, mit der Tüte Chips einfach sitzen zu bleiben und nichts zu machen. Und jetzt habe ich das wirklich nochmal aktiv angefangen und ich habe immer, nicht Achillessehnen-Probleme, das haben wir im Podcast auch, aber ich habe immer vom Tennis schon so ein bisschen eine Überlastung rechts und links neben dem Knöchel gespürt und bin jetzt wirklich in diese Triggerpunkte mit diesem TMX-Trigger reingegangen. Und das zeige ich in dem Video, könnt ihr auch vorspulen, wenn euch diese Beine, aufblasbaren Beine eh nicht interessieren, spult da einfach vor. Da zeige ich auch mal, wie ich das mache und da habe ich auch dann in dem Podcast, ich habe das sonst immer per Hand gemacht, habe dann diese Punkte gemacht und das, und dann so reingedrückt und so weiter. Und das ist so von der Convenience-Geschichte vor dem Fernseher und ich muss jetzt wirklich mit dem Arm noch mit Kraft da reindrücken, immer noch so eine Hürde mehr und ich habe jetzt durch den Podcast gelernt, ja, leg doch deine Wada einfach drauf. Also ich setze mich dann unten auf den Teppich, lege meine Wada und versuche diesen Punkt vorher anzusteuern und das kriegt man gut hin. Man piekst dann Muskel für Muskel so ein bisschen rum und irgendwann merkst du, ah, das ist die Stelle, die am meisten wehtut und da legst du dann dein Bein mit dem eigenen Beingewicht drauf, kannst du es auch ein bisschen entlasten, indem du es anwinkelst oder du legst es mit vollem Gewicht drauf oder den anderen Bein drauf und dann ist es vor dem Fernseher auch nicht mehr so schlimm. Es tut weh, klar, aber ich muss ja nicht mehr drücken mit dem Arm noch und keine Arbeit verrichten, sondern leg einfach drauf und das ist natürlich das Schöne an diesen Recovery Boots auch. Das kannst du mit einer Tüte Chips in der Hand sogar machen. Tüte Chips in der Hand, iPad in der Hand, was auch immer man gerade so macht, das Ding läuft und läuft und läuft und du hast ja einen ähnlichen Effekt wie bei einer Blackroll, du hast ein bisschen Massage und sonst wie, du steigst da hinterher draußen, deine Beine fühlen sich leicht an und ich glaube auch wirklich, dass es einen Effekt hat. Also das ist, ich habe das Gefühl, dadurch regeneriere ich noch schneller, aber ich muss nichts machen. Ist natürlich auch ein bisschen faul, ich könnte wahrscheinlich das Gleiche erreichen, indem ich eine halbe Stunde Blackroll mache, statt eine halbe Stunde die Dinger von alleine das machen, aber ich finde es ganz cool und ich weiß auch von Bekannten oder vom Freund, mit dem ich auch Rad gefahren bin, die haben sich sowas auch schon angeschafft, zu zweit denn als Pärchen und so. Also das gibt Leute da draußen, die sowas kaufen für viel Geld. Du musst, wie gesagt, da keine Kommentare, dass es teuer ist und sonst wie, dass ich es nicht, ich bin relativ uninteressant, wenn einer schreibt, ich brauche das nicht, ist mir zu teuer. Interessant ist eher, wenn einer schreibt, ja finde ich auch geil und aus dem und dem Grund und es hat mir geholfen. Ja, also ich glaube, das Ding ist, diese Beine, diese Beinlinge, sage ich einfach mal dazu, Stiefel, die gibt es ja schon eine ganze Weile. Es ist nur relativ langsam jetzt nach oben gegangen. Ich finde, man hat sie über die letzten Jahre immer mehr gesehen und also es gibt immer mal wieder Veranstaltungen, wo man die auch ausprobieren kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Rad am Ring, da gab es auch so einen Stand, wo dann alle drin lagen und ich hatte dann leider irgendwie, habe ich, ich weiß nicht, ich wollte mich dann nicht da hinlegen vor den ganzen Leuten, liegt es natürlich im Sessel und alle gucken mich an, aber wenn man da wirklich Interesse hat, also ja, ich habe jetzt die Option, das hier vielleicht mal auszuprobieren. Ich bin da schon sehr gespannt und was ich sagen wollte, über die Jahre hätte sich, also ich meine, es kommen immer mal wir Produkte, wo man sich denkt, ja das war jetzt auch richtiger Quatsch und dann verschwindet das aber auch wieder, aber die verschwinden ja nicht. Also glaube ich schon, dass da was dahinter steckt, ohne das jetzt auszuprobieren, alleine schon, was der Markt mir zeigt. Ja. Ich habe noch keinen gehört, der es schlecht fand. Ich glaube, dass das schön ist. Ich glaube, dass ein Freund von mir weiß ich, der hat das damals auch, als er mal einen Muskelfasergeriss gehabt hat, war das so sozusagen ergänzende Behandlung beim Physiotherapeuten, also die haben sowas auch liegen. Ähnlich wie Strom habe ich auch schon mal gekriegt an die Achillessehne früher mal bei der Physio, also die versuchen ja über Mechanik oder über Strom einfach auch noch mal Durchblutung zu fördern. Ja. Es kommt aus dem Medizinbereich, das heißt, es wurde mal nicht für uns Sportler gebaut, sondern für Leute, die wirklich ein Gefäßprobleme haben, um das Wasser abzutransportieren, also Lymphen anzuregen und solche Sachen. Und ja, ich war ja auch skeptisch und habe gesagt, oh nee, das muss man nicht unbedingt haben, aber ich habe die Opportunity hier genutzt, dass ich es mal ausprobieren konnte und das ist tatsächlich ein kleiner Nachteil. Ja, kaufe ich mir das jetzt, probiere das aus, gut, du hast immer noch 14 Tage Rückgaberecht, aber bei so einem teuren Ding ist das ja auch immer so trotzdem eine Hürde, zu sagen, gebe ich das Geld aus, also vielleicht auch der Weg mal zu gucken, ob man das auf irgendeiner Messe mal ausprobieren kann und sich dann entscheidet, das zu kaufen. Das ist ja auch vielleicht auch keine Anschaffung, die man von heute auf morgen gleich machen muss. Aber spannendes Thema. Viel wichtiger in dem Video ist halt auch, wie gesagt, da könnt ihr euch noch mal angucken, wie ich das mit den Triggerpunkten mache, da seht ihr dann, also das seht ihr auch, wie, dass ich ein Loch in meiner langen Unterhose habe. An der Wade schon zu viele Triggerpunkte gemacht. Das sage ich jetzt nur, damit mehr Leute klicken. Ist da wirklich ein Triggerpunkt gewesen, da wo das Loch ist? Nee, das ist nur ein kleines Loch. Viel interessanter ist der Take, wo ich mich umziehe. Also, wer das nicht sehen will, wie ich mich umziehe und warum vor allem, dem ist auch nicht zu helfen. Ich würde sagen, am Sonntag ist dein Strava-Postfach dann voll. Ja, ja, genau. Jetzt verstehe ich den erst. Ja, dauert ein bisschen. Ja, ja. Gut, dann haben wir hier den Titici-Stahlrahmen hier legen. Jo. Wir haben uns entschlossen, eine Marke mit ins Sortiment zu nehmen, die nicht aus Carbon ist. Mhm. Warum? Warum? Ja, warum eigentlich? Nee, Stahl haben wir auch auf jeden Fall viele in der Firma hier in Faible für. Stahl ist ja erstmal ein sehr, sehr robuster Werkstoff. Alleine das, ne, also ich meine, bei Carbon muss man heutzutage auch nicht mehr so viel Angst haben, wie man früher dann hatte, so, aber ja, letztendlich, dein Fahrrad fällt um, fällt richtig blöd auf den Stein, dein Rahmen ist vielleicht kaputt, ne? Und bei Stahl hast du das eben nicht erstmal. Nummer eins. Stahl hat einfach, einfach natürlich auch viele Vorteile. Ähm, und genau, wir haben jetzt einfach hier mal was Klassisches, was heißt Klassisch, es ist trotzdem moderne Features drin, sowas wie, ähm, Zugführung ist intern, und das ist, äh, eine coole Sache, also es sieht nicht mehr so klassisch aus, wie die Stahlrahmen früher. Ja, wo die Bautenzüge rechts und links noch aushängen, das haben wir ja beim Retritschirahmen zum Beispiel. Entschuldige. Und, ähm, wir haben, ja, der Titici, äh, Sterato ist das hier, äh, haben wir sozusagen auch in, in einer relativ schlichten Farbe, ja, auch einfach nur diese Farbe, ne? Ja, also die gibt es irgendwie noch in ganz bunt und Regenbogen, wir haben uns jetzt für die grau-schwarze oder silber-schwarze Farbe entschieden. Ähm, ja, und das, was, äh, was tatsächlich, also ich, ich habe lieb, habe auch immer mit, mit Stahlrahmen geliebäugelt, ich würde mir gerne ein Wintertrainings, Pendel, Allroundrad aufbauen. Ja. Schon auch mit hochwertigen Komponenten, also dürfen auch Laufräder rein, die, die vielleicht aus Carbon sind, aber man muss jetzt nicht high-end oder sonst wie, aber wird halt schon so ein bisschen das sportlich auslegen, aber auch mit der Option, da im Winter Schutzbleche dran zu schrauben, also wirklich dran zu schrauben und nicht einfach so Klemmkram dran zu machen. Ja. Und, ähm, dann Stahl mit dem, mit dieser robusten Geschichte, wo man auch mal sagen kann, okay, vielleicht geht man doch mal auf Reisen damit, aber trotzdem konnte ich mich nie mit den Rahmen anfreunden mit dieser externen Zugführung, weil ich halt doch dann sagen würde, ich will eine elektronische Schaltung dran haben und dann habe ich aber trotzdem diese externe Zugführung, bleibt ja. Ja, das heißt, da wo die Baudenzüge, ich habe dann da kleine Ösen, wo keine Baudenzüge drin hängen und das gefiel mir nie so richtig und dann, ja, weiß ich nicht und dann irgendwann springt ja der Funk rüber und Titici ist halt tatsächlich, äh, italienische Manufaktur, preislich finde ich noch okay, also sicherlich, ich glaube, über 2000 Euro für so ein Rahmenset, ist jetzt nicht billig, aber halt auch nicht für die Qualität mit Columbus Stahl und Made in Italy, glaube ich auch, äh, Carbongabel komplett, ja, Carbongabel, überall Anschraubpunkte drin, wir haben auch tatsächlich, ähm, jetzt, das war gar nicht so vorgesehen, haben auch selber dafür gesorgt, dass wir Anschraubpunkte hinten haben für die Schutzfläche, die wären so serienmäßig gar nicht gewesen, also haben da sogar noch ein bisschen individualisieren können für die Rahmen, die wir jetzt hier bekommen, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt allgemein vielleicht sogar ändern, aber das ist jetzt zumindest bei unserem Rahmen so gemacht worden und haben wir jetzt hier im, im Showroom, werden jetzt demnächst mal ein Rad aufbauen, und vielleicht auch noch mal ein schönes Video dazu machen und ja, tatsächlich, sieht richtig schön aus, ne? Ja, auch coole Features, einfach so, hinten hast du Flatmount, äh, Bremsaufnahme, du hast Steckachsen, alles, was moderne Fahrräder normal haben heute, ne, also 12x142, äh, 12x100 vorne und, äh, geschraubtes Innenlager, T47, super, werden sich viele freuen wahrscheinlich. Ja, und wie gesagt, Zugführung, das ist jetzt, das kann sein, dass das jetzt der Weltreisende sagt, okay, das wäre jetzt nicht so meins, dass die Züge innen verlegt werden, aber das ist, finde ich jetzt ja genau wieder das, was es auch ausmacht. Ja. Oder anders macht als andere Stahlrahmen und da freue ich mich schon drauf. es ist ein sportliches Rad, ne, es ist, äh, aerodynamisch dann sozusagen. Ja. Trotzdem kannst du es mal gegen den Fahrradständer lehnen, ne, ohne Angst zu haben. Ne, sehr schön, freuen wir uns drauf und, ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema, ähm, eigentlich unser Hauptthema. Wir haben, eigentlich haben wir gesagt, wir machen einen Podcast. Einen kurzen, ne? Ja, einen kurzen und sprechen, sprechen eigentlich, eigentlich wollten wir nur einen kurzen Podcast, nur das Thema Jan-Ulrich ansprechen und dann kam Strava und sonst wieder dazwischen. Ja. Hammer. Zwei Stunden, ja, mein Podcast, äh, Threshold-Power ist, dann liegt er bei drei, vier wahrscheinlich heute. Ja, ja. P, P, T, P. Ja, also, tatsächlich dieses Jan-Ulrich-Thema, wir haben uns ja schon lange drauf gefreut, also wir haben auch untereinander gesprochen, wenn die Doku im November endlich kommt und so weiter, die haben sie natürlich auch schön gelegt im November, wo, äh, viele zu Hause sind und viele Geld ausgeben und so weiter, ne? Also es ist ja so ein Release-Date, ist ja immer so, ja, ganz praktisch gelegt. Ähm, und da war ja wirklich die große Frage, wie kommerziell wird das Ganze? Wie viel ist da Kommerz und was kommt da raus, ne? Und alle haben drauf gewartet, dass Jan-Ulrich jetzt endlich auch mal aus, aus dem Nähkästchen plaudert, wie das Ganze war früher und, äh, warum hat er nicht er ausgepackt und, und so weiter. und witzigerweise, ich weiß gar nicht, wie hast du es denn wahrgenommen? Hast du erst diesen, es gibt, also es gibt den, es gibt Interviews, es gibt ein ARD-Interview mit Hajo Seppelt, einem seiner größten Feinde, mit Jan-Ulrich, circa 30 Minuten ungefähr, dann gibt es, äh, einen schönen Podcast, Hotel Matze. Ich sag nur nicht, was mein Favorit ist. Und dann gibt es natürlich die Doku selber und so ein bisschen, mit ins Paket, würde ich noch packen, dass es ja im letzten Jahr die Being Young Jan-Ulrich-Doku schon gab. Ähm, das ist vorletztes Jahr, glaube ich, ist die rausgekommen, Vorletztes Jahr sogar. Weil ich bin mir relativ sicher, dass ich zu Being Young Ulrich Corona hatte und ich hatte jetzt zur neuen Doku auch wieder Corona. Das ist ein Zeichen. Äh, mega geil, weil man dann Zeit hat, die Doku in eins durchzugucken. Das habe ich bei der letzten nämlich auch gemacht. Ja. Genau, die, die gab es alle, ne? Und der Podcast kam sogar vor, vor der Doku, vor der Doku, Ja, Hattest du den vor der Doku schon gesehen oder danach? Ich habe die Doku erst gesehen und dann den Podcast. Ähm, hast du, hast du es schon kommen sehen eigentlich? Also, was, was, naja, dass er auspackt, so? Ja, ganz schwierig. Ulrich, ich habe, na, ich bin ohne Expectation, also auf Deutsch, ohne Expectations, Erwartung, ohne Erwartung an das Ganze rangegangen, weil ich erstens die Doku tatsächlich vor ein, zwei Jahren being Jan Ulrich cool fand, weil das habe ich auch damals tatsächlich hier im Podcast, glaube ich, mal gepickt, die Doku sich anzugucken, weil da das erste Mal schon nicht mal, nicht nur draufgehauen wurde. Ja. Und das hat Jan Ulrich auch in dem Harjo Seppelt-Interview selber gesagt, die fand er gar nicht so schlecht, obwohl er nicht beteiligt war. Also, er hat nicht mitgewirkt an der Doku, hat auch so irgendwie diesem Harjo Seppelt-Interview auch so ein bisschen durchblicken lassen, na gut, das war schon alles unterschrieben mit Amazon. Er konnte also auch nicht. Und das war ja das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay, sie hauen alle nicht nur drauf, sondern, na gut, er hat jetzt Drogenprobleme, er ist wirklich abgestürzt und wirklich sehr, 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 sehr unsympathisch rübergekommen für Außenstehende und war wahrscheinlich auch sehr, sehr unsympathisch zu der Zeit. Und dann natürlich diese Rettungsaktion mit Lance Armstrong, der nochmal ein Rückfall in Mexiko und so weiter. Und jetzt war es, und das ist auch jetzt ganz, ganz schwierig einzuschätzen, weil ich habe zuerst den Podcast mit Hotel Matze, den ich übrigens vorher nicht kannte, der sehr populär sein muss, und ich habe auch irgendwie mitbekommen, der hat einen Exklusivvertrag, das heißt, Jan-Ulrich jetzt hier im Podcast wird erst mal nichts. Oh, krass. Also sonst, ich habe schon um Ecken Kontakte und hätte natürlich auch mal Bock mit ihm zu sprechen, wobei ich glaube auch, vielleicht ist das Thema auch vorbei, weil dieser Podcast, das muss man sagen, dieser Hotel Matze Podcast, der hat auch wirklich, ich habe das Gefühl, es bleiben keine Fragen offen. Super, finde ich auch. Und ich habe ihn zuerst gesehen und fand dann die Doku etwas sparsam, weil ich natürlich alles schon wusste aus dem Podcast. Also ich fand den, und das ist, du hast es umgekehrt gemacht, wie war denn da dein Eindruck? Fand ich gut, also im Endeffekt, ich finde in der Doku kommt schon ziemlich viel raus. Also mir war eigentlich von vornherein klar, der packt aus, weil es gab vor, vor einem Jahr ungefähr, gab es glaube ich schon einen ganz, ganz kleinen Podcast mit Paul Rippke zusammen. Also Ulle und Paul Rippke und der war glaube ich auch der Einzige, bei dem er so überhaupt medial unterwegs war. Ich glaube sonst hat er keine Interviews gegeben oder so überhaupt. Ja, ich meine du. Ich habe immer gehört, er ist exklusiv irgendwo gebunden gewesen. Ja und man hat schon gemerkt, also die haben das Thema Doping und so weiter gar nicht angesprochen bei dem kleinen Podcaster. Ja und ich glaube, das ist vertragsmäßig, hätte er es wahrscheinlich nicht gedurft. Ja, ich glaube, der hatte auch einfach, also ich weiß gar nicht, ob da die schon unterschrieben war alles, weiß ich gar nicht genau. Aber man hat auch gemerkt, natürlich der geht auch nirgends hin, weil das ist natürlich immer das Thema, was ihn irgendwie sein Leben lang verfolgt und da hat er keinen Bock drauf. Und das fand ich eigentlich bei dem Podcast ganz cool und man hat aber schon so einen kleinen Ausblick gekriegt, okay, da kommt noch eine Doku und ja, da möchte er sich vielleicht auch mal was von der Seele reden sozusagen. Deswegen, also im Endeffekt ist es ja jetzt, ich würde mal sagen, es war für keinen jetzt besonders überraschend. Ich glaube, für ihn war es halt mega, mega gut und super wichtig für sein Leben. und ich kann ihn da echt komplett irgendwie verstehen. Also ich meine, man kriegt einen Eindruck, wie war das für die Person alles. Und man kann sich sehr, sehr gut, finde ich, hineinversetzen. ja, und mit der Doku fand ich, also filmerisch war es gut gemacht einfach. Also ich fand, es waren schöne Bilder, schöne Aufnahmen und so weiter. Ich fand, er hat das toll erzählt und man kauft ihm auch ab. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt einfach alles und danach den Podcast zu sehen mit noch mehr Insights sozusagen war eigentlich, glaube ich, die bessere Wahl, würde ich auch mal sagen, weil im Podcast wird eigentlich fast alles besprochen, außer so ein paar kleine Sachen und dass man noch mal was Visuelles hat und natürlich auch noch mal andere Leute, die da im Interview sind, in der Doku. Ich würde aber schon sagen, also der Podcast muss ich schon sagen, der ist echt toll gemacht und ich finde der, also Matze heißt er wahrscheinlich auch, wenn der Podcast ja Matze heißt, ne? Ja, gerade im Hintergrund das Titelbild von seinem Podcast. Ja, war auch die erste Podcast-Folge, die ich von ihm gesehen habe und ich finde, er ist auch einfach ein super Typ und er stellt unfassbar gute Fragen. Also richtig gut. Ja, was, Jan Ullrich war übrigens zwischendurch noch ein Podcast mit Lance Armstrong auf Mallorca. Immer mal im englischen Sprachigen habe ich ihn gesehen, zweimal glaube ich, aber auch nicht über, da haben sie eher so über alte Fahrten und so Rivalität gesprochen. Ne, Hotel Matze war für mich das viel intensivere Erlebnis. Interessanterweise war es so, dass der, dass der Gast den Moderator die ganze Zeit unterbrochen hat. Das heißt, Jan Ullrich, man hat wirklich gesehen, dass der nachgedacht hat, geredet, wie so ein Wasserfall und dann eine kurze Sprechpause gemacht hat. Der Matze will die nächste Frage stellen und dann fängt er nochmal wieder an, weil ihm noch was eingefallen ist. Aber das war so eine Natürlichkeit und so intensiv, wo ich das erst, wo ich auch das erste Mal das Gefühl hatte, er öffnet sich und zwar fast unbewusst, als würde er da mit einem Familienmitglied sitzen. Und das ist ja das, ich bin ja nun selber Podcaster oder wir hier und das ist ja das, was ich auch immer versuche in meinen Podcasts, deswegen mache ich ungerne Remote-Podcasts mit Leuten, dass man hier so eine Wohlfühlatmosphäre hat, wo man einfach spricht, wie man Bock hat und nicht zu sehr geskriptet, das geht nicht bei jedem Thema. So ein Wattmessungsthema mit Roga ist dann schon so, wo man einen Leitfaden abarbeiten muss und auch vielleicht auch das Thema mit dem Ultracycling, da geht man viele, viele Punkte durch. Aber wir hatten ja jetzt ja hier auch schon Leute sitzen, wo wir dann wirklich so ein bisschen einfach frei gesprochen haben und Informationen gekriegt haben, die wir sonst nicht gekriegt haben, so wie wir ja jetzt hier auch abschweifen, leider immer. Aber das ist ja das, was das Podcast-Format, finde ich, immer ausmacht und das ist auch der Unterschied zwischen Hotel Matze und der Doku. In der Doku ist es eine Interview-Situation, eine typische Dokumentations- Interview-Situation ist, dass im Hintergrund einer sitzt und der Interviewte sitzt da vorne und wird interviewt und kriegt Fragen gestellt und antwortet. Ja. Und das ist etwas, wo eventuell, wo irgendwie weniger passiert, als wenn beide sichtbar sind und beide sozusagen Protagonisten sind, wo sozusagen auch mal ein Dialog entsteht. Und dann hat zwar auch in dem Wattmessungs-Podcast mal einer geschimpft, dass ich dann da irgendwie mal auch mal meinen eigenen Senf dazugegeben habe, aber ich finde, das macht einen Podcast aus. Ja, voll. Dass halt jeder, dass auch der Moderator nicht nur Moderator ist, sondern einfach ein Gesprächspartner und nicht einfach nur Interviewer ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das kommt so ein bisschen gefühlsmäßig, kommt deswegen dieser Urteil-Matze-Podcast bei mir viel, viel besser an, weil es auch genau das widerspiegelt, so wie ich gerne mit Jan Ulrich gesprochen hätte, wenn ich in der Position gewesen wäre. So wie wir halt auch mit Mike Kluge oder Jonas Deichmann. Jonas Deichmann ist ein gutes Beispiel, den haben wir in Berlin interviewt in unserem Podcast und habe mich dann natürlich auch vorbereitet und Jonas Deichmann ist ja nun auch auch schon so populär, dass er viel durch die Mainstream-Medien geht, bei Bild saß er und so weiter. Und wenn du dich dann vorher recherchierst und genauso ist es bei Jan Ulrich auch, dann kriegst du überall wiederholt sich das. Das heißt, die Antworten sind die gleichen, die kommen. Bei Jan Ulrich ist es zum Beispiel der schwere Rucksack, am Ende immer so nach dem Motto, ja, ich hätte Lust wieder Familie Radsport und da Fuß zu fassen. Es gibt so zwei, drei Sachen, die überall vorkamen und dann sind in dem Podcast aber zehn andere Sachen, die in der Doku und in den anderen Interviews nicht mit dabei waren. Und genauso fand ich, haben wir das damals ja auch mit Dan zusammen, den Podcast mit Jonas Deichmann, sind immer so meine Fragen, gehen immer noch mal so ein Stückchen weiter, die vielleicht ein anderer nicht gestellt hätte. Und in der Hoffnung, dass da auch eine Antwort kommt und da erinnere ich mich halt auch an Situationen, wo Jonas Deichmann da saß und auch wirklich erst mal zwei Sekunden überlegen musste und das sieht man ja dann noch an den Augen, wo er so nach oben guckt und dann kommt irgendwann die Antwort, weil eben nicht wie aus der Pistole geschossen die Antwort kommt, die er ja sowieso schon fünfmal gesagt hat. Das Gefühl hatte ich hier auch und deswegen, also da gut ab, das hat er hat dieser Matze super gemacht und Jan Ullrich natürlich ist natürlich auch wichtig, dass der sich geöffnet hat. Also die werden auch wahrscheinlich ein cooles Vorgespräch gehabt haben, vielleicht einen Kaffee getrunken haben und so weiter, weil sonst kriegst du diese Atmosphäre nicht hin. Du musst diese private Atmosphäre hinkriegen und das war wirklich, das war wirklich geil, wo ich Jan Ullrich auch so wahrgenommen habe, wie ich ihn noch nie wahrgenommen habe. Wo ich gesagt habe, oh, krass, menschlich, selbstreflektiert, so ein bisschen auch schlau, also er hat schlaue Sachen gesagt, wo ich auch, das war vor, also, der kommt nie zu unserem Interview, wenn ich sage, dass er mir vorher nicht schlau vorgekommen ist, aber so meine ich das nicht, sondern in dem Augenblick habe ich das Gefühl gehabt, oh, da sind ja wirklich in seinem Kopf Netzwerke, auch was er über die Familie sagt und dass er eher so ein, also fand ich sehr, also so sozial schlau auch. das hätte ich auch gerade gesagt, soziale Intelligenz, man merkt es total, also abgesehen davon, ob Jan Ullrich jetzt gebildet ist, über viele Sachen Bescheid weiß oder nicht, so die soziale Intelligenz, die merkst du so doll und ich finde es immer so bewundernswert, wenn so, er ist einfach ja auch 50 mittlerweile, so nicht mehr der Jüngste, also erst mal mentale Gesundheit, ein Thema, was so wenig besprochen wird, immer noch, also es wird natürlich mehr, aber gerade von alten und dann auch noch Männern, das, ey, ich finde es, alte Männer, ich bin auch 50, du Sack. alte weiße Männer, das ist einfach so. Na toll, sitzt er hier mit seinen 30 Jahren und dreht. Nein, natürlich, ich kenne auch meine Privilegien und so weiter, aber das ist, ich finde es einfach mega, mega cool zu sehen, also das gibt mir, gibt mir richtig gute Gefühle, ihn zu sehen, wie, also man erwartet es einfach nicht von ihm, und das finde ich total gut, zu sehen, wie er über seine Gefühle, Emotionen und alles einfach super offen spricht und über seine, ja, mentale Gesundheit einfach, finde ich richtig gut. Kindheit und so. Ja, und man hat genau gesehen und das ist das vielleicht auch der Tipp, hört den nicht, so wie unserem Podcast ja auch, weil bei unserem Podcast ist es, glaube ich, egal, ob man uns sieht oder nicht, wir haben ja auch nicht diese Großeinstellung und dass wir jetzt mit Emotionen vielleicht zu kämpfen haben, im schlimmsten Fall, aber bei dem Hotel Matze Podcast ist tatsächlich etwas, den habe ich mir von A bis Z auf dem Sofa auf dem Fernseher angeguckt und ich konnte nicht abschalten und ich war voll konzentriert, während ich bei anderen Podcasts und so wäre es bei meinem eigenen auch, den kann ich auf dem Fernseher laufen lassen, aber irgendwann höre ich nur noch zu, gucken die vielleicht nicht mehr hin und dann gucke ich mal wieder hin, wenn irgendwas Interessantes ist. Es gibt ja auch viele andere amerikanische Podcasts, die ich höre, Rich Roll und solche Sachen, und da gucke ich oft mal eine Sendung und solche Sachen. Stephen Barnet, 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 weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, wenn ich ihn jetzt überhaupt richtig ausgesprochen habe. Da gucke ich auch mal hin und dann höre ich wieder nur und so und den habe ich von A bis Z, weil die Mimik und diese Augen und dann hat er nach oben geguckt, als es um seinen Vater ging und dann erzählt er, wie er sich an seinen Vater erinnert und sich wenig zu sehr spoilern und dann siehst du richtig, wie seine Augen arbeiten, wie er das nochmal alles im Kopf durchmacht. Also krass. Und das ist das, was ich in der Doku so nicht, in der Doku sind die Jonas Deichmann-Antworten gekommen, in Anführungsstrichen, die immer kommen. Und in dem Podcast kam das andere noch mit rein. Also das, was man in so einer Doku vielleicht auch nicht reingepasst hätte. Ja, ergibt ihm auch das Gefühl so irgendwie von Sicherheit, glaube ich auch einfach. Und das ist ja das Gleiche, wenn dich irgendwer Fremdes fragt, wie geht's dir? Sagst du, gut. Das ist in Deutschland nun mal so, aber wenn dich ein guter Freund fragt, wie geht's dir? Dann sagst du vielleicht, ah, nicht so gut eigentlich, wenn ich es irgendwie ehrlich beantworten soll. Ja, also es ist lohnenswert, sich alles anzuschauen. Vom Doku-Style fand ich es ein bisschen zu normal, in Anführungsstrichen, aber da bin ich jetzt mittlerweile auch da. Und das glaube ich auch, dass sich die Dokumentations- oder diese Landschaft so ein bisschen, gerade diese autobiografische, nenne ich sie mal, Landschaft gerade so ein bisschen verändert, wo andere Formate entstehen, vielleicht auch Social Media geprägt, die ein bisschen echter wirken als jetzt die Jan-Ulrich-Doku. Mein Beispiel ist, die habe ich jetzt nicht durchgesuchtet, sondern ich habe irgendwie ein, zwei Folgen Robbie Williams' Doku auf Netflix gesehen und dann irgendwie die letzten zwei Folgen wieder, weil meine Frau die gesehen hat, habe ich mal so mit einem halben Ohr mitgeguckt. Ich habe das Gefühl, dass in den Dokus die Formate sich so ein bisschen ändern. Die gehen eigentlich eher weg von dem, ja, hier nochmal ein O-Ton, da nochmal ein O-Ton und also von Freunden oder sonst wie und so dieses, also die Jan-Ulrich-Doku war für mich tatsächlich so, wie man sich Dokus auch in der ARD, ZDF, also ähnlich wie wie Jan-Ulrich, dann wird mal wieder, wird ein bisschen was über Radsport erzählt, dann kommt Danilo Hondo erzählt, macht seinen Spruch dazu, dann kommt die Frau von Jan-Ulrich, dann wenn es um Familie geht und wird eingeblendet, dann er selber wieder, dann wird es, schade fand ich, dass so viel Blut und Stürze gezeigt wurden, das fand ich ein bisschen zu reißerisch. Das hätte die Doku nicht nötig gehabt, das hätte dem Gefühl der Doku, also da gab es einen ganz, ganz schlimmen Sturz, den, wo so ein Radsportler volle Pulle in so ein Auto reingefahren ist, bergab, und dann gab es diese blutenden Szenen, wo mal einer gestorben ist. Ich finde, das war too much, wo ich sage, okay, das braucht so eine Doku nicht, das ist für den Inhalt Jan-Ulrich völlig irrelevant, das ist eher dafür da, um die Leute zu schocken, also um da die Leute vielleicht dahingehend zu triggern, keine Ahnung, fand ich schade. Ansonsten war das Doku-Konzept halt das typische Doku-Konzept, und bei Netflix ist es ja so, dass ich das Gefühl habe, dass die andere Wege gehen. Der Robbie Williams, da war das Format einfach so, er hat auf seinem Bett gesessen und hat videomäßig die Szenen angeguckt von früher, wo er gefilmt wurde, und hat da drauf dann reagiert. Also so Reaction auf sein eigenes Leben, ein ganz, ganz spannendes Format, wo ich sage, krass. So ein bisschen im wahren Leben mehr zeigen sozusagen und dabei sprechen. Ja, und halt eben nicht, ja, ich setze dich jetzt ins perfekte Licht und du kriegst ein Mikrofon, sondern der sitzt da im Schneidersatz, im Schlafanzug in seinem Bett rum, weil das so ein Lieblingsort ist und befasst sich live mit seiner Vergangenheit. Fand ich sehr, 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 sehr krass. Wird in normalen Dokus auch manchmal eingesetzt, aber wo ich sage, okay, das sind geile Formate, bin ich jetzt, schweife ich jetzt ein bisschen von ab, aber guck, kann ich eigentlich auch empfehlen, da mal Robbie Williams sich anzugucken. Der war ja auch, und da wieder Mental Health, mit Drogenabhängigkeit und so weiter. Also die Jungs, die ultra populär sind, egal ob jetzt der Rockstar Robbie Williams oder der Fahrradstar Jan Ulrich, man kann sich gar nicht vorstellen, man denkt so, als Außenstehender denke ich, oh, wie geil wäre das, wenn ich Jan Ulrich wäre. Würde ich so schnell den Berg hochkommen, ich würde viel Geld verdienen, alle fänden mich geil, der ganze Platz ist voll hier in Bonn, wenn ich zurückkomme von der Tour de France und ich bin der König des Landes. Und genauso wie Robbie Williams geht vor 90.000 Leuten in so ein Stadion rein und kriegt vorher Steroide gespritzt, damit er diesen scheiß Auftritt durchhält. Das heißt so, vielleicht ist es doch ganz geil, nicht so bekannt zu sein. Also krass, oder? Ja, ja, also ich habe die Robbie Williams Doku nicht gesehen, aber dafür die David Beckham, nee, es ist Beckham Doku, nicht über David. Ja, die steht noch auf der Liste bei mir. Ja, ja, unbedingt angucken. Also ich musste gezwungen werden zu Hause. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, aber mir war auch nicht bewusst, wie das alles so lief und so bei dem. Also auch mega krass genauso. Da hat man auch wieder diese Interview-Situation, wie du auch meintest. Da sind auch ein paar Sachen, die sind ja sehr gestellt, aber manche Interviews auch einfach, wo einer dann reinkommt und sagt, ey, David sagt zu seiner Frau, sag doch die Wahrheit, sag doch, wie es wirklich ist. Und das wirkt einfach ein bisschen realer, wie im Podcast hier dann eben auch. Ja, ich glaube, die Interview-Welt und die Doku-Welt verschiebt sich ein bisschen, weil dadurch, dass Podcasts, gerade jetzt die Mainstream, unseren zähle ich mal noch nicht dazu, weil wir natürlich so ein bisschen Nische hier sind, aber gerade die Mainstream-Podcasts und die Dokus, die nähern sich irgendwie an, habe ich das Gefühl, dass da wirklich auf einmal dann so eine Situation entsteht. Und das hätte ich gedacht, dass man das bei, ich glaube, Netflix hätte es anders gemacht. Habe ich so das, also ganz blöd gesagt, nichts gegen Amazon und, aber ich hätte das Gefühl, Netflix hätte die Doku anders, wäre die angegangen oder es hängt wahrscheinlich an den Menschen selber, wahrscheinlich hängt Amazon beauftragt ja irgendjemanden, genauso wie Netflix jemanden beauftragt, also Netflix selber hat da vielleicht gar nicht so viel mit zu tun, aber ich glaube, auf Netflix wäre sie anders gelaufen. Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch nur eine ganz stupide, dumme These, aber. Man muss natürlich auch sagen, also diese Being Jan-Ulrich-Doku, die war sehr umfangreich, glaube ich, ne? Es waren echt viele Folgen und letztendlich, das waren jetzt vier Folgen, aber es ist ja im Prinzip auch das Hauptthema in Anführungszeichen nur, dass er gesteht, dass er gedopt hat. Und das ist, ja, vielleicht auch ein bisschen, also wenig Inhalt dann, um eine ganze Serie zu füllen, ne? Andererseits, das Zusammentreffen mit dem alten Trainer und so waren natürlich dann trotzdem auch coole Bilder, so ist es nicht, ne? Also es war schon emotional im Moment, ja. Emotional und, aber das, was hängen geblieben ist, ist die Geschichte, wie er in die Mütze geschissen hat. Ja, wirklich. Ich weiß gar nicht, darf man die hier spoilern? Naja, wir, also es ist, glaube ich, klar, dass wir spoilern hier, ne? Ja, ja. Also wenn ihr nichts über die Doku wissen wollt, das hättet ihr vor 20 Minuten abschritten müssen. Ja, das stimmt schon. Ja, das war lustig. Das war sehr lustig, ja. Wir müssen ja auch nicht mehr dazu sagen. Ne, müsst ihr euch die in der Doku angucken. Ja. 7,99 Euro Prime-Gebühr für einen Monat bezahlen. Oder gucken, ob es irgendwo schwarz brennen könnte. Weißt du noch, dass man früher, dass sich das so schwarz gebrannt auf DVD, sich solche Sachen angeguckt hat, wenn man kein Geld ausgeben wollte? Ich weiß, dass Leute das gemacht haben. Genau, ja, ja. Aber bei dir gab es das nicht mehr, ne? Ja, das war in meiner Schulzeit. Was meinst du, was da abging? Ach, da warst du in der Schule. Ja, ich war da im Student oder irgendwas. Ja, das war krass. Ja, ja, ja. Richtig krass, ja. Und dann gab es ja irgendwann diese komischen Netzwerke hier, wo man dann das Kram runterladen konnte. Aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen, hießen. Ja, müssen wir auch nicht nennen, glaube ich. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Krass, wie sich das alles verändert hat, ne? Damals gab es Webseiten, wo man diese Shareware-Schlüssel sich runterladen konnte. Ja. Alter Schwede, ey. Schon krass. Ja. Das Doping. Das war ja jetzt ja das Hauptthema. Und haben wir da eine Meinung zu? Hat er das wirklich offen genug dargelegt? Also, ich würde mal sagen, es bleiben schon jetzt nicht so dolle Fragen offen da, zumindest bei ihm nicht, oder? Weiß ich nicht. Gab es denn überhaupt offene Fragen? Weil wir waren ja eigentlich über das Doping schon umfassend informiert. Vorher. Wenn man es so will. Also, man wusste ja, dass er Blut gedopt hat bei Fuentes und so weiter. Und man wusste durch die Armstrong und so weiter. Also, man, ich fand's, deswegen, eigentlich war ja die, deswegen war, und auch das nochmal, deswegen war ja diese Dopingbeichte für mich gar nicht so wichtig, weil man wusste es eh. Interessanter war für mich, also, interessanter war, warum er nicht gebeichtet hat. Er. Genau. Das habe ich ihm abgenommen. Eigentlich das, genau. Wobei man, ja, ja, hast du schon recht. Warum hat er es nicht gesagt? Und für, also für keinen war es ja auch eine Überraschung, habe ich das Gefühl. Also, es ist kein, für keinen eine Überraschung. Und warum erst jetzt und so? Und hat er, was sind seine Ängste so? Weil mir war auch völlig bewusst, keiner wird jetzt böse auf ihn sein, nach so vielen Jahren, ne? Ja, ja. Also, ja, alle sind einfach irgendwie gefühlt stolz auf ihn, so, ne? Ja. Egal, was, was er für blöde Sachen in Zwischenzeit gemacht hat und so. Man hat irgendwie Mitgefühl und man kann ihn irgendwie verstehen. Ja. Die, 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 das Interesse, also, die, die, das er gedobt hat und wie und was, was er denn erzählt hat. Er hat ja auch erzählt von den Spritzen und so weiter. Wie das mit dem Blut gelaufen ist und so. Aber es ist am Ende ist ja, fand ich es wirklich viel interessanter, die, die Beichte oder die, die offenen Worte. Ja, warum hat er es nicht erzählt? Ja. Weil er den seine Freundin nicht verraten wollte und dann auf einmal mit Anwälten und nie was mit Anwälten zu tun gehabt, falsche Berater und sonst wie und kam halt aus dieser Dings nicht raus. Äh, und seine Erklärung, die natürlich auch wichtig war und auch wahrscheinlich so verständlich war, warum er gedobt hat. Ja. Und da komme ich ja auch, bin ich ja auch eher verzeihlich gestimmt. Er hatte, ja, er hat da im Podcast auch, wurde er, nee, hat er zum Schluss gesagt, ich weiß nicht, ob es in der Doku auch war, aber im Podcast auf jeden Fall, ähm, seine Frage will, war irgendwie, oder das, was er zum Abschluss transportieren will, so, versetzt euch in meine Lage und entscheidet, wie würde, wie hättet ihr gehandelt so. Das ist ja im Prinzip jetzt das, wo du auch einsteigen wolltest. Weil, also du kannst es, du kannst ihn verstehen, durch die Doku. Kannst du es schon sagen, wie du selber gehandelt hättest? Ja, das ist halt das große Problem. Es lässt sich, finde ich, sehr leicht sagen, nee, ich, im Leben nicht. Hättest, hättest du nicht gedobt? Ja, im Leben hätte ich damals da mit dem Scheiß nicht mitgemacht und ich hätte wahrscheinlich den Radsport aufgegeben und so weiter. Das ist immer sehr, sehr einfach, dass, als Außenstehender zu sagen, der noch nie am Limit trainiert hat, der noch nie diese, ob er diese Gelegenheit hatte, zu, zu, äh, im Profisport Fuß zu fassen, der nicht dieses Talent hatte und so weiter. deswegen bin ich ja immer verzeihlich und habe gesagt, ja, wer weiß, was ich gemacht hätte. Ich bin jetzt ultra streng. Ich bin in meinem aktuellen Leben Doping gegenüber natürlich ultra streng und ich glaube auch, dass, wenn mir heute, wenn ich mich heute in die Lage eines Radsportlers rein versetze, würde ich sagen, ja, mache ich nicht. Aber, und ich bin auch heute ultra streng, was Schmerzmittel und Aspirin und was nicht, ich selbst RTF-Fahrer manchmal reinpfeifen, wo ich sage, was soll das? Da bin ich ja jetzt in meinem aktuellen Leben auch ultra streng und sage, ich ziehe eine Grenze und ich möchte gerne Medikament losfahren. Wobei auch da muss ich ja das Schuldeingeständnis machen, dass das ja bis vor zwei Jahren sogar so war, dass ich gesagt habe, ich nehme noch nicht mal Koffein zu mir, während ich jetzt schon wieder mal ein, zwei Espresso am Tag trinke, aber nicht eine Koffeintablette vorm Rennen nehme oder sowas. Also da wäre dann auch schon wieder eine Grenze erreicht. Das heißt, ein sauberer Sport, da gehört für mich fast noch mehr dazu, als das, was heute praktiziert wird, weil ich glaube, ich habe mich mal erinnert, an eine ARD-Doku mit Toni Martin, der seinen Medikamententäschchen aufgemacht hat, der nun wirklich Doping-Gegner war, aber da war halt auch das Ibuprofen drin. Muss man immer sagen, wo fängt es an und wo hört es überhaupt auf? Ja. Das ist, und ich habe mir echt vor dem Podcast jetzt nochmal so Thema Doping angeschaut, was gibt es da über, was ist Doping, was ist die Definition, auch im Sport davon und so und es ist voll schwammig, es ist richtig schwammig, glaube ich auch bewusst, aber ich habe mir das sogar aufgeschrieben, genau, ist es irgendwie, erstens, dass es so potenziell gesundheitsgefährdend ist und sportliche Leistung steigert und zweitens irgendwie die Anwesenheit einer Substanz oder der Gebrauch einer Methode, die auf der Liste steht, sozusagen vom Medical Code. und das ist ja schon mega krass, genau das, was du sagst. Ich meine, Koffein zum Beispiel stand auch auf dieser Liste, so wie ich das jetzt heraus, also meiner Information aus dem Internet nach, steht Koffein nicht mehr auf der Liste, aber ist es jetzt Doping oder nicht? Also, wenn man es genau nimmt, ja, ist es doch irgendwie Doping, oder? Also ich meine, zumindest wenn man sich die Tabletten und das Hochdosiert reinnimmt. Den Espresso würde ich tatsächlich noch verzeihen, weil da ist so wenig Koffein drin oder wenn du den jeden Tag trinkst, sowieso keine Leistungssteigerung der Wirkung mehr hast. Ich glaube, die kannst du erzielen, indem du keinen Espresso trinkst und nur am Wettkampftag, dann hast du vielleicht noch eine Wirkung. Ansonsten glaube ich, dass wir dann von dem Effekt im Sport wahrscheinlich reden, dass man sich tatsächlich so hochdosiert das wahrscheinlich reinpfeift oder Red Bull, aber Red Bull wird auch getrunken. Ist ja einer der größten Sportsponsoren überhaupt und da ist richtig mal Koffein drin. Naja, voll. Also früher gab es da wohl so eine Grenze halt auch, die da nicht erreicht werden darf und wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Ja, das macht einen Unterschied, gerade Koffein, glaube ich, gerade bei Ausdauer. Wenn du es vorher nimmst, ich glaube, dann hast du so eine Stunde oder so und dann wirkt das für drei, vier Stunden oder sowas. Das macht da richtig Sinn. Und auch, ja, wird man, glaube ich, auch weniger schmerzempfindlich bei Koffein. Ja, es ist am Ende. Ich glaube auch, dass, ich glaube, beim Ibuprofen gibt es Grenzwerte. Du kannst also nicht unendlich reinschmeißen bei den Schmerzmitteln, aber das ist alles gefährliches Halbwissen hier. Es ist am Ende so, das hat Jan Ulrich auch nochmal gesagt, wir haben Gott sei Dank ein viel engeres, also dass mehr Geld da ist. Damals war das nicht das Geld zum Testen da, es gab nicht die Möglichkeiten, nicht das Personal. Das hat natürlich vieles ermöglicht und das ist, glaube ich, so wie bei meinen Kindern die Bildschirmzeit. Jetzt sind sie älter, jetzt ist das nicht mehr so wichtig, aber ich glaube, dass manchmal ja Kinder, ich von Kindern gehört habe, also nicht unsere eigenen, aber wo da gesagt wird, ja, mach mir die Bildschirmzeit rein, damit ich nicht in Versuchung gerate. Und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Sachen Doping ist, macht das Testnetzwerk so sicher wie möglich und so innovativ wie möglich, dass halt auch die neuen Substanzen erkannt werden und so weiter. Dass ein Ebo überhaupt erkannt, nicht erkannt wurde, war ja schon krass damals. Oder dass man es irgendwie eine Nacht, irgendwie eine Kochsalzlösung sich reingepfiffen hat und am nächsten Morgen war es weg und solche Sachen. Das gab es ja alles. Das heißt, das ist ja tatsächlich so, dass wir Menschen ja vielleicht diesen Kontrollmechanismus brauchen. Wir brauchen die Blitze an der Straße, damit wir nicht mit 180 durch die 120er Autobahn fahren. Wir müssen das Gefühl haben, oh, da könnte ja gleich ein Blitzer kommen, fahre ich mal lieber nur so 10 zu schnell. Das ist ja eigentlich genau der Vergleich. Das geht zwar nicht um meinen eigenen Körper, Gesundheit und beim zu schnell fahren betrüge ich ja vielleicht jetzt nicht meinen nebenan, weil ich nicht im Wettbewerb mit dem stehe, aber trotzdem bin ich schneller zu Hause. Ob, weil ich halt ein Gesetz übertrete bis zum gewissen Grad vielleicht und sage, okay, die 10, 10, 20 Euro für 10 Euro zu 10 kmh zu schnell, die nehme ich vielleicht in Kauf. Und so glaube ich, so ganz anders ist die Denkweise beim Doping damals wahrscheinlich auch nicht gewesen. Ich nehme das Risiko in Kauf, dass ich geblitzt werde und wenn, ja was passiert schon zwei Jahre. Keine strafrechtliche Verfolgung, das Netzwerk, also es gab kaum Blitzer, das ist übrigens Amerika ganz witzig, haben wir nachgelesen, warum fahren die in Amerika, haben sie ja ganz, fährt man ja ganz langsam auf der Autobahn fahren, aber alle zu schnell, weil es keine Blitzer gibt. Also wenn überhaupt, steht mal so ein Polizeiauto, was hinter dir herfährt, aber das vielleicht sogar mit so einer Pistole, aber normalerweise gibt es keine irgendwie Blitzer an der Autobahn. Also fährst du immer ein bisschen zu schnell. Also es ist so, ich glaube, dass das dann doch wichtig ist, dass wir Menschen sowas brauchen, diesen Kontrollmechanismus und der muss halt gut funktionieren und das Risiko muss hoch sein, erwischt zu sein werden. Ja, ich finde es halt krass eigentlich, sobald es da irgendwie eine Grenze gibt, sowas wie jetzt bei Koffein oder wenn du auch sagst, das gibt es vielleicht bei Ibuprofen auch, weil dann ist es, ist es ja bis zu dieser Grenze kein Doping, aber du brauchst es, also du, die Leute nehmen es dann ja trotzdem, die trinken dann Red Bull irgendwie vor dem Rennen oder schmeißen sich die halbe Ibu rein oder eine Ibu 400er anstatt eine 800er oder sonst was, das finde ich halt immer so so gruselig, wo man dann sieht, ja die Leute sind dann aber trotzdem wahrscheinlich gewillt irgendwie sich zu optimieren bis zu dem Erlaubten sozusagen. Und ich glaube, also ich meine, so Doping früher, da war ja irgendwie es gang und gäbe, dass die Leute sich irgendwie Amphetamine gegeben haben oder irgendwie auf dem Fahrrad Schnaps trinken und all sowas. Ja, ganz früher, ja. Genau, ja, also da fing es ja an, das war ja im Radsport also sozusagen immer schon ein Bestandteil, ne, dann über diese Hochzeiten mit Ulrich und so, ähm, bis hin zu heute, ich bin mir sicher, die Leute denken immer noch darüber nach, wie kann man sich optimieren, zumindest in der Grenze, ne. Das ist schon, finde ich schon krass, also ich finde, je mehr man darüber nachdenkt, ob man jetzt die halbe Ibuprofen nimmt oder so, desto kurioser wird irgendwie dann alles, ne. Und halt, da sind ja, also ich meine, so, ähm, so Gegner von so, ähm, Doping-Verboten, die sprechen ja auch immer davon irgendwie, ja, wird ja irgendwie für alle viel, äh, viel fairer, wenn man sowas einfach erlaubt. Ja, ja, ja. Das ist ja auch, das ist ja auch mega krass, ne. Ja, diesen Wettkampf, nochmal neues, neues, Dings zu finden, also es ist ja ganz, Chancengleichheit zu schaffen, so ist natürlich klar, ist übelst gefährlich, war ja damals auch, sind ja mega viele auch gestorben, ne. Es ist am Ende, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, mhm, das, äh, war auch Jans Einschätzung in den Interviews und nach dem Motto, ja gut, wir haben jetzt mehr Geld, wir haben, es ist in den Köpfen drin, wenn du jetzt erwischt wirst, dann, dann ist auch, hast du keinen Rückhalt mehr durch die Omerta, durch, äh, im ganzen Radsport, also damals war es ja so, gut, war übrigens auch ganz interessant, wie er, wie er das darüber gesprochen hat, dass ja die Telekom mit ihm nicht mehr geredet hat und, ja, und dann die anderen Radsportler auch nicht, die, die er ja geschützt hat. Er schützt seinen Arbeitgeber, aber kriegt nicht zurück und so, das hat ja alles an ihm so ein bisschen genagt scheinbar. Ansonsten ist das mit dem Doping immer so, ich, hier ist auch ein Podcast geplant, also ich habe da so einen, so einen Gast im, im Hintergrund, ähm, wo demnächst, wo, hoffentlich dann im Frühjahr mal eine Folge entsteht, wo ich da auch noch mal in die Tiefe gehen will mit dem Spezialisten, weil es ist am Ende so, lässt sich immer leicht sagen, gegen Doping zu sein, aber, ja, hättest du es, wie wärst du denn drauf gewesen? Eine Sache ist ganz klar, so, ich denke immer drüber nach, Jan Ullrich hat seine Lehre abgebrochen, um dem Radsport nachzugehen, ne, also der hat keine Ausbildung oder sonst was, der fährt, oben an der Spitze und du merkst einfach, also ich meine, wenn du, wenn, ich bin mir sicher, dass er auch wusste, also ich meine, der weiß ja von seinen Kollegen alleine schon, okay, die machen auch irgendwie Blutdoping oder sowas, ne, oder EPO oder sonst was, ähm, du bist ja voll im Zugzwang, entweder willst du da mitspielen oder du willst da nicht mitspielen, ne, also ich meine, die andere Option wäre, du verpfeifst halt alle, so, ne, ähm, dann, dann wäre, glaube ich, Tour de France auch nicht mehr Tour de France, wenn du da alle raushaust, ne, und was für eine Chance hast du denn da noch und, äh, was für ein Standing hast du denn da noch? Ich glaube, er hat schon irgendwie so das getan, wo er dachte, das ist jetzt wohl das Beste so, super, super schwierige Situation, also, ja, immerhin, das war auch ganz spannend, war es ja kontrolliert, durch diese Freiburger, glaube ich, Kliniken und sonst wie, die haben ja immer gesehen, dass der Hämatokritwert nicht zu hoch ging und sonst wie, es war ja am Ende medizinisch betreut, das EPO, gab er immerhin, also, sie haben ja dann zumindest den Weg gewählt, der vielleicht, weiß ich nicht, ob das nicht trotzdem gesundheitsschädlich ist, keine Ahnung, naja, aber spannend. Im Training zum Beispiel sind, ist Duoping, äh, teilweise erlaubt, ne, so Amphetamine, habe ich gelesen im Internet. Darfst du zum Training nehmen, aber zum Weltkampf dann nicht mehr. Was? Also, das finde ich auch nochmal so ein bisschen, ich, äh, ich hoffe, ich werde jetzt nicht in den Kommentaren geroastet, ähm, aber stand auf jeden Fall im Internet. Ja, ja, was, was, was spannend ist, dass alle voneinander wussten und dann hat man ja auch nochmal Festina-Skandal gesehen, dass da ein Auto voller Ampullen in Beschlag genommen wurde und sonst wie, also das Zeug war ja, wurde ja offen, also es gab, gab es, gab es ja nicht auch so eine Story, so nach dem Motto, im Bus standen dann schon mal die zehn Spritzen aufgereiht, ja, irgendwas war da auch in der Doku und sonst wo ich sage, das ist, die sind da so offen mit umgegangen und je länger du damit umgehst, desto unvorsichtiger wirst du ja wahrscheinlich auch oder die Cola-Dose von Lenz Armstrong im Kühlschrank und sowas, wo dann die Sachen drin standen, lagen oder einfach offen im Kühlschrank rumlagen, ähm, wo wollte ich jetzt überhaupt drauf hinaus, dass das, ja, dass das eigentlich so offensichtlich war und dass es trotzdem, wie du eben gesagt hast, warum bin ich nicht derjenige, der alle anzeigt? Warum ist das nicht passiert? Das ist halt, das ist eigentlich die, das ist eine Frage, die ich, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Ja, also, stell dir mal vor, ich wüsste, dass in der ganzen Firma bei Enjoy alle Leute ihre Arbeit outgesourced haben nach sonst wo hin und keiner mehr richtig hier arbeitet, so, und ich würde jetzt hier zu dir gehen und sagen, Ingo, Jetzt muss ich aber mal auf die Computer, was die hier machen. Fällt mir nur gerade ein, weil ich mal so eine Doku gesehen hatte über so einen Typen, der seine Arbeit komplett outgesourced hatte. Schon beeindruckend, auf jeden Fall. Aber dann gehe ich ja nicht zu dir und sage, Ingo, keiner von den Leuten arbeitet mehr wirklich hier, die haben ihre Arbeit outgesourced, so, was? Die kiffen alle in der Mittagspause, würdest du nicht sagen. Ja, also, was würde denn dann mit der Firma passieren, so? Das ist ja das Gleiche, wie was wird mit der Tour de France passieren, so, wenn ich jetzt… Achso, du meinst, du machst deinen eigenen Arbeitsplatz kaputt. Ja, klar. Also, würde ich mal sagen. Gutes Argument. Naja. Ja, super schwierig. Ja, ich finde es krass auch, dass, wie gesagt, was übrigens ein Sport ist, der gar nicht kontrolliert wird, und da will ich jetzt nicht irgendwie was… Aufrufen. Nicht dazu aufrufen, aber es ist ja tatsächlich in unserem Gravel, diese ganzen Gravel-Geschichten mit über Nacht und sonst wie und self-supported und sonst wie, da gibt es ja gar keinen Kontrollmechanismus. Ja, ähm, auch interessant, habe ich mir nämlich auch was dazu aufgeschrieben, ähm, auch nämlich, äh, dazu beim Ultra-Cycling, da geht es ja teilweise auch gar nicht mehr darum, wer ist jetzt der Schnellste, sondern wer schläft am wenigsten. Ja. Und das ist ein Ding, was jetzt auch aufgepoppt ist, ich glaube, letztes, letztes Jahr war das, oder war es schon vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr, dass Leute so, äh, bei so Ultra-Distance-Sachen, äh, sozusagen, einführen wollen, dass man eine gewisse, also eine gewisse Anzahl von Stunden schlafen muss. Mhm. Einfach, weil es auch sonst saugefährlich wird, ähm, und irgendwie nicht mehr um das Wesentliche geht. Das ist ja auch voll die Optimierung, ne? Also, Ja, die große Frage ist ja, also da wird ja wahrscheinlich eine Koffeintablette nicht mehr reichen, um wach zu bleiben, irgendwann nach drei, vier, fünf Tagen. Ja, denke ich. Aber, ja, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung von Drogen, ne, aber sowas wie Ecstasy, war doch früher auch dafür da, dass man die ganze Nacht durchtanzen konnte, oder nicht? Hast du das, kennst du dich damit aus? Ne, mit chemischen Drogen kenne ich mich gar nicht aus, muss ich sagen. Aber da wird es ja auch Mittel geben, wo man sagt, okay, damit helfe ich nach. Also, also wie gesagt, ich habe ein großes Vertrauen da drin, dass es bei dem Ultra-Cycling-Sport ja sowieso nur um die Ehre geht und nicht irgendwie Geld mitverdient werden kann, großartig. Sie kriegen ja auch nichts. Sie kriegen nichts, wenn sie gewinnen, sie kriegen, wenn du, also Sponsorenverträge vielleicht so ein bisschen, aber nicht so, also du kriegst, ich glaube, bei den ganzen Veranstaltungen ist nicht das Geld der Antrieb, sondern da muss man ja schon so ein bisschen, hat man ja wahrscheinlich einen anderen Antrieb, aber es ist ja trotzdem interessant, wie im Amateursport. Du hast irgendwas von Kiffen erzählt, dass Leute kiffen vor dem Radfahren, hast du mir irgendwann mal erzählt. Voll, ja, habe ich schon, bin ich auch selber schon mit Leuten gefahren, die auch irgendwie vor dem Radfahren gekifft haben. Also, um bessere Laune zu haben, oder? Nee, tatsächlich, also das mindert auch ein bisschen die Schmerzen, so steht deswegen natürlich auch irgendwie auf der Doping-Liste drauf. Ach. Ja, ist auf jeden Fall Schmerzhemd und das ist eine Sache, die, das ist wirklich so. also hast du erlebt, dass Leute das aus dem Grund gemacht haben oder weil sie sowieso kiffen wollten, weil sie Bock drauf hatten? Weiß ich nicht, habe ich nicht nachgefragt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben das einfach so gemacht. Ja, Aber man merkt auf jeden Fall, die Schmerzgrenze ist da verschoben. Aber ist das nicht auch gefährlich? Verlierst du dann nicht, also ist das nicht so, du darfst auch nicht bekifft Auto fahren, also verlierst du da nicht die Kontrolle über dein Fahrrad? Ich würde unter keiner Sache der Doping-Liste sozusagen Fahrrad fahren eigentlich. Also mit Amphetamin und auch besoffen, wie das früher bei der Tour de France war. Nein, würde ich davon abraten. Ja, was ich halt immer noch wirklich krass finde, ist halt, wie viele Leute, die früher Doping betrieben haben, dann halt auch, also das ist ja die, also in meinem Gefühl ist, das ist die Einstiegsdroge für die echten Drogen. Pantani, Jan Ullrich mit Kokain und Alkohol, nochmal zusätzlich, überhaupt Alkohol sowieso bei vielen Radsportlern von früher, glaube ich, auch problematisch schon gewesen. Ich habe jetzt nicht die Beispiele im Kopf, aber ich glaube, dass ich, irgendwo habe ich gehört, dass ein signifikant höheres Risiko auf eine Drogenabhängigkeit entsteht, wenn du, wenn du mal selber gedopt hast, weil du die sozusagen das selber spritzen vielleicht sogar schon gelernt hast, also wirklich harte Drogen, also die, Pantani ist ja ein bestes Beispiel dafür, mit der sogar in einer Überdosis gestorben ist. Das finde ich auch schon krass, dass das sozusagen, weil du wirst ja dann nach deiner Karriere meistens erst drogenabhängig und dann sozusagen im späteren Alter, oft sind ja Drogen, glaube ich, Drogenabhängige entsteht ja eher in der Jugend, glaube ich, in jungen Jahren und da entsteht das dann später nach der Karriere. Ja. Das ist dann schon krass, dass das, dass er auch noch mal wirklich, ja, wirklich auch noch mal ein Argument für die, für die junge Generation ist, ja, du holst dir da vielleicht auch noch andere Probleme ins Haus, gerade wenn dann Mental Health irgendwann nicht mehr funktioniert und du zu Drogen greifst. Ja, voll. Also ich meine, ja, das ist die Frage. Ich glaube, in dem Stadium, in dem, oder ich sage mal, die Probleme, die Jan Ullrich dann hatte, da hätte er wahrscheinlich auch, auch nach, also ohne, dass er gelobt hätte, hätte er wahrscheinlich auch zu Drogen irgendwie, also mehr oder weniger Drogen, ne? Also schon, ein Alkohol ist eine Droge auf jeden Fall, aber dieses Betäuben hat er ja auch irgendwie gesagt und das, weiß ich nicht, kann, kann ich ja schon verstehen irgendwie in der Situation. Ja, jetzt mussten sich hier alle unseren, unseren Senf dazu anhören. Ich hoffe, das ist, wir sind ein paar Denkanstöße dabei. Ist halt, ja, weiß ich nicht, ist ja interessant darüber zu quatschen, wie man es fand und so weiter. Ich finde es immer spannend und ich finde es auch, weiß ich nicht, ich finde es auch spannend, wenn andere Podcasts oder andere Leute jetzt sagen, wie sie das empfunden haben oder vielleicht hat der eine oder andere auch einen Kommentar übrig, wo er sagt, okay, vielleicht auch so, gerade in diesem Gespräch entstehen ja auch immer Sachen, wo man noch drüber nachdenkt und eins ist ja ganz klar, ohne Jan Ullrich sehe ich es sich vielleicht auch noch nicht mal hier jetzt, weil ich vielleicht nie mit Radfahren angefangen hätte. Hast du wegen Ulle angefangen? Ja, schwer zu sagen. War das ein Vorbild für dich so? Ich habe Tour de France damals geguckt, ohne Radsportler zu sein. Ja, krass. Also live, nachmittags, krisseligen Bild auf Eurosport, glaube ich, habe ich mir den Kram angeguckt und nicht verstanden, warum nicht einer einfach mal vorne wegfährt und gewinnt. Ich wusste nicht mal, dass mit dem Windschatten habe ich dann irgendwann später geschnallt und bin dann mit meinem eigenen, mit meinem alten, schrabbeligen Mountainbike losgefahren und habe meine erste 50-Kilometer-Tour gefahren und fühlte mich an, an dem winzigsten Anstieg irgendwo in Kirchrode oder wo das gewesen sein muss, wie an Jan Ullrich, wie er, wenn er oben in den Alpen unterwegs war und ohne Ahnung vom Radsport zu haben. Also da ist, muss irgendwo, wann habe ich denn angefangen mit Radsport? 27, 28 war ich da, 22 Jahre, das muss so um die 2000er. Ja, darum, da gab es mein erstes Rennrad. Und das, ich glaube nicht, dass es, ich bin mir relativ sicher wahrscheinlich, ja gut, man kommt ja trotzdem irgendwann zum Radsport. Ich habe Basketball gespielt, da kam ich irgendwie nicht weiter und dann suchst du dir einen anderen Sport und wahrscheinlich wäre ich vielleicht, vielleicht wäre ich auch so dahin gekommen oder zum Joggen oder sonst wie, was auch immer, aber vielleicht auch nicht so ambitioniert. Definitiv nicht so ambitioniert und nicht so früh. Hat einen geprägt auf jeden Fall, ne? Ja. Ich habe auch das Gefühl, alle Generationen wirklich durch. Und das, da muss man ja auch dankbar sein und das, 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 das ist, ja, bis hin dazu, dass ich vielleicht kein Fahrrad-Podcast jetzt hier moderieren würde. Ja. Danke, Ulle. Nee, also wirklich, wirklich spannend. Deswegen verfolge ich das natürlich auch immer. Und der tat einem ja auch immer irgendwie leid. Ich war ja auch nie ein Ulle-Hater. Ja. Ich war ein bisschen Armstrong-Hater, aber auch nur so halb, weil ich den immer ein bisschen doof fand. Also der ist halt, ja, man kann ihm zugutehalten, er ist halt, wie er ist. Ja. Und er weiß auch, er weiß auch, dass er doof ist. Voll. Er sagt von sich selber, er ist ein Arschloch und das ist er auch irgendwie. Aber trotzdem, ich, ich feiere ihn irgendwie, muss ich sagen. Ja, es ist auch so ein lachendes und weines Auge bei ihm, weil der hat mich natürlich mitgeprägt. Ich fühlte mich dann auch irgendwann wie Armstrong, wenn ich eine hohe Trittfrequenz gefahren bin und solche Sachen. Aber es ist, er ist halt nicht der Sympathischste manchmal. Und trotzdem blitzt dann so was auf, dass er Jan-Ulrichter in Mexiko aus der Scheiße hohes rausholt, wo du denkst, das passt da gar nicht. Also er spielt ja eine große Rolle, glaube ich, jetzt da in dem Leben von Ulle. Ja, gibt es schon ein paar, paar Leute aus dem Radsport, die da echt immer hinter ihm standen. Ja. Na gut. So genug hier, gedingst über das Thema. Mal gucken. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob das überhaupt interessant für euch ist, was wir dazu sagen oder nicht. Keine Ahnung. und Doping allgemein. Ja, was ihr so für ein Doping-Gefühl habt aktuell. Und da wurde er ja auch gefragt, ja, wie siehst du denn das mit dem Doping heute? Und alle, die jetzt auch Greg LeMond, viele andere auch, die gefragt werden, sagen ja, es soll wohl alles relativ sauber sein heute. Man weiß es nie. Es gibt natürlich heute auch ein Netzwerk an, also es wird ja viel mehr Höhentraining gemacht. Das heißt, du brauchst diese Blutbeutel vielleicht gar nicht mehr, weil du einfach sowieso die ganze Zeit in der Höhe rumhängst. Keine Ahnung, dass das vielleicht nochmal diesen Schub gebracht hat. Dann diese dünnen Heringe, also nochmal viel dünner als um die 2000er rum, trotzdem die gleiche Kraft in den Beinen. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl, aber vielleicht, ja und das, damals war ich noch nicht so wissend. Ich glaube, mit dem Wissen von heute hätte ich damals auch gesagt, ich sehe das alles ein bisschen skeptischer, wenn da einer alleine im Berg hochfährt. Auch mit dem Wissen, selber Radsportler zu sein, wie schwierig das ist, jemanden abzuhängen. Hätte ich wahrscheinlich das mit anderen Augen gesehen damals, als Unwissender war das für mich normal, wie die fahren. Natürlich, also unglaublich, aber da hätte man nicht an Doping gedacht. Und heute als Wissender habe ich das Gefühl, irgendwie scheint das alles so halbwegs okay zu sein. Nicht zu 100 Prozent, es ist immer mal wieder so, dass das aufblitzt wegen der Vergangenheit. Aber im Großen und Ganzen ist es doch vielleicht, vielleicht mit ein bisschen Glück, alles so halbwegs sauber zumindest. Zumindest im Rahmen des Erlaubten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Siehst du das skeptisch? Ja, also ich glaube auch, dass man heutzutage einfach viel mehr beobachten kann, so was passiert da und so. Und ich glaube auch durch, ich meine, das sind ja mittlerweile alles so, Wingengard und so, das sind ja Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. und ich weiß gar nicht, wie einfach das für die ist, regelmäßig irgendwo hinzufliegen und sich irgendwie Blut transferieren zu lassen und so. Also da kommt irgendwie, glaube ich, schon irgendwann mal einer hinter. Ich glaube, das wird halt, also früher zu Jan-Ulrich-Zeiten, da war ja auch Social Media und so. Da hat ja keiner dann in Italien oder sonst wo mal ein Foto von dem gemacht. Was macht denn Ulle da? Darf ich ein Selfie mal kurz mit dir machen? Ja, ja, voll. All sowas, ne? Und ich glaube, das wird schwieriger da. Und ja, das Einzige ist halt, was ich irgendwie, finde ich ein bisschen, kann man immer kritisieren und drüber diskutieren und wo fängt Doping an und wo hört das auf. Na gut, kommen wir zu den Picks. Ah ja. Fang du mal an. Gut. Ich habe nicht sowas Weltbewegendes. Ich auch nicht. Gar nichts. Also ich meine, ich lag zu Hause und wir sprechen über Doping und ich habe einen Ingwer-Shot heute dabei. Der ist jetzt von Rewe Bio, aber gibt es auch ganz viele andere Ingwer-Shots. Hast du jemals so einen Ingwer-Shot getrunken? Das ist halt wirklich, also ich glaube, das ist von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich, aber die sind eigentlich sauscharf. Also wirklich richtig scharf und ich wurde so ein bisschen auch genötigt, das zu trinken und ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, es ist ein bisschen umstritten, ob Ingwer jetzt wirklich bei einer Erkältung, bei Krankheit und so weiter hilft. Was auf jeden Fall hilft, was klar ist, ist so diese Schärfe einfach. Und wenn ihr eh schon irgendwie alles im Hals und Kopf und Glieder und all sowas, ist das glaube ich echt ein Impuls morgens, der dir schon was geben kann. Und ja, Ingwer-Shot ist auf jeden Fall ein ganz, ganz... Rewe Bio-Ingwer-Shot. Ich verlinke das unten nicht, ihr müsst da hinlatschen. Ja, ja, mach das mal. Also ich meine, ich finde es nicht geil, ne? Ich finde es überhaupt nicht geil. Dann magst du gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber Ingwer-Tee so mit frischen, rein gedingsten Ingwer? Ja doch, also Ingwer an sich finde ich Ingwer geil, auch im Essen und so, in Currys und sowas feiere ich. Ingwer finde ich richtig super, aber diese Ingwer-Shots finde ich einfach nur, es ist eine Qual für mich. Aber du hast das Gefühl, du wirst gesund dadurch. Ich habe schon das Gefühl, dass das was gebracht hat. Da trinke ich hier lieber meinen AG-1 weiter. Ich habe das hier heute in meiner Flasche drin. Das schmeckt wenigstens. Nee, witzig. Gab es bei der Höhle der Löwen, gab es Leute, die frischen Ingwer tiefgefroren anbieten. Und dann so als Würfel machst du den in den Tee rein und hast sozusagen deinen frischen Ingwer-Tee. Aber dadurch, dass es fein gemahlen, frisch eingefroren und so weiter ist, hast du dann noch dieses frische Ingwer-Erlebnis. Ohne, dass du stundenlang Ingwer schälen musst, um den in den Tee reinzumachen und wenig Geschmack rauskriegst. Ich habe ja immer das Gefühl, Ingwer-Tee, habe ich ja auch oft gemacht, nimmt man auch bei Erkältung, glaube ich. Einfach in Scheiben schneiden oder raspeln oder wie auch immer und dann alles in diese Tasse rein und dann kommt immer relativ wenig Ingwer-Geschmack bei raus. Also gar nicht so viel Schärfe, finde ich. Muss man schon ein bisschen kochen, finde ich auch. Ja, oder noch klein drücken oder was, dass diese Flüssigkeit da rauskommt. Und deswegen, also da gibt es auch Leute, die dann das erfunden haben. Fand ich gar nicht so doof. Den komme ich jetzt nicht auf den Namen. Ich weiß auch nicht, ob man das kann man ja, ob das schon in den Supermärkten liegt. Ich weiß auch nicht, ob die gefunden wurden oder nicht damals. Aber fand ich interessant. Da haben die sich um dieses Ingwer-Thema noch gekümmert. Nee, cool. Ja, wäre jetzt auch nicht so meins, aber Ingwer so als Tee finde ich schon immer ganz geil. Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn ich ihn nicht selber machen muss. Also so in Cafés bestelle ich mir den auch immer gerne. Den schenke ich dir. Danke dir. Ja, ich bin ja bekennender Barfuß- Schuhläufer beziehungsweise bei dem Barfuß-Schuhlaufen bin ich so ein bisschen auch jetzt, will ich, habe ich jetzt diesen Winter wieder so ein bisschen in Angriff genommen, ohne Dämpfung zu laufen. und laufe immer schon ohne Sprengung. Also Barfuß-Schuh bedeutet immer, du hast einen flach, also hast keinen, wie nennt sich das, was sage ich jetzt, zur Sprengung. Also der Hacken ist nicht höher als vorne der Fuß, sondern möglichst gerade. Okay. Und möglichst bewegliche Sohle und so weiter. Und ich bin dann irgendwann, wenn man richtig schnell läuft durchs Gelände oder so, dann kommst du halt so ein bisschen Cushioning nicht drum rum, weil sonst die Steine einfach viel zu weh tun. So und jetzt habe ich wieder angefangen mit Leguanus zu laufen und Leguanus ist auch mein Pick. Leguanus waren die, die diese genobbte Barfuß-Sohle hier unten drunter haben. Die siehst du jetzt hier auch an meinen Schuhen. Also so Punkte und die Sohle selber ist halt vielleicht so einen halben Zentimeter dick und an der Stelle, wo die Punkte rausgucken, haben sie halt so Knubbel. Dadurch ist sie relativ komfortabel und trotzdem aber punktuell merkst du den Untergrund ganz gut. Und damit jogge ich jetzt auch wieder. Früher waren die halt immer, habe mich lange nicht umlegt, habe immer Vivo Barefoot sind so, die die am modischsten ausschehen als Barfuß-Schuh. Es gibt verschiedene Marken, die sowas herstellen und Leguanus gab es halt, die haben mal angefangen mit wirklich mit so einem Sockenschuh. Das war eine Socke mit dieser Sohle, so wie du sie jetzt siehst. Und mit denen bin ich auch wirklich ein, zwei Jahre lang auch gejoggt immer. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt mal ein bisschen Performance, ein bisschen schneller, gerade auf dem Untergrund da am Kronsberg. Und habe jetzt wieder angefangen, wie gesagt, die Sockenschuhe rauszuholen aus meinem Schrank. Und dann habe ich halt auch diese Freizeitschuhe von denen gesehen und die sahen halt immer nicht so modisch aus. Das kann man wohl sagen. Also mein Ding ist es überhaupt nicht. Diese Socken, von denen du sprichst. Ja, die Socken sowieso schon mal nicht. Aber auch, die haben auch mal Schuhe mit Schnürungen gehabt. Ja. Und die waren halt auch nicht so richtig geil hübsch. Die gibt es auch noch. Diese Classic, weiß nicht, wie die heißen. Die gibt es auch noch. Gab es auch in so einem komischen Gelb und sonst wie. Also gab es schon als Schnürschuh. Aber sah halt immer ein bisschen nicht so modisch aus. Und dann bin ich jetzt, dadurch, dass ich damit jetzt wieder angefangen habe, mit meinen alten Dingern da rumzulaufen, was mir übrigens scheinbar gut tut. Also da geht es auch darum, Triggerpunkte und hier so ein bisschen die, bisschen wieder, ein bisschen mehr Kraft im Hacken zu kriegen und so weiter. Beim Tennis kann ich die nicht tragen. Da muss ich halt Tennisschuhe tragen. Hilft alles nichts. Aber dass ich meine Füße einfach nochmal mehr kräftige, weil so ein Barfußschuh, man muss halt doch mehr arbeiten. Beste wäre natürlich ganz barfuß. Das ist aber jetzt, da bin ich jetzt nicht der Typ für hier durch Linden barfuß zu laufen. Mit den Scherben vor allem. Ja, bei dem Wetter halt auch wirklich schwierig jetzt aktuell. Und jetzt habe ich hier Schuhe an, die weißen. Den Namen habe ich vergessen, aber ich picke Lego Arno an sich mal. Und da kann man auch mal googeln. Da gibt es eine YouTube, gibt es bei YouTube eine Doku über die, ich glaube von der ARD oder ZDF. Geile, geile Firma. Alles made in Germany, so ein bisschen Familienunternehmen und so weiter, aber auch schon so ein bisschen in sich gewachsen und dann zeigen sie auch, wie das genäht wird und wie die designen. Und die haben es jetzt tatsächlich und ich habe die zwei, drei Jahre aus den Augen verloren, weil ich auch nichts Neues brauchte und sonst wie. Und ich habe dann das erste Mal wieder auf die Webseite geguckt und jetzt habe ich hier diese Sneaker an. Die sehen jetzt zumindest mal aus wie sportliche Schuhe und nicht so ganz. Also wenn man ein geschultes Auge hat, weiß man, okay, irgendwie ist ja die Sohle nicht so schön hoch wie bei so einem Adidas-Schuh, wie du denn jetzt trägst hier, so ein Hipster-Schuh. Ich hätte aber niemals gedacht, dass das ein Barfußschuh ist, also bevor du mir das gesagt hast. Also hätte ich gar nicht, wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Also ich stecke da auch gar nicht drin in diesem Thema, Barfußschuhe, aber es ist schon krass, dass sich das so verändert hat und es echt mal Schuhe gibt, die man so tragen kann auch. Ja, also ich finde die auch cool, auch mit dem Weiß, auch wenn sie jetzt schon dreckig werden und ich kann die auch mal ausziehen für die, die zugucken. Es ist halt, das ist halt so das, es ist halt ultra beweglich und Lego Anu im Gegensatz zu Vivo Barefoot, deswegen mochte ich die vom Tragegefühl immer lieber, weil ich, diese genoppte Sohle fühlt sich besser an auf der Straße. Also ich habe ein direktes Gefühl, ohne dass es irgendwie sich, also sie fühlt sich flexibler an als bei so einem Vivo Barefoot Schuh und ich habe das Gefühl, weil ich da auch empfindlich bin, ich brauche immer so dieses Gefühl, dass es nicht, dass es sich wie eine Socke am Fuß anfühlt. Und der sieht zwar nicht so aus, aber er ist halt so flexibel, dass ich ihn am Hacken nicht spüre und nicht irgendwie irgendwas in den Hacken reindrückt und so weiter, weil wenn man dann irgendwann an dieses Barfußlaufen oder Barfußschuhlaufen gewohnt ist, ist halt jedes Schuhgefühl irgendwie doof und die fühlen sich am unsichtsbarsten an. Gibt es auch Winterschuhe, egal, die habe ich, da wurde ich auch schon oft, letztes Jahr hatte ich die immer hier an im Podcast und dann wurde ich immer gefragt, Ingo, was hast du denn da für Schuhe an? Weil die, die das geschulte Auge gesehen hat, oh, ist ein Barfußschuh, aber mit Fell drin, was ist das für ein Schuh, Winterschuh, weil ja viele, die immer auf der Suche sind, was ist denn, also das ist das Komische an, oder das Paradox an Barfußschuhläufern ist ja, dass die oft mehr Schuhe haben, als die, die normale Schuhe tragen und immer auf der Suche sind nach dem perfekten Schuh und alle, die da auch auf dem Level sind und vielleicht Bock drauf haben, guckt euch die Leguanos mal an. Die haben echt einen geilen Schritt nach vorne gemacht und die Doku vielleicht auch mal angucken, die ist auch cool. Mal gucken, ob ich die verlinken kann, wenn ich die noch finde. Naja, also das ist mein kleiner Pick hier und überhaupt Barfußschuhe an sich vielleicht mal ausprobieren, das ist gar nicht so doof und so ein leichter Schuh reicht oft, zumindest dann, wenn man sich bewegt, auch bei der Kälte, weil die Füße so durchblutet sind, dass die ein bisschen wärmer werden schon an sich. Also wenn man das erst, ich weiß noch, wie ich das erste Mal angefangen habe mit dem Thema vor 10, 15 Jahren und dann mit diesen Barfußschuhen draußen rumgelaufen bin und habe gedacht, krass, mit den dünnen Schuhen, warum werden meine Füße so heiß? Weil du einfach viel mehr arbeiten musstest oder der Fuß. und auch das ist ganz wichtig, bevor ich dann angefangen habe, damit zu joggen, da verpulst du dir im schlimmsten Fall auch ein, wenn du damit sofort anfängst zu joggen, nee, erst mal nur im Alltag tragen und gucken, dass du dich dran gewöhnst. Wir sind so auf Dämpfung und hohe Hacke ausgelegt, dass deine Wade vielleicht das gar nicht abkann. Würdest du sagen, ist das am Anfang trotzdem irgendwie mit Schmerzen verbunden oder so? Wenn du joggst, ja. Also wenn du joggst, hast du sofort einen Warenmuskelkater, weil du, wenn du jetzt vom normalen Schuh kommst, weil du, weil dir die zwei Zentimeter hinten fehlen, die Hacke sonst höher ist. Und im Alltag gar kein Problem, wenn du jetzt da stundenlang mit wanderst, vielleicht dann schon, aber im Alltag kein Problem, aber du wirst es, ja, weiß ich nicht, gibt es ja eine ganze Bewegung, das ist jetzt wieder ein bisschen abgeebbt, früher war das auch mal irgendwie richtig in, auch mit den Zehenschuhen, ich hatte ja alles, also diese Vibram Five Fingers und so weiter, auch geil eigentlich. Aber, nee, glaube ich, immer noch der richtige Weg, deswegen beim Joggen, Gott sei Dank, konnte ich mich irgendwann adaptieren und habe dann keinen Muskelkater mehr gekriegt, aber ich habe mir auch, ich habe auch den Fehler gemacht, ne, oh, fühlt sich ja geil an, nur mit, mit Vivo Barefoot damals, dann habe ich mir schöne Achillessehne, tatsächlich mal in echt einverpult eine Achillessehne. Krass. Und irgendwie eine Woche sowieso noch Muskelkater in den Waden und sonst wie gehabt nach dem ersten Lauf. Ich weiß gar nicht, was meine Plattfüße sagen würden, wenn ich die jetzt in solche Schuhe stecke und damit direkt den ganzen Tag rumlaufe. Naja, im Alltag kann man es ja mal ausprobieren, das ist immer easy. Wie gesagt, da sportlich würde ich da immer den Disclaimer geben, seid da vorsichtig und im Grunde habe ich das Barfußlernen, Laufenlernen, habe ich ganz barfuß gelernt. Also ich bin in... Barfußlaufenlernen, das ist auch krass. Ja, ja, also es ist ja krass, dass du das eigentlich denn die natürliche Form des Laufens du erlernen musst oder gar nicht kannst. Naja, ich kann mir das vorstellen. Und der Tipp war damals, habe ich tatsächlich Bücher auch drüber gelesen und dann auch von Leuten, die dann mit Ermüdungsbruch und Pipapo und dann war der Tipp, ja, lauf ganz barfuß, weil du hast, läufst halt 500 Meter und dann gehst du nach Hause, weil da eine Sohle brennt. Also auf Asphalt, also nicht auf Rasen oder sowas, diese Nummer. Rasen kannst du ja wieder stundenlang laufen, weil es schön federt. Lauf auf Asphalt und damit habe ich es dann geschafft und dann habe ich wirklich gesagt, ein Jahr lang keine Wettkämpfe, was Laufen angeht, kein Triathlon, kein Nichts, ich laufe jetzt spazieren. Und dann habe ich irgendwann nach drei, vier, fünf Monaten mal meinen ersten Fünfer ganz barfuß gelaufen und dann Schuhe angezogen und ich glaube, dass dieses ganz barfuß Laufen Du bist fünf Kilometer barfuß gelaufen? Auf Asphalt. Gejogged? Ja, ja, ja. Alter Schwede. Ja, aber nach einem halben Jahr. Also die Füße waren trotzdem weich und ich glaube, dass du den Laufstil nur umstellst von dem, ja, Hacke zuerst und ja, ist ja sowieso alles weich und egal ob Knie, also mir tat noch immer die Knie weh. Also ich hatte Knie und Rücken nach acht Kilometer laufen. Ich bin so beschissen gelaufen als ehemaliger Basketballer immer schön diese riesen Schritte gemacht. Und ich glaube, ich konnte meinen Laufstil nur deshalb umändern, weil die Sensorik am Fuß dafür gesorgt hat, dass ich anders gelaufen bin. Die hast du auch mit dem Barfußschuh nicht. Wenn du einen Barfußschuh anziehst, von einem normalen Schuh kommt, dann hast du zwar die Federung nicht mehr, aber die Sensorik am Fuß hat ja trotzdem noch eine glatte Fläche, die sie unter sich hat und fühlt sich sicher. Und dann gehst du und dann kannst du ja wirklich was kaputt machen. Und mit diesem ganz Barfuß, das ging nur, ja, da musste ich so ein bisschen so 300 Meter durch die oder sagen wir mal 500 Meter durch die Zivilisation und hoffen, dass die Leute mich nicht bescheuert angucken. Und dann war ich in so Kleingärten, wo asphaltiert war, wo ich dann so ein bisschen vor mich hinlaufen konnte und dachte, okay, also du brauchst einen abgesperrten Weg, wo du dich sicher fühlst, wo du denkst, ah, da ist jetzt nicht zu viel Scherben oder irgendwie Rollsplitt oder sonst wie. Das ging halt alles nicht. Ja, ja, klar, stimmt. Und das war aber so mein Trick und dann irgendwann bin ich, dann konnte ich, jetzt laufe ich halt schmerzfrei oder das hat mich überhaupt, seitdem macht das Laufen wieder Spaß. Also adaptiert, anderer Laufstil, kleinere Schritte, höhere Frequenz, keine Verletzung mehr. Trotz keiner Sprengung und sonst wie. Und dann leider höre halt immer über die Jahre immer mehr Kaschen wieder reingebracht, weil es um dieses Wettkampftempo geht. Dann kannst du sozusagen, weil wenn ich jetzt mit den Schuhen jogge, muss ich halt den Weg abscannen. Dann gucken, wo laufe ich lang und wenn das zu grober Steine wird, dann macht das auch keinen Bock mehr mit Leguanus zu laufen. Aber wenn so leichter Schotter ist, geht das. Aber du kannst halt nicht sagen, naja, ich Sprint, mach jetzt mal Vollgas. Das ist genauso wie, wenn das Schneematsch liegt und du fährst mit einem Gravelbike. Kannst du auch nicht voll reinlatschen, ohne drüber nachzudenken. Das kannst du nur, wenn schönes Wetter ist. Und so ist es bei den Schuhen auch. Je mehr Kaschen ich drunter habe, desto schneller kann ich laufen. Würdest du sagen, ist es von dem, dann wieder auf so einen gefederten Schuh zu gehen, also unproblematisch? Oder merkst du dann schon, oh, ich laufe jetzt irgendwie anders? in den Schuhen? Nee, das ist unproblematisch, weil der Laufstil ändert sich dann nicht. Okay. Also das war auch okay. Ich habe aber das Gefühl, dass es mir jetzt wieder besser tut, gerade dann auf dem Laufband sowieso, dass ich, das ist, ich habe das Gefühl, dass der Fuß wieder mehr durchblutet und mehr arbeiten muss und dass mir das gut tut. Gegenüber den gefederten Schuhen. Weil ja auch, Federn bedeutet ja auch immer gleichzeitig, dass die Gelenke irgendwo einsinken können oder doch Fußballen irgendwie mehr in den Fuß, in den Schuh einsinkt und, und, na, also da werden ja hier ja sozusagen kann er nirgends einsinken. Ja, ja. Geil. Anderes Thema. Noch mal was gelernt. Ja, 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 jetzt haben wir noch das Thema Barfußlaufen auch noch abgefrühstückt. Ja, äh, ja, nee, das, äh, die Folge müssen wir löschen, die ist zu lange geworden. Vielleicht, vielleicht mache ich zwei draus, indem ich es einfach so ganz heimlich irgendwie zusammenschneide. Nee, das kriegen wir auch nicht hin. Sollen wir noch einen zweiten Pick mit reinmachen und dann geht das vielleicht, nee, kriegen wir echt nicht hin. Das kriege ich, kriege ich nicht hin. Und jetzt, äh, nee, jetzt müssen wir auch den Sponsor gleich noch mit da reinnehmen, aufnehmen. Nee, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr draußen habt auch ein bisschen was mitgenommen von unserem Gequassel hier. Wir sehen uns hoffentlich vor Weihnachten noch mal. So ist zumindest der Plan, aber wir weiß ja nie, wer noch wie krank wird hier. Aber, ähm, eine, eine Folge ist auch noch im Kasten, die definitiv kommt in den nächsten ein, zwei Wochen. Könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, geht um das Thema Wachsen von Ketten. Mhm. Zyklo-Wachs ist jetzt bei uns langsam, trudelt das auch bei uns im Sortiment ein. Ich finde, einen sehr, sehr schönen Podcast. Habe ich sehr, sehr viel gelernt und erzähle euch genau, ob ihr das braucht oder nicht. Oder wir erzählen euch das, mit meinem Gast, der hier war. Ja, und dann hoffentlich noch, äh, eine gemeinsame Folge mit dir vor Weihnachten. Ja. Schön. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.